Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Claudia Salto. Die Gänsemarkt Es lebte einmal eine alte Königin, der war ihr Gemahl schon lange Jahre gestorben, und sie hatte eine schöne Tochter. Wie die erwuchs, wurde sie weit über Feld auch an einen Königssohn versprochen. Als nun die Zeit kam, wo sie vermählt werden sollten und das Kind in das fremde Reich abreisen mußte, packte ihr die alte gar viel köstliches Gerät und Geschmeide ein. Gold und Silber, Becher und Kleinode, kurz alles, was ihr zu einem königlichen Brautschatz gehörte, Denn sie hatte ihr Kind von Herzen lieb. Auch gab sie ihr eine Kammerjungf vorbei, welche mit Reiten und die Braut in die Hände des Bräutigams überliefern sollte. Und jede bekam ein Pferd zur Reise, aber das Pferd der Königstochter hieß Falada und konnte sprechen. Wie nun die Abschiedsstunde da war, begab sich die alte Mutter in ihre Schlafkammer, nahm ein Messerlein und schnitt damit in ihre Finger, daß sie bluteten. Darauf hielt sie ein weißes Läppchen unter und ließ drei Tropfen Blut hineinfallen, gab sie der Tochter und sprach, Liebes Kind, verwahr sie wohl, sie werden dir unterweges Not thun. Also nahmen beide voneinander betrübten Abschied. Das Läppchen steckte die Königstochter in ihren Busen vor sich, setzte sich aufs Pferd und zog nun fort zu ihrem Bräutigam. Da sie eine Stunde geritten waren, empfand sie heißen Durst und rief ihrer Kammerjungfer, Steig ab und schöpfe mir mit meinem Becher, den du aufzuheben hast, Wasser aus dem Bach. Ich möchte gern einmal trinken. Ei, wenn ihr Durst habt, sprach die Kammerjungfer, so steigt selber ab, legt euch ans Wasser und trinkt. Ich mag eure Magd nicht sein. Da stieg die Königstochter vor großem Durst herunter, neigte sich über das Wässerlein im Bach und trank und durfte nicht aus dem goldenen Becher trinken. Da sprach sie, Ach Gott, da antworteten die drei Blutstropfen, Wenn das deine Mutter wüßte, das Herz im Leibe tät ihr zerspringen. Aber die Königsbraut war gar demütig, sagte nichts und stieg wieder zu Pferd. So ritten sie etliche Meilen weiter fort und der Tag war warm, daß die Sonne stach und sie durstete bald von Neuem. Da sie nun an einen Wasserfluß kamen, rief sie noch einmal ihrer Kammerjungfer, Steig ab und gib mir aus meinem Goldbecher zu trinken, denn sie hatte aller bösen Worte längst vergessen. Die Kammerjungfer sprach aber noch hochmütiger, Wollt ihr trinken, so trinkt allein. Nein, ich mag nicht eurem Markt sein. Da stieg die Königstochter hernieder vor großem Durst und legte sich über das fließende Wasser, weinte und sprach, Ach Gott, und die Blutstropfen antworteten wiederum, Wenn das deine Mutter wüßte, das Herz im Leibe tät ihr zerspringen. Und wie sie so trank und sich recht überlehnte, fiel ihr das Läppchen, worin die drei Tropfen waren, aus dem Busen und floss mit dem Wasser fort, ohne daß sie es in ihrer großen Angst merkte. Die Kammerfrau hatte aber zugesehen und freute sich, daß sie Macht über die Braut bekäme, denn damit, daß diese die Blutstropfen verloren hatte, war sie schwach geworden. Als sie nun wieder auf ihr Pferd steigen wollte, daß da hieß Falada, sagte die Kammerfrau, Auf Falada gehöre ich und auf meinen Gaul gehörst du. Und das musste sie sich gefallen lassen. Außerdem hieß sie die Kammerfrau auch noch die königlichen Kleider ausziehen und ihre schlechten Anlegen, und endlich musste sie sich unter freiem Himmel verschwören, daß sie am königlichen Hof keinem Menschen nichts davon sprechen wollte, und wenn sie diesen Eid nicht abgelegt hätte, wäre sie auf der Stelle umgebracht worden. Aber Falada sah das alles und nahm's wohl in Acht. Die Kammerfrau stieg nun auf Falada und die wahre Braut auf das schlechte Roß, und so zogen sie weiter, bis sie endlich in dem königlichen Schloss eintrafen. Da war große Freude über ihre Ankunft und der Königssohn sprang ihnen entgegen, hob die Kammerfrau vom Pferde und meinte, sie wäre seine Gemahlin, und sie wurde die Treppe hinaufgeführt. Die wahre Königstochter aber mußte unten stehen bleiben. Da schaute der alte König am Fenster und sah sie im Hofe halten. Nun war sie fein und zart und sehr schön, ging hin ins königliche Gemach und fragte die Braut nach der, die sie bei sich hätte und da unten im Hof stände, und wer sie wäre. Ei, die hab ich mir unterwegs mitgenommen, zur Gesellschaft. Gebt der Magd was zu arbeiten, daß sie nicht müßig steht. Aber der alte König hatte keine Arbeit für sie und wußte nichts, als daß er sagte, da hab ich so einen kleinen Jungen, der hütet die Gänse, dem mag sie helfen. Der Junge hieß Kürtchen, dem mußte die wahre Braut helfen Gänse hüten. Bald aber sprach die falsche Braut zu dem jungen König. Liebster Gemahl, ich bitte euch, tut mir einen Gefallen. Er antwortete, das will ich gerne tun. Nun, so laßt mir den Schinder rufen und da dem Pferd, worauf ich hergeritten bin, den Hals abhauen, weil es mich unterwegs geärgert hat. Eigentlich aber fürchtete sie sich, daß das Pferd sprechen möchte, wie sie mit der Königstochter umgegangen wäre. Nun war das so weit geraten, daß es geschehen und der treue Falada sterben sollte. Da kam es auch der rechten Königstochter zu Ohr, und sie versprach dem Schinder heimlich ein Stück Geld, das sie ihm bezahlen wollte, wenn er ihr einen kleinen Dienst erwiese. In der Stadt war ein großes, finsteres Tor, wo sie abends und morgens mit den Gänsen durch mußte. Unter das finstere Tor möchte er dem Falada seinen Kopf hinageln, daß sie ihn doch noch als einmal sehen könnte. Also versprach das der Schindersknecht zu tun, hieb den Kopf ab und nagelte ihn unter das finstere Tor fest. Des Morgens früh, als sie und Kürtchen unterm Tor hinaustrieben, sprach sie im Vorbeigehen, »Oh, du Falada, da du hangest!« »Hangest!« Da antwortete der Kopf, »Oh, du Jungferkönigin, da du gangest, wenn das deine Mutter wüßte, ihr Herz tät ihr zerspringen!« Da zog sie still weiter zur Stadt hinaus und sie trieben die Gänse aufs Feld. Und wenn sie auf der Wiese angekommen war, saß sie hier und machte ihre Haare auf. Die waren eitel Silber und Kürtchen sah sie und freute sich, wie sie glänzten und wollte ihr ein Paar ausraufen. Da sprach sie, »Weh, weh, Windchen! Nimm Kürtchen sein Hütchen und lassen sich mitjagen, bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesatzt.« Und da kam ein so starker Wind, dass er dem Kürtchen sein Hütchen wegwehte über alle Land, dass es ihm nachlief und bis es wiederkam, war sie mit dem Kämmen und Aufsetzen fertig und er konnte keine Haare kriegen. Da ward Kürtchen bös und sprach nicht mit ihr und so hüteten sie die Gänse, bis daß es Abend wurde. Dann fuhren sie nach Haus. Den anderen Morgen, wie sie unter dem finstern Thor hinaustrieben, sprach die Jungfer, »U, du Faller da, da du hangest!« Es antwortete, »O, du Jungferkönigin, da du gangest!« »Wenn das deine Mutter wüßte, das Herz tät ihr zerspringen.« Und in dem Feld setzte sie sich wieder auf die Wiese und fing an, ihr Haar auszukämmen, und Kürtchen lief und wollte danach greifen. Da sprach sie schnell, »Weh, weh, Windchen! Nehm dem Kürtchen sein Hütchen und lassen sich mitjagen, bis ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesatzt.« Da wehte der Wind und wehte ihm das Hütchen vom Kopf, weit weg, daß es nachzulaufen hatte, und als es wiederkam, hatte sie längst ihr Haar zurecht, und es konnte keins davon erwischen, und sie hüteten die Gänse, bis es Abend wurde. Abends aber, nachdem sie heimkamen, ging Kürtchen vor den alten König und sagte, »Mit dem Mädchen will ich nicht länger Gänse hüten.« »Warum denn?« sprach der alte König. »Ei, das ärgert mich den ganzen Tag!« Da befahl ihm der alte König, zu erzählen, wie es ihm denn mit ihr ginge. Da sagte Kürtchen, »Des Morgens, wenn wir unter dem finstern Tor mit der Herde durchkommen, so ist da ein Gaulskopf an der Wand, zu dem redet sie. Falla da, da du hangest!« Da antwortet der Kopf, »O, du Königsjungfer, da du gangest, wenn das deine Mutter wüßte, das Herz tät ihr zu springen!« Und so erzählte Kürtchen weiter, was auf der Ganswiese geschähe, und wie es da dem Hut im Wind nachlaufen müßte. Der alte König befahl ihm aber, den nächsten Tag wieder hinauszutreiben, und er selbst, wie es morgens war, setzte sich hinter das finstere Tor und hörte da, wie sie mit dem Haupt des Fallada sprach. Und dann ging er ihr auch nach in das Feld und barg sich in einem Busch auf der Wiese. Da sah er nun bald mit seinen eigenen Augen, wie die Gänsemarkt und der Gänsejung die Herde getrieben brachten, und nach einer Weile sie sich setzte und ihre Haare losflocht, die strahlten von Glanz. Gleich sprach sie wieder, »Weh, weh, Windchen, faß Kürtchen sein Hütchen und lassen sich mitjagen, bis daß ich mich geflochten und geschnatzt und wieder aufgesatzt.« Und da kam ein Windstoß und fuhr mit Kürtchens Hut weg, daß es weit zu laufen hatte, und die Magd kämmte und flochte ihre Locken still fort, welches der alte König alles beobachtete. Darauf ging er unbemerkt zurück, und als abends die Gänsemarkt heimkam, rief er sie beiseite und fragte, »Warum sie dem allen so täte? Das darf ich euch und keinem Menschen nicht sagen, denn so habe ich mich unter freiem Himmel verschworen, weil ich sonst um mein Leben wäre gekommen.« Er aber drang in sie und ließ ihr keinen Frieden. »Willst du's mir nicht erzählen?« sagte der alte König endlich, »so darfst du's doch dem Kachelofen erzählen.« »Ja, das will ich wohl«, antwortete sie. Damit mußte sie in den Ofen kriechen und schüttete ihr ganzes Herz aus, wie es ihr bis dahin ergangen und wie sie von der bösen Kammerjungfer betrogen worden war. Aber der Ofen hatte oben ein Loch, da lauerte ihr der alte König zu und vernahm ihr Schicksal von Wort zu Wort. Da war's gut, und Königskleider wurden ihr alsbald angetan, und es schien ein Wunder, wie sie so schön war. Der alte König rief seinen Sohn und offenbarte ihm, dass er die falsche Braut hätte, die wäre ein bloßes Kammermädchen, die Ware aber stände hier als die gewesene Gänsemarkt. Der junge König aber war herzensfroh, als er ihre Schönheit und Tugend erblickte, und ein großes Mal wurde angestellt, zu dem alle Leute und gute Freunde gebeten wurden. Obenan saß der Bräutigam, die Königstochter zur einen Seite und die Kammerjungfer zur anderen. Aber die Kammerjungfer war verblendet und erkannte jene nicht mehr in dem glänzenden Schmuck. Als sie nun gegessen und getrunken hatten und gutes Muts waren, gab der alte König der Kammerfrau ein Rätsel auf. Was eine solche Wert wäre, die den Herrn so und so betrogen hätte, erzählte damit den ganzen Verlauf und fragte, welches Urtheils ist diese würdig? Da sprach die falsche Braut, Die ist nichts Bessers wert, als Splinter nackt ausgezogen in ein Fass inwendig mit spitzen Nägeln beschlagen geworfen zu werden, und zwei weiße Pferde davor gespannt müssen sie Gas auf Gas ab zu Tode schleifen. Das bist du, sprach der alte König, und dein eigen Urteil hast du gefunden, und danach soll die wieder fahren, welches auch vollzogen wurde. Der junge König vermählte sich aber mit seiner rechten Gemahlin und beide regierten ihr Reich in Frieden und Seligkeit. Ende von Die Gänsemarkt Die Wahrsagerin von Josef Emil Nürnberger Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Die Wahrsagerin Nach Briefschaften mitgeteilt Da sei Gott vor, daß ich dem Aberglauben das Wort reden sollte. Ihn bei sich aufkommen lassen ist eine moralische Entmannung. Ich würde mich vor mir und vor anderen schämen. Aber, Freund, zwischen trotzender Starkgeisterei und zitternder Gespensterfurcht gibt es noch eine bescheidene Mittelstraße, die dem besonnenen Manne ziemt, welcher, je größer der Kreis seiner Lebenserfahrung wird, doch genötigt ist, immer mehr auf sich beruhen zu lassen. Gewiß reichen Fäden aus der übersinnlichen Welt in die Sinnliche herab, und es treten Momente ein, wo diese Fäden ohne unser Zutun in unsere Hände geraten, wo wir unwillkürlich an denselben ziehen und wo sich uns dann der geheimnisvolle Hintergrund des Lebens auf Augenblicke erschließt. Wir stehen in einer beständigen Beziehung zu dieser übersinnlichen Welt. Wir sind uns dessen nur nicht recht bewußt, und ein Kriterium vollkommener Gesundheit und physischer Lebensenergie besteht darin, dieses unheimliche Bewusstsein nicht aufkommen zu lassen. Sie werden deshalb die Starkgeisterei auch besonders im Jünglings- und kräftigen Mannesalter finden, wo die Lebenspulse zu laut schlagen, um die leisen Töne der Geisterwelt hörbar werden zu lassen. Aber, Freund, wenn der Ernst des Lebens naht, wenn die Lebenssonne den heitern Kulminationspunkt überschritten hat und nun sinkt und sinkt und immer schneller sinkt und der Abend andüstert, auf eine finstere Nacht deutend, durch welche nur ein matter Sternenschimmer zweifelhafter oder zu wohlverborgene Erwartungen flackert, dann lassen sich jene geheimen Töne durch die abendliche Stille deutlicher vernehmen. Dann bleibt, um in der neuen Welt der Erscheinungen den Stützpunkt nicht zu verlieren, im unheimlichen Gefühle des nahenden Höheren nur die Beziehung auf das Höchste. Bei ihm ist Klarheit, bei ihm ist die Quelle des wahren Mutes, der selbst dem Fremdartigen in den Lebensbegebnissen und seiner störenden Unnatur zwar nicht trotzig, aber entschieden zu begegnen weiß. Der Mut, der aus dieser Quelle geschöpft wird, ist der echte, die Starkgeisterei ist eine bloße Rodomontade, die sich gelegentlich mit einer Kinderklapper in die Flucht jagen lässt. Sie können mir das glauben, und nun lassen Sie mich gleich zur Erzählung des merkwürdigen Vorfalles übergehen, der mir diese einleitenden Betrachtungen aus der Feder gelockt hat. Sie wissen im Allgemeinen, in welch einer ganz eigentümlichen Lage ich mich befand, als mir meine Versetzung nach der Neumark angetragen wurde. Ich lebte in B, in so angenehmen Verhältnissen, ich hatte mich mit den Menschen und mit den Bergen und Bäumen, mit denen ich eigentlich noch mehr lebe, so recht innig angefreundet, dass es mir beim Empfang des Versetzungsreskriptes eigentlich war, als wenn ich in den Tod gehen sollte. Worin besteht nur dieser geheime Zauber, der uns so innig an eine bestimmte Erdscholle fesselt. Da war zum Beispiel ein kleiner See mit sumpfigen, schilfbewachsenen Ufern, an dessen einer Ecke ein altes, bretternes Haus stand, mit einer Weinlaube vor der Türe, die ganz in den See hineinging. Alles so baufällig, so schlecht. Hier hab ich's an und für sich genommen tausendmal hübscher, aber in der kleinen verfallenen Laube saß ich fast jeden Sommerabend und sah die Sonne in den See sinken, rot, feurig, mit einer Farbenpracht. Sie ist hier blässer, ich lass mir's nicht nehmen, und oft überfällt mich jetzt noch eine Sehnsucht nach der alten Laube, daß mir das Herz zerspringen möchte. Es ist nun so. Um meine Bekümmernisse zu vermehren, war das Reskript dergestalt abgefasst, daß das Ablehnen in meiner Hand war. Für mich gibt es nichts Übleres. Ein bestimmter Befehl macht allen Zweifeln, allen nachherigen Selbstquälereien durch Vorwürfe über den ergriffenen Entschluß ein Ende. Aber so auf sich selbst verwiesen werden, trotz der menschlichen Unfähigkeit auch nur die nächste Zukunft hinreichend zu durchschauen, bleibt eine wahre Verstandsmärter. Und ist das Ostensible nun zumal in einem solchen Gleichgewicht, daß die Wahl sehr schwer fällt, so sieht es aus, als wenn das Schicksal sein Gespött mit dem Versuchten treiben wolle. An Rat von oben her ist nicht zu denken. Mir ging die Sache unendlich zu Herzen, und ich ahnte wohl, wie viel von meinem Entschlusse für meine und meiner Familie teuerste Interessen abhing, ohne es mir doch recht klar machen zu können. Was habe ich nach Erleuchtung, nach höherer Bestimmung in meiner Zweifelsnot gesäufzt? Wie oft habe ich auf meinen Knien gelegen und habe um Licht in meiner Nacht gefleht. Ich hoffte, meinen Genius zu bewegen, bestürmte ich ihn mit feurigem Gebet, doch habe ich's stundenlang also getrieben und sah nun auf mit gläubig festem Blick, so war der Himmel grau, der Genius stumm geblieben, und alles wies mich auf mich selbst zurück. Man muß das Verhältnis, man muß meine moralische Individualität vollkommen kennen, um meine Perplexität zu begreifen. Sie werden mir zwar vielleicht einwenden, daß der König von Eldorado dem Optimisten Condit sagte, L'on scornet passablement quelque part il faut irester, aber im Konflikte des wirklichen Lebens erscheinen alle allgemeinen Maximen nur als Redensarten, und wenn das Geschick oder mit welchem Namen sie die wunderliche Behörde in ihrer vollkommenen Unbegreiflichkeit sonst belegen wollen, einen Plan mit ihnen hat, so wird sie denselben, jeder Maxime zum Trotze durchzusetzen wissen. In dieser Zeit, wo ich zwischen streitenden Interessen durchaus zu keinem festen Entschlusse kommen konnte, ging die Nachricht von dem plötzlichen Tode unseres wackeren M. ein. Das war wieder eine Diversion, und zwar eine sehr unerwartete. Darin besteht aber auch eine Tücke des Lebens, dass es sich in solchen Inzidenzpunkten gefällt. Wenn man das Herz von einem bestimmten Kummer recht voll hat, so meint man zwar, dass alle anderen Vorkommenheiten sich auf diesen Kummer oder diesen Zweifel, was es nun sei, beziehen müssen, weil man den geheimen Mächten, mit denen man sich in Relation ahnt, dasselbe Interesse beimisst, von welchem man selbst so ausschließlich erfüllt ist, aber der Gang der übrigen äußeren Ereignisse zeigt sich davon unabhängig, und sie treten so ganz ohne Zusammenhang, wenigstens ohne augenblicklich Sichtbaren, damit auf, dass diese Fremdartigkeit wie eine Nichtachtung unserer teuersten Interessen mehr erscheint. Oh, es ist oft eine sehr rauhe Behandlung, welche man von dem Leben erfährt, und wehe dem Gemüte, dass seine eigene Weiche auch von der strengen Hand wieder erwartet, die mit dem Konflikt dieser inkohärenten Äußerlichkeiten beschäftigt ist. A quel fin ce mot a-t-il donc été créé, fragt der Optimist Candide den Philosophen Martin, pour nous faire éranger, lautet die Antwort. Unser guter M. war aber heimgegangen in das stille Land von dannen keine Wiederkehr, und die damals in B. lebenden Glieder der Gesellschaft vereinigten sich, sein Andenken zu begehen. Es war im Monat Dezember, und tiefer Schnee bedeckte schon die Landschaft. Wir mußten daher statt des gewöhnlichen Gartenlokals das Schloß in der Stadt, wo sonst unsere Generalversammlungen gehalten wurden, wählen, und hier war das Trauermahl bestellt. Die Anzahl der Teilnehmer war nur zwölf, und also hatte der Kastellan nicht wie sonst im Saale, sondern in dem kleinen, innen noch wohl erinnerlichen Eckzimmer decken lassen, das mit alten schwarzen Tapeten ausgeschlagen ist. Der leere Oberplatz der Tafel, der dreizehnte, war, unseren Gebräuchen gemäß zu Ehren des Verstorbenen offen, und er hatte seinen Pokal von englischem Kristallglas gleich unseren Übrigen hingesetzt erhalten. Wir waren alle in der wehmütigsten Stimmung, denn wir hatten alle den Abgeschiedenen, der diese Zuneigung verdiente, herzlich lieb gehabt, und zu dieser trüben Stimmung passte die traurige schwarze Dekoration des Zimmers, welche selbst durch ein großes Kaminfeuer nicht verfreundlicht werden konnte, das gegen Abend angezündet ward. Die Gesellschaft war einsilbig und blieb es. Es kam nicht dahin, eine Stimmung zu erwecken, wie sie die stille Hoffnung hervorruft, die sich oft aus dem Gedanken der Trennung selbst mit leichten Schwingen entwickelt. Eine gewisse dunkle Bangigkeit, als wenn noch etwas geschehen werde, als wenn noch etwas herüberklingen müsse aus der dunklen Nacht des Jenseits, die unser M. umfing, lag Bleiern auf uns. Sie sollte in Erfüllung gehen, diese bange Erwartung. Am Ende des Trauermals erhob sich der damalige Direktor der Gesellschaft, der alte Präsident von T., um dem Ritus gemäß den Abschiedsgruß an den Geschiedenen auszubringen. Ich sehe den alten Mann mit seinem ehrwürdigen Gesichter und seinem sparsamen weißen Haar noch vor mir. Ich höre noch seine sonore Stimme. Meine Herren, sagte er mit tiefer Rührung, unser wackerer Bruder M. ist uns vorangegangen in das dunkle Land, in das wir früher oder später sämtlich auch eingehen müssen, und über dessen schaurige Grenzen uns M. Wir stießen an, daß die Gläser klangen. Aber wie soll ich ihnen den Geisterschauer beschreiben, der uns überging, als M. Glas, welches angeführter Maßen ledig vor dem ledigen dreizehnten Platze stand, mit erklang und noch melodisch fortschallte, als wir, nicht ohne Bestürzung und mit niedergeschlagenen Augen, unsere Gläser schon wieder hingesetzt hatten. Nur Herr von T. behielt seine freie Fassung. Er richtete den Blick fest auf diesen ledigen dreizehnten Platz, von dem mir in diesem schauerlichen Momente M.s Geist Besitz zu nehmen schien, und sprach mit feierlichem, jedoch gedämpftem Tone, Bist du es wirklich selbst, Schatten unseres geliebten und beweinten Bruders, der du uns dieses Liebeszeichen gibst, so laß uns den melodischen Klang desselben noch einmal vernehmen. In diesem Augenblick schlug die alte Uhr des Schloßturmes über unseren Häuptern voll, aber in ihren lauten Klang mischte sich deutlich derselbe melodische Hall des Glases, der wie eine Geisterstimme erklang und uns das Haar emporsträubte. Sie werden mir einwenden, daß das Mitklingen eines Glases beim Klang anderer Gläser oder beim Schlagen einer Uhr nichts eigentlich Unerklärbares an sich habe, und ich weiß recht wohl, daß sich das Übernatürliche bei seinem Auftreten in der sinnlichen Welt gleichsam aus Scheu immer eines Vorwandes bedient, hinter welchem es seine eigentliche Natur verbirgt, so daß eine diplomatische Gewißheit oder Überführung nicht bewirkt werden kann. Aber, Freund, es gibt eine andere Art dieser Gewißheit, eine innere, und keine Physik wird mir die Überzeugung rauben, daß der Meisterklang dieses Glases durch ihre Gründe nicht erklärt werden kann. Lassen wir's, es ist so nur ein Indizienpunkt. Die Gesellschaft verlor sich jetzt still auseinander, es nahm ein jeder Stoff zur Betrachtung genug mit nach Hause, und eine Art von Scham über die allgemeine Bestürzung und über die Interpretation des Präsidenten verhinderte für den Augenblick wohl weitere Explikationen. Mir nur klopfte der Magister S. beim Hinuntergehen der Schloßtreppe auf die Schulter und bat mich erst noch einen Spaziergang mit ihm zu machen. Es ist mir unmöglich, sagte er, in dieser Stimmung gleich auf meine einsame Zelle zurückzukehren. Lassen Sie uns erst versuchen, plaudernd und laufend das Gleichgewicht wieder zu gewinnen. Wir gingen. Ich enthalte mich, fuhr er im Gehen fort, aller Bemerkungen über den sonderbaren Vorfall bei unserer heutigen Trauerfeier selbst. Wenn es einen sinnlichen Beweis für unsere Relation zur Welt der Geister gibt, so besteht derselbe in dem Schauer, der uns bei solchen Veranlassungen übergeht und dessen geheimste Natur unerklärlich bleibt, selbst wenn die Erklärungsgründe des veranlassenden Vorfalls aufgefunden werden können. Was ist gegen die Hypothek einer solchen Relation geredet und geschrieben worden? Und gleichwohl, sagen Sie mir, ist es den Redenden und Schreibenden je gelungen, Herren der Gewalt dieses geheimen Gegenbeweises zu werden, der ihrer lauten Argumentation zu spotten scheint? Betrachten Sie sich das Kind in der Wiege. Ängstliche Träume versetzen es in eine Berührung, aus deren Unheimlichkeit es schreiend auffährt und Schutz an der Brust der Amme sucht. Sehen Sie den erwachsenen Knaben an. Er hängt am Munde der Wärterin, die ihm Geister Märchen erzählt und seine kindischen Schauer Korrespondieren mit dem gesetzten Schauer, der die Erzählende durchdringt. Ohne eine innere Prädisposition würde er sie auslachen mit ihren Zumutungen an seine Leichtgläubigkeit, aber auf das, was sie vorbringt, antwortet ein Echo in dieser Brust, und darum ist der Anklang so interessant für das gespannte kindliche Ohr. Ich mußte ihm das zugeben. Es ist auch meine Ansicht von der Nachtseite der irdischen Existenz und alles wohl ermessen vielleicht doch das plausibelste, was sich darüber vorbringen läßt. Aber sagen Sie mir, fragte ich Ihnen fortwahrend, haben Sie sich je einer unzweideutigen sinnlichen Unterstützung Ihrer Hypothese zu erfreuen gehabt? Denn Sie müssen mir zugeben, dass selbst der heutige Vorfall, wie sehr wir alle davon betroffen gewesen sind, einer solchen vollkommenen Unzweideutigkeit noch entbehrt. Ich spreche nicht von meiner inneren Überzeugung, ich meine äußere Gründe. Also ist Ihnen je ein anderes, vollkommen unzweideutiges Beispiel vorgekommen? Gewiß nicht, entgegnete es. Möchten Sie auch wohl die Frage zum Ernste an mich richten? Was müsste daraus werden, wenn ein konsequenter Kopf auf dem Wege von Handgreiflichkeiten fortschritt, weil sie ihre Frage forciert? Das ganze Gebäude unserer Moral beruht auf dem Umstande, dass nicht die Sinne in den Hintergrund des Lebens dringen, sondern nur ein eigentümlicher Sinn, der auf der dermaligen Stufe der Existenz viel zu wenig ausgebildet ist, als dass wir uns seiner zur Ungebühr bedienen könnten, um das jenige zur Gewißheit, in der sterblichen Bedeutung des Wortes zu erheben, das uns nur im Wege der Ahnung zugänglich sein soll. Selbst der heutige Klang erscheint höchstens als ein solcher Anklang. Sagen Sie mir auch, was würden meine Tugenden wert sein, wenn die Pforte des Jenseits weit vor unseren Augen aufgerissen würde? Wir waren unter solchen Gesprächen auf einem Fußsteige dem Walde zugeschlendert, ohne eben viel auf den immer dichter fallenden Schnee zu achten, der uns bald alle Spur des Weges verbarg, so daß wir zu weit rechts gerieten. Plötzlich befanden wir uns in einer Gegend, in welche ich mich, während der mehreren Jahre meines hiesigen Aufenthaltes, doch noch nicht gekommen zu sein erinnerte. Ein sehr verwilderter Garten, von höchst unregelmäßiger Gestalt, lief mit einem spitzen Winkel in die dichteste Föhrenwaldung auf, welche diese Spitze wie eine hohe Mauer umgab. Das Dunkelgrün der himmelhohen Föhren stach prächtig gegen das weiße Schneetuch ab, mit welchem der Garten überwoben war. Kein Fußtritt hatte diesen Teppich berührt. Aus der äußersten Ecke der Gartenspitze schimmerte uns durch die schon eingetretene Dunkelheit ein Licht entgegen, und ich erkannte endlich eine hölzerne Hütte, in welcher ein großes Kaminfeuer brannte. Der Magister, der in B geboren ist, machte meiner Besorgnis wegen einer Verirrung bald ein Ende. Wahrhaftig rief er aus, da haben uns unsere Untersuchungen über die Geisterwelt einen schönen Streich gespielt, sind wir doch in der Hitze des Gesprächs nach Rautengrund geraten. Freund, hier in der alten Mooshütte, die schon den Einsturz drohte, als ich noch ein Knabe war, und doch immer noch steht, wohnt die weise Frau. Haben Sie in unserer heutigen Stimmung Lust, eine interessante Bekanntschaft mehr zu machen? Die weise Frau, rief ich, wer ist denn das? Doch nicht etwa eine Personage aus dem Ammenmärchen, welches sie vorhin zitierten? Oho, erwiderte es, so schlimm ist es nicht. Die Person hat Fleisch und Bein, wie wir beide, und ist doch eine Zauberin Zauberin und Wahrsagerin. In der Tat, haben Sie Lust, Ihre Menschen- und Geisterkenntnis zu vermehren, so lassen Sie uns nur immer hereintreten. Der Hokus-Pokus wird Sie nicht irre machen, und sonst ist die Frau wirklich eine psychologisch merkwürdige Erscheinung. Der Geisterklang unserer heutigen Todesfeier passt gar nicht übel zu einer solchen Szene und soll vielleicht nur die gespenstische Overtüre dazu sein. Kommen Sie immer. Er zog mich fort. Ich kann Ihnen meine Überraschung beim Eintreten unmöglich beschreiben. Das Innere dieser, wie gesagt, in das tiefe Gebüsch fast ganz hineingeklemmten Hütte bot einen gar zu sonderbaren Kontrast dar. Im Hintergrund flammte ein großes Kaminfeuer, welches seinen Zweifelschein über die ziemlich schwarz geräucherten Wände verbreitete, die hier und da mit Tannenzweigen besteckt waren, deren dunkelgrün die wunderliche Dekoration von altem Gerümpel, wurmstichigen Repositorien mit einigen bestäubten Büchern, Fiolen und so weiter sonderbar unterbrach. Dazwischen blitzten mehrere blank gescheuerte Zinn und kupferne Küchengeräte hervor. Die Wahrsagerin selbst saß mit ihrem großen Spinnrade gegen das Feuer gekehrt und wendete uns den Rücken zu. Jetzt erhob sie sich indes beim Gruße des Magisters, den sie schon früher gesehen zu haben schien, und wie soll ich ihnen den Anblick dieser Frau beschreiben? Ich schätzte sie einige vierzig Jahre alt, aber die vollkommene Leichenblässe ihres Antlitzes ließ sie auch wieder älter erscheinen. Leben erhielt dieser Totenkopf durch ein paar sprechende schwarze Augen, die sich sogleich mit einem Ausdrucke von teilnehmender Neugierde, in welche sich sichtlich Verlegenheit mischte, auf mich richteten, und dann wie fragend auf den Magister abglitten. Ja, ja, Mutter Anna, antwortete dieser auf die stumme Frage, ich und mein Freund da, auf mich zeigend, wir sind bei dem Schneetreiben verirrt und wollten uns mit eurer Erlaubnis ein wenig bei euch erwärmen und ausruhen. Könnt ihr uns eine Schale Kaffee machen? Gern, gern, meine Herren, rief sie wie erleichtert und uns beide Hände reichend, seien sie mir von Herzen willkommen, das wilde Heer saust in den Lüften und der Abend ist schaurig, schätzen sie sich glücklich unter Dach und Fach zu sein. Sie sagte dies mit einem Tone und in einem Dialekte, der mich die Bauernhütte vergessen machte. Wer ist nun diese Frau eigentlich? Ich habe bei meinen späteren Erkundigungen nichts über sie herausbringen können, als daß sie vor einer Reihe von Jahren aus der Fremde hierher eingewandert sei. Sie behandelt die Menschen und Haustiere ärztlich und da ihre Kuren fast immer von bestem Erfolg gekrönt sind, so scheint die Polizei ihr Treiben zu ignorieren. Die Behörde hat darin vielleicht recht, da sich die ganze sogenannte Arzneiwissenschaft doch nie auf eine höhere als die empirische Stufe erheben wird, so sollte man vielmehr ein ganz besonderes Vertrauen zu Personen hegen, die ihre ganze Zeit und Aufmerksamkeit dem medizinischen Erfahrungswege ausschließlich widmen. Dass die Frau nebenher wahrsagt, lieber Gott, Praktika ist multiplex und man hat auf dem Lande wohl noch andere Vorurteile zu respektieren. Der bestellte Kaffee war bald fertig und erschien in so blankem Geschirr, dass wir Appetit zum Tranken niedersetzten. Mutter Anna hielt sich in bescheidener Entfernung am Kaminfeuer, ohne sich in unsere Unterredung zu mischen. Ihre ganze Aufmerksamkeit schien auf das Unwetter gerichtet zu sein, das durch den Föhrenwald brauste und mit jedem Augenblick zunahm, die kleinen runden Fensterscheiben der Hütte klirrten und die Flammen des Kamins loderten unruhig. Welch ein Wetter, redete der Magister endlich die Alte an, indem er ihr eine Tasse Kaffee anbot, die sie dankend entgegen nahm. Welch ein schreckliches Unwetter, Mutter Anna, wie werden wir nach Hause kommen? Der Mond, erwiderte sie, geht um zehn Uhr auf und dann wird sich der Sturm legen. Ich höre, dass er schon nach Abend umspringt. Sie werden noch das schönste Wetter bekommen und vor Mitternacht zu Hause sein. Nehmen sie sich nur auf dem Kreuzweg in Acht. Es ist heute Manasse, dann scheucht es dort. Fußnote Ein Provinzialism, den vielleicht mehrere meiner Leser nicht kennen. Der Landmann Sachsens, wo diese Szene spielt, sagt zu jeder vermeinten gespenstischen Erscheinung, es scheucht, oder, wie er es ausspricht, es schächt. Das Wort ist bezeichnend. Ende Fußnote Ei, rief der Magister, Mutter Anna, wie genau ihr uns vorherzusagen wisst. Ihr solltet uns wahr sagen. Vielleicht trifft alles so genau ein, als wir es von eurer Wetter Prophezeiung wenigstens wünschen. Die Frau erwiderte nichts, nahm aber eine sehr feierliche Miene an, die die festeste Überzeugung auszusprechen schien. Diese Miene der Überzeugung habe ich ähnlichen Aberglauben schon öfters begleiten sehen. Der Umgang mit dem übersinnlichen besticht selbst diejenigen, die einen äußeren Zweck damit verbinden. Sie täuschen nicht allein, Sie sind selbst getäuscht. Liegt dies vielleicht in der Gewalt der Behörde, mit der Sie verkehren? Mich ergriff der Vorschlag des Magisters auf auf eine sonderbare Weise. Die ganze Peinlichkeit und Zweideutigkeit meiner dermaligen Situation, wie ich Ihnen dieselbe eingangs geschildert habe, fiel mir mit einem Male auf das Herz. Die Worte der alten Anna, wie sie nun auch ausfallen möchten, konnten ein Gewichtlein mehr in die eine oder andere Waagschale legen. Vielleicht zögst. Nennen Sie Mensch nun eigentlich greifen, wenn ihn das Schicksal an einen Scheideweg verstößt und ihn zu wählen zwingt, wo seine rationelle Einsicht doch nicht ausreicht. Wer viel reflektiert und die Unzureichenheit der Reflexion in den meisten Fällen erkannt hat, der möchte zuletzt fürwahr abergläubisch werden, wenn die Appellation an das Übersinnliche sonst den Namen verdient. In diesem Sinne verstehen Sie mich ja recht, damit ich nicht mit mir selbst und dem, was ich eingangs geäußert habe, in Widerspruch zu stehen scheine. Ich kenne einen sehr wackeren Gelehrten, einen Mann von Geist und Charakter, genug einen ganzen Mann, der in ähnlichen Fällen erkannter Inkompetenz der eigenen Einsicht von seinem jüngsten Sohne eine Bibel auf das Gerate wohl aufschlagen läßt und seinen Entschluß vermittels Interpretation der solcher Gestalt aufgeschlagenen Bibelstelle bestimmt. Lieber Freund, an die Bibel so blindlings oder an Mutter Anna eine Frage richten, aufrichtig, ist denn da der Unterschied eben so groß? Diese oder ähnliche Betrachtungen stellte ich etwa auch an, als ich dem Magister zustimmte. Ja, wirklich, wandte ich mich zur Zauberin, ihr solltet uns wahrsagen, Mutter Anna. Mir liegt ohne dies etwas auf dem Herzen, wo ich mir nicht recht selbst Rat weiß. Vielleicht treffen es eure Karten. Die Frau schaute mich mit eigentümlichem Blicke an, und eine feine Röte brach durch das kranke Blass ihres Gesichtes. Man sah es ihr an, dass sie unserem Verlangen mit einer Art von Bangigkeit nachgab. Ich habe bei der Art, wie sich ihre Prophezeiung erfüllte, nachher oft genug Gelegenheit gehabt, hieran zurückzudenken. Genug, Mutter Anna griff nach den Karten, und sie erlassen mir wohl die Schilderung der Art und Weise, wie eine Kartenschlägerin mit ihren Einleitungen zu Werke geht. Mir wird der Moment, wenn sie bei dieser Versicherung auch lächeln sollten, unvergeßlich bleiben. Der Erfolg und die Natur selbst hatten dafür gesorgt. Der Sturm war immer stärker angeschwollen und raste durch den alten Föhrenwald gegen die Hinterwand der Hütte, daß wir das Knacken der Balken vernahmen. Unter dem Mitternachtsfenster, aus welchem ich nach dem Monde sehen wollte, da die anderen ganz verschlossen waren, fand sich der Schnee mannshoch zusammengetrieben. Wie manches Schneetreiben habe ich gesehen, aber wir messen der Natur einen Rapport auf unsere Begebnisse bei und finden in der Furchtbarkeit eines Aufrohres eine Ankündigung, wenn dieselbe gleichwohl erst durch das Eintreten ihre Bedeutung erhält. In der stillen Voraussetzung des Zusammenhanges liegt das Wunderbare, und wenn der Sturm die Ahnung erweckt, so kann dies nur durch einen Anklang geschehen, für welchen die Seiten da sein müssen, auch ehe er sie berührt. Indes klang Mutter Annas Ausspruch in Bezug auf mich gar nicht so furchtbar. Sie sagte mir, ich habe eine große Reise und Veränderung vor, müßte dieselbe aber ausführen, um vielem Verdrüsse, den sie drohen sähe, zu entgehen. Die wackere Frau zitierte dabei einen Vers aus einem alten Kirchenliede, den ich nicht wörtlich behalten habe, dessen Sinn aber etwa der war, daß wir bei Schicksalen zwar sehen, was Gott uns raube, aber nicht, was er uns spare, und daß erst nach längerer Zeit klar werde, warum die Vorsehung gezwungen gewesen sei, diesen Weg mit uns einzuschlagen. Es sei dem allen nun wie ihm wolle, genug, der alten Worte brachten damals einen rührenden und tröstenden Eindruck auf mich hervor, sie halfen meinen Entschluß zur Reife zu bringen, und Freund, möchten sie zu entscheiden wagen, ob von den Mitteln, zu denen sich die Vorsehung herabläßt, um einen solchen, noch wankenden Entschluß zu bestimmen, dieser Impuls ausgeschlossen sei. Als die Wahrsagerin aber die Karten für den Magister, der indessen zu dem immer unruhiger emporlodernden Kaminfeuer getreten war, eingerichtet hatte, sahen wir sie plötzlich bestürzt zurückfahren. Gleichsam selbst überrascht rief sie, Herr Magister, Ihr Haus bedroht ein Unglück, ich sehe Tod und Grab, es stirbt eins aus ihrer Familie auf traurige Weise. Der sonst sehr gefaßte und ernste Mann war sichtlich betreten, und der Mond, der in diesem Augenblicke die Wolken durchbrach und sein Licht schauerlich mit dem Fackellichte des Kamins mischte, ließ sein blass blass gewordenes Gesicht ganz erdfahl erscheinen. Tadeln sie ihn auch nicht, der Erfolg hat nur zu sehr bewiesen, daß seine Erschütterung von einer stärkeren Gewalt ausging. Indes faßte er sich, und da das Unwetter jetzt, beim Höhertreten des Mondes, den Vorherverkündigungen der alten Gemäß wirklich bald nachließ, so machten wir uns nun auf den Rückweg nach der Stadt. Es war darüber fast Mitternacht geworden. Wissen Sie, fragte mich der Magister unterwegs, nachdem wir eine Weile stumm nebeneinander her durch den tiefen Schnee geschritten waren, wissen Sie, warum mich die Worte des alten Weibes so überrascht haben? Mein ältester Sohn leidet, was bis jetzt seiner und der Mutter wegen außer Gott, dem Arzte und mir noch niemand weiß, an einem Brustübel, und ich bin darüber oft in stiller Besorgnis gewesen. Auf ihn bezog ich in meiner Überraschung die Worte der Alten. Aber morgen soll er mir fort von den Büchern auf unser Land gut. Die freie Luft wird ihm wohl tun, und wenn unser abenteuerlicher Besuch bei dieser Kartenschlägerin weiter nichts Gutes gehabt hat, so bin ich dadurch wenigstens in einem Entschluss bestärkt worden, dessen Ausführung ich sonst bis in den Sommer hinaus geschoben hätte. Somit schieden wir. Zwei Tage darauf schickte der Magister den jungen Mann wirklich nach seinem an der Erschen Grenze gelegenen Landgute ab, um dort eine Milchkur zu gebrauchen. Diese schlug auch vortrefflich an, und doch entging der arme Vater, wie Sie unten hören werden, dem ihm angedrohten Schicksale nicht. Macht nur Eure Einrichtungen, arme, kurzsichtige, schwache Sterbliche, es kommt doch, wie es soll, und die vermeinten Vorbeugungsmittel selbst müssen gerade dahin führen. Hatte ich nicht oben mit dem Optimisten Condit den Philosophen Martin gefragt, a quel fin ce monde a-t-il donc été formé, und hat der Philosoph nicht geantwortet, pour nous faire éranger? Wahrlich, wenn es keinen Hintergrund des Lebens gäbe, so wollte ich wohl, bloß auf den Grund meiner Erfahrungen, alle Konsequenzmacher zum Schweigen bringen, aber lassen wir's, die Untersuchung hat nichts Tröstliches. Mein Abgang von B wurde indessen durch die Umstände beeilt, und, darf ich Ihnen meine Schwäche gestehen, das Wort der alten Sibylle blieb auch nicht ohne Einfluß auf meinen Entschluß. Ich wiederhole es Ihnen, wenn man lange gelebt, wenn man viel und tief beobachtet und das stolze Vertrauen jugendlicher Energie auf eigene Lebensführung eingebüßt hat, so ist man in den Fällen, in welchen die Reflexion nicht mehr das ganze Gesichtsfeld der Situation beherrscht, geneigter, allerhand Stimmen zuzuhören. Nennen Sie mir diese Hinneigung zum Hören jedes Rates, er komme nun aus welchem Munde er wolle, nicht aber glauben. Wenn man die Reflexion erschöpft hat, nicht er, dann ist es erlaubt, auf stillere Stimmen zu lauschen. In Folge dieses nunmehrigen festen Entschlusses wegzugehen, kündigte ich dem Bankiershause R., welches damals in B. eines uneingeschränkten Kredites genoss und bei welchem ich sowohl mein ganzes eigenes als meiner Mündel Vermögen belegt hatte, eine Summe von nahe 40.000 Thalern, die mir auch in den bedungenen Fristen auf das Prompteste ausgezahlt wurden. Freund, und was geschah? Schon sechs Monate nachher, als ich B. kaum verlassen hatte, verlierte, wie Sie damals vielleicht selbst beachtet haben, dieses große, unermesslich reich gehaltene Haus infolge einer einzigen unglücklichen Spekulation. Ohne meinen Weggang würde ich aber an eine Kündigung nicht gedacht haben, eigenes und fremdes Vermögen eingebüßt und mich sehr unglücklich gemacht haben. Mutter Anna hatte also in Bezug auf mich recht gehabt. Mein Abgang aus B. war notwendig, um größerem Ungemach für mich vorzubeugen. Und doch, o Geschick, gab es kein Mittel, auf andere Weise zum Ziele zu kommen? Ist das Leben so arm, um ein Ungemach durch etwas anderes als ein anderes Ungemach abzukaufen? Und musste das Opfer meiner angenehmen Situation zu B. gebracht werden, nicht damit ich glücklicher, sondern damit ich nicht unglücklicher würde? Übt euch nur in solchen Rätseln. Das Leben weiß euch mehr dergleichen aufzugeben. Aber auf eine schreckliche Weise ging das Wort der alten Hexe am Magister in Erfüllung, und wenn ich an den Jammer denke, mit welchem mir der Mann dies bei einer nachherigen Durchreise durch B. erzählte, So treten mir noch jetzt die wehmütigsten Zehren in die Augen. Und dabei fällt mir immer wieder der geheimnisvolle Schauer ein, mit welchem die Sibylle zurückfuhr, als sie seine Karten gesehen hatte. »Freund, wie ist das nur? Ich darf und will den Aberglauben nicht aufkommen lassen, dass die Enthüllung der Zukunft dem Kartenspiele eines alten Weibes anvertraut sein könnte. Aber sollte vielleicht angenommen werden dürfen, dass sich das Geschick zu Andeutungen herablasse, gesetzt auch, dass diese keinen anderen Zweck hätten, als das stille Nachdenken zu veranlassen, welches einem schon hereindrohenden schweren Schicksalsschlage vorangehen soll, um auf denselben vorzubereiten? Denken Sie einmal darüber nach, und teilen Sie mir gelegentlich Ihre Ansicht mit. Die Würde, wie die Milde der Vorsehung, scheint mir auf diese Weise gerettet werden zu können. Auf dem väterlichen Gute angelangt hatte Eduard, so hieß dieser Sohn des Magisters nämlich, die vorgeschriebene Milchkur gebraucht und war dadurch angeführtermaßen schnell hergestellt worden. Sein Aufenthalt auf dem Lande machte ihm zugleich das Landleben lieb, und der Vater gab seinem Wunsche, das Studium der Kameralwirtschaft, denen er sich anfänglich gewidmet hatte, sogleich gegen die Ökonomie zu vertauschen, unter diesen Umständen gerne nach. So war denn Eduard auf dem Gute geblieben und hatte sich bei dem Umfange der Wirtschaft auch bald nach einer Gattin umsehen müssen. Die Tochter eines benachbarten, reichen Eigentümers, Luise M., ein reizendes und wackeres Landmädchen, zog seine Aufmerksamkeit auf sich, und da die Eltern gegen die Wahl nichts einzuwenden gefunden hatten, so war der Tag der Verbindung bald angesetzt worden. Die Verwandten, die Hochzeitsgäste versammelten sich, alles atmete Freude und Lust, die Trauung ward vollzogen, und Eduard ist im Besitze seiner liebenswürdigen Luise der glücklichste Mensch, als sich diese ein Halbstündchen vor Mittagstafel noch auf einen Augenblick in häuslichen Angelegenheiten entfernt und auf ewig verschwindet. Alle Nachforschungen, alle Bemühungen sind vergeblich, keine Spur ist von Luisen zu entdecken, sie ist wie vertilgt von der Erde. Bei dem nächsten Heuschnitte endlich wird eine dicht hinter dem Hause gelegene, sumpfige Wiese, über welche ein Fußsteig zum Backofen führt, gemäht, und man entdeckt einen, auf einer sogenannten faulen Stelle versunkenen weiblichen Leichnam, nur die Haare des Scheitels ragen aus dem faulen Moor hervor. Es ist Luise. Die Unglückliche hat wahrscheinlich nach dem Gebäck im Ofen sehen wollen, hatte in ihrer Eile einen Weg quer über die Wiese genommen und war hier spurlos versunken. Malen Sie sich den Jammer der Eltern, malen Sie sich Eduards Verzweiflung selbst. Diese Verzweiflung, in Verbindung mit dem schnell wieder erwachenden Brustübel, zerrte unaufhaltsam an seinem jungen Leben, und nach noch nicht drei vollen Monaten lag er auf der Bahre, und so war der zweite Teil von Mutter Annas Prophezeiung erfüllt. Wie oft ist es gesagt, und wie kann es doch nie genug gesagt werden? Die Wege des Herrn sind unerforschlich. Der Geisterschauer unserer Trauertafel musste mich und den wackern alten Mann in die Hütte einer Wahrsagerin führen, wo wir beide den letzten Impuls zu einer noch nicht ganz entschiedenen Maßregel empfingen, für mich zu einem scheinbaren Glücke, wenn man die Abwendung eines großen Ungemachs anders so nennen darf, für ihn zu einer der allerfürchterlichsten Erfahrungen, die der Mensch machen kann. Ich lasse ganz auf sich beruhen, wie viel Vertrauen die Vorhersagung einer Wahrsagerin im Allgemeinen verdient. Ich würde mir lächerlich, ja, verächtlich vorkommen, sie zur beständigen Richtschnur meines Lebens zu nehmen. Diese aber sind eingetroffen. Zufall? Oder was sonst? Ich weiß es nicht. Genug ist es so. Ob die Vorhersehung, ich wiederhole es, in der Unergründlichkeit und Unermesslichkeit ihrer Fügungen und Führungen auch dieses Mittel zulässt, um einen für ihre Pläne wichtigen Entschluss zur Reife zu bringen, Wer wollte vermessen genug sein, es zu bejahen, wer es zu verneinen? Betet an immerdar, und wenn sie euch einst den Hintergrund des Lebens erschließt, so mag sie euch in ihrer Huld und Milde des Aufschlusses über das hinieden Unbegreiflich Gebliebene würdig finden. Ihrem Urteil aber, mein geliebter Freund, im Besonderen mag ich schließlich ebenso wenig vorgreifen. Wahrscheinlich sind wir einverstanden, und wenn wir es sind, so sagen sie mir dies bei unserem nächsten Zusammentreffen, durch einen stummen Händedruck, ohne des schrecklichen Vorfalls selbst weiter mit einem Worte zu gedenken. Es ist nun genug davon. Ende von Die Wahrsagerin Gelesen von Hokus Pokus Nürnberger Josef Christian Emil von Franz Brümmer in Allgemeine Deutsche Biografie Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Josef Emil Nürnberger entstammte einer französischen Familie, welche infolge der Aufhebung des Edikts von Nantes aus der Provence flüchtete und in dem gastlichen Nürnberg den französischen Familiennamen mit dem der deutschen Stadt vertauschte. Geboren am 25. Oktober 1779 zu Magdeburg, als der Sohn eines Kriegs- und Domänenrates, erhielt Nürnberger im väterlichen Hause eine ausgezeichnete Erziehung. Unter Leitung des Rektors Funk, damaligen Vorstehers der Magdeburger Domschule, erwarb er sich gründliche Kenntnis in den mathematischen Wissenschaften und trank so tief aus dem Brunnen des klassischen Altertums, dass er für sein ganzes Leben in steter und enger Berührung mit den alten Schriftstellern blieb. Leider war es ihm nicht vergönnt, sich dem Studium der Wissenschaften widmen zu können. Vielmehr wurde er durch den verderblichen Einfluß, den sich ein Schurke im elterlichen Hause zu erringen gewußt hatte, in die damals trostlose Laufbahn eines preußischen Postbeamten hinabgestoßen. Nachdem Nürnberger als solcher zuerst in Magdeburg, Zerbst und Bernburg gearbeitet, kam er 1801 als Postsekretär nach Landsberg an der Warte. Hier, an der großen Heerstraße von Paris nach Petersburg, lernte er in den Kriegsjahren alle Personen kennen, die damals in dem Weltendrama eine Rolle spielten. Von Napoleon und Alexander bis zu Davoust und Ney herab, und seine Kenntnis der französischen Sprache, eine damals für einen Deutschen seltene Fertigkeit, kam ihm dabei so wohl zu statten, dass ihm manche interessante Berührung mit den Korriphäen jener Gigantenzeit zuteil wurde. Aber mitten in den kriegerischen Drangsaalen versäumte er doch nicht seine Lieblingswissenschaften. Noch in Landsberg verfasste er seine tiefsinnige »Theorie des Infinitesimalkalküls« 1812, in welcher er auf die überraschendste Weise auf entgegengesetztem, ganz verständigem Wege zu den Resultaten der »Theorie der Funktionen von Lagrange« gelangte. Im November 1813 wurde Nürnberger als Kommissarius der Posten im Königreich Sachsen nach Leipzig und Halle versetzt. In der letzteren Stadt schrieb er »Die letzten Gründe der höheren Analysis« 1815 und erwarb sich durch seine Dissertationsschrift »Untersuchungen und Entdeckungen in der höheren Analysis« 1816 die Würde eines Doktors der Philosophie. Im Jahre 1816 kam Nürnberger als Postmeister nach Soran in der Niederlausitz. Hier nahm er seine Studien der klassischen Literatur wieder auf, übersetzte die »Eneid Virgils«, »Vier Bände 1821«, in welche Übersetzungen des zweiten und vierten von Schiller übersetzte Buch aufgenommen wurde, »Die Oden des Vorrats« in »Deutschen Reimversen«, »Zwei Bände«, 1825, »Vergils Georgica«, 1825 und »Eklogen«, 1828, »Ovids »Metamorphosen in »Deutschen Jampen«, 1831 und »Tibuls Elegien«, 1838. Es muss zugegeben werden, dass die Form, welche Nürnberger für die Gedichte des römischen Altertums wählte, dem altertümlichen Geiste weniger förderlich sein konnte, doch ist das Urteil einer literarischen Klick jener Zeit, wonach Horatz und Vergil nürnbergerisch gehobelt als Puppen von Holz am Drahte sich drehen, unbegründet und hart. Im Jahre 1823 zum Hofrat ernannt, kam Nürnberger 1829 als Postmeister nach Landsberg an der Warte, wurde hier später zum geheimen Hofrat, zum Postdirektor ernannt und mit der Führung des dortigen Postamtes betraut. Da seine amtlichen Funktionen durch besondere Gunst des Generalpostmeisters von Nagler bedeutend ermäßigt waren, fand Nürnberger voll auf Muße, schriftstellerisch weiterzuwirken. So schuf er eine Reihe astronomischer und naturwissenschaftlicher Werke, »Astronomische Abendunterhaltung«, 1831, »Natur- und Gewerbswissenschaftliche Berichte«, 1837, »Astronomische Reiseberichte«, 1839, »Über das Zerfallen unseres Planetensystems in zwei große Gruppen«, 1839, die alle den Geist ernster Philosophie und tiefer Betrachtung tragen, vor allem aber jenes großartige Werk, das bestimmt war, eine längst gefühlte Lücke in der Literatur auszufüllen, sein »Populäres Astronomisches Handwörterbuch«, »Zwei Bände 1841 bis 1848«, das er bis zum Buchstaben W fortführte und das von »S. Nathan« und »Woldemar Nürnberger« vollendet ward. Ebenso fruchtbar war er auf schöngeistigem Gebiet. Seinem »Novellenkranz«, 1830, folgten »Erzählungen«, »Zwei Bände«, 1834, »Ernste Novellen und Skizzen«, 1839, und »Ernste Dichtungen«, 1842. Sein bedeutendstes Werk auf diesem Gebiete bleibt jedoch sein philosophischer Roman in Briefen an eine Freundin, »Stillleben«, 1839, worin er von einem Gange durch die Weltenordnung über uns die triumphierende Überzeugung von der Fortdauer der menschlichen Seele nach dem körperlichen Tode als leuchtende Sternenfrucht herabbringt. Bei Gelegenheit seiner Jubelfeier am 12. Dezember 1847 wurde Nürnberger zum Oberpostdirektor ernannt und am 6. Februar 1848 starb er zu Landsberg an der Warte. Neuer Nekrologe der Deutschen, 26. Jahrgang, Seite 154. Ende von Nürnberger, Josef Christian Emil, gelesen von Hokus Pokus. Die neuen Modelle werden nicht in diesen Schaufenstern ausgestellt, sondern sind nur im Innern der Geschäftsräume zu besichtigen. Über diese Inschrift im Schaufenster eines größeren Modewarengeschäfts hat sich wohl schon mancher Uneingeweihte gewundert, und selbst viele Frauen, die doch Sachverständige in derartigen Dingen sind, wissen nicht, dass diese Inschrift nur angebracht ist, weil sich der Inhaber des Geschäfts gegen die Spionage schützen will, die betreffs neuer Modelle für Damenkleider und Hüte beständig ausgeübt wird. Der Kampf zwischen den Erfindern neuer Modemodelle und den Leuten, welche versuchen, sich diese neuen Erfindungen widerrechtlich anzueignen, ist ebenso originell wie interessant. Vor einem der großen Pariser Häuser, in dem ein König der Mode thront, der zu seinen Kundinnen nur wirkliche Millionärinnen und Fürstinnen von reinstem Geblüt zählt, der in seinen Ateliers die Modelle für die Mode herstellt, die während der nächsten Monate in der ganzen Welt maßgebend sein wird, fährt ein hochelegantes Automobil vor. Der Lenker des Automobils und der neben ihm sitzende Diener zeigen eine einfache, aber vornehme Livree. Der Diener öffnet den Schlag und eine elegante Dame, der man auf weite Entfernung ansieht, dass sie mindestens 16 ritterbürtige Ahnen hat, entsteigt im Fahrzeug. Der Diener eilt nach dem Kontor des berühmten Modehauses und meldet die Herzogin Elle aus London an, welche gekommen ist, um Einkäufe zu machen. Die Hoheit wird mit allen Ehren empfangen und nach dem mit höchstem Luxus eingerichteten Probesalon geleitet, in welchem die neuen Modelle von Kleidern vorgeführt werden. Mehr als ein Dutzend männlicher und weiblicher Angestellter der Firma sowie der Chef selbst sind anwesend, um die hohe Kundin zu empfangen. Die Herzogin spricht nur gebrochen Französisch und wünscht, dass ihr Diener den Dolmetscher machen soll, denn der sei geborener Franzose. Allein der Chef der Firma erklärt ebenso höflich wie entschieden, dass es dem Diener unter keinen Umständen gestattet sein würde, den Probesalon zu betreten, denn das sei gegen die Grundsätze des Geschäftes. Der Diener muss also draußen bleiben und die Herzogin macht gute Miene zum bösen Spiel. In ihrem gebrochenen Französisch, das sie ganz entzückend ausspricht, erklärt sie, sie wünsche die neuesten Gesellschaftstoiletten zu sehen, da sie einen größeren Bedarf für die Londoner Saison habe, die in allernächster Zeit beginne. In wenigen Minuten steht eine kostbare Modellrobe auf kunstvollem Gestell, das auf Rollen läuft vor der Herzogin. Ihre Hoheit legt die goldene Lornette an die Augen und mustert kritisch die Robe. Dann sagt sie, ist das wirklich das Allerneueste? Das Allerneueste, das wir haben, erklärt der Chef des Hauses. Diese Robe ist erst vor einer halben Stunde bei uns eingeliefert worden. Hoheit sind die erste Person, welche überhaupt diese Robe sehen. Die Herzogin scheint noch nicht überzeugt. Sie tritt an das Gestell heran und prüft sorgfältig den Stoff, fährt auch leicht mit der Hand über einzelne Teile der kostbaren Robe. Ich möchte etwas anderes sehen, sagt sie dann vornehmen. Der Chef der Firma hat mit seinen männlichen und weiblichen Angestellten einige rasche Blicke des Einverständnisses gewechselt. Jetzt verbeugt er sich höflich und erklärt, Hoheit bemühen sich dann wohl in ein anderes Geschäft, denn wir haben nichts Neueres als dieses und können nichts Besseres zeigen. Ein ironisches Lächeln spielt dabei um seine Lippen. Die Herzogin verlässt in hoheitsvoller Haltung den Probiersalon, um sich mit dem draußen harrenden Diener nach dem Automobil zu begeben und fortzufahren. Sobald sie die Tür geschlossen hat, hört sie hinter dieser das laute Lachen aller männlichen und weiblichen Angestellten. Die Überrumpelung durch eine Modespionin ist abgeschlagen. Man hatte ihr absichtlich ein altes Modell vorgeführt und an den wenigen Handbewegungen, welche die angebliche Herzogin machte, als sie den Stoff prüfte, hat man sofort die Konfektionöse erkannt. Die angebliche Herzogin ist die Spionin eines Konkurrenzgeschäftes aus London oder New York. Ihre Vornehmheit, ihr Titel, ihre Dienerschaft, alles ist gefälscht oder geborgt. Nun, die Spionin kann sich solche Ausgaben leisten, denn sie werden ihr von der Firma reichlich ersetzt und Geld spielt dabei keine Rolle. Bezieht doch zum Beispiel eine Spionin von dem Londoner Hause, in dessen Dienst sie steht, jährlich ein festes Gehalt von ungefähr 12.000 Mark. Dass man auch den Diener nicht einließ, hatte seine ganz bestimmten Gründe. Er war ein männlicher Spion, ebenfalls ein Fachmann, der mit sicherem Blick und gutem Gedächtnis ausgestattet, nach Vorführung der Modelle imstande gewesen wäre, aus dem Gedächtnis die neuen Formen sofort nachzuzeichnen und besonders die Farbzusammenstellungen wiederzugeben. Eine der Direktriessen des Welthauses glaubt sogar, in dem Diener den Reisekurier jener amerikanischen Milliardärin wiederzuerkennen, der vor drei Tagen da war und erklärte, seine Auftraggeberin käme mit dem nächsten Dampfer in Cherbon an und würde direkt nach Paris reisen, um hier Einkäufe zu machen. Jener angebliche Reisekurier bat, Tag und Stunde anzusetzen, zu der der Besuch der Milliardärin angenehm sei. Als man ihm Modelle vorführen wollte, lachte er und erklärte, Gott sei Dank verstehe ich nichts von diesen Dingen. Sie wissen, wir Amerikaner überlassen derartige Sachen den Frauen. Wenn Sie mir aber vielleicht ein paar neue Farbenzusammenstellungen zeigen könnten, wäre Ihnen und mir das Geschäft erleichtert, denn meine Auftraggeberin hat einen sehr eigenartigen Geschmack für Farbenabtönungen und vielleicht könnte ich Ihnen gleich sagen, ob sich unter Ihren neuesten Modellen diese Farben vertreten finden. Mit dieser anscheinend so harmlosen Redewendung hatte sich aber auch der angebliche Kurier dem mißtrauischen Inhaber des Geschäftes schon verraten. Er wollte nur an die neuesten Modelle herangelassen werden, um sie gewissermaßen mit photographischer Treue in sein Gehirn aufzunehmen. Von der vornehmen Spionin bis zu der kleinen Schneiderin der Provinzstadt, die in die größere Stadt kommt, um sich hier vor dem Schaufenster der Konfektionsgeschäfte heimlich Skizzen zu machen, treibt man die Modespionage im Großen und im Kleinen. Natürlich, wenn der Inhaber des Geschäftes sieht, dass draußen jemand skizziert, fährt er sofort aus dem Laden heraus und weist die skizzierende Persönlichkeit weg, indem er gleichzeitig auf das Strafgesetzbuch und das Gesetz betreffend den Schutz geistigen Eigentums aufmerksam macht. Die Spionin im kleinen Stil ist deshalb nicht minder vorsichtig wie ihre Kollegin im Großen. Zum Ärger des Ladeninhabers steht sie halbe Stunden lang vor dem Schaufenster, welches neue Hutformen enthält, und prüft Hut um Hut. Dann geht sie davon, hält sich im Schalterraum des nächsten Postamtes kurze Zeit auf, um hier in Ruhe auf mitgebrachtem Papier an einem der zur Verfügung des Publikums stehenden Schreibpulte eine Skizze zu entwerfen, kehrt dann wieder nach dem Schaufenster zurück, prägt sich neue Einzelheiten ein und begibt sich wieder nach dem Schalterraume oder nach einer Konditorei, um hier die Skizze weiter auszugestalten. Voll Wut sieht der Ladeninhaber die Spionin immer wiederkehren und seine ausgestellten Neuheiten mustern, aber er kann nichts gegen sie unternehmen, denn sie zeichnet nicht ab und macht keine Versuche, heimlich zu fotografieren. Um diesen ganzen erbitterten Kampf zwischen Modellbesitzern und Modespionen zu erklären, der unwillkürlich an den Kampf zwischen Einbrechern und Geldschrankfabrikanten erinnert, weil auf beiden Seiten außerordentlich viel List und Geschicklichkeit aufgeboten wird, müssen wir uns vor Augen halten, wie die Mode entsteht und für die Kulturwelt geschaffen wird. In großem Publikum glaubt man, die Mode sei ein Zufall oder sie würde von einzelnen berühmten Persönlichkeiten, zum Beispiel von Künstlerinnen oder von ersten Damen der Gesellschaft gemacht. Das war vielleicht früher einmal der Fall. Heutzutage wird die Mode systematisch kreiert durch die Chefs der berühmten Konfektionsfirmen in Paris und London und durch deren Generalstab von Künstlern und Künstlerinnen. Mit einem Aufwande von monatelangen Mühen, von riesigen Kosten werden hunderte von verschiedenen Skizzen entworfen, geprüft, verworfen, kombiniert, umgearbeitet, bis endlich eine Anzahl Skizzen angenommen ist, welche nach dem feinen Gefühl des Chefs des betreffenden Hauses und seiner technischen und kaufmännischen ersten Gehilfen beiderlei Geschlechtes wohl geeignet sind, einen Erfolg zu erzielen. Dann werden diese Skizzen in natürlicher Größe farbig ausgeführt und danach mit äußerster Vorsicht, damit ja nichts von dem Geheimnis in die Öffentlichkeit dringt, angefertigt. Man verwendet in den Ateliers der Firma, welche diese Modellroben oder Hüte herstellt, nur ausgesuchte, durchaus sichere Leute, die man lange Jahre kennt, denn auch unter das Ladenpersonal, ja unter das Hauspersonal, welches die Reinigung in den Geschäfts- und Kontorräumen sowie in den Werkstätten besorgt, suchen sich sehr oft Spioninnen einzuschleichen. Man fertigt nun ein bis zwei Dutzend aller neuster Modelle an, welche in Bezug auf Form und Schnitt des Kleides, Farbe und Farbenzusammenstellung, Besatz, Knöpfe, durch die Eigenart der verwendeten Stoffe und so weiter wirklich als neue Modelle betrachtet werden können. Jedes dieser Modelle stellt sich für den Inhaber des Geschäftes nach Berechnung aller Kosten auf 20.000 Fr. und darüber. Diese Modelle sind aber sofort wertlos, und der Geschäftsinhaber steht ohne Neuheiten da, wenn es kleineren Firmen gelingt, sich von den Modellen eine Kopie zu beschaffen. Namentlich vor den billigen Warenhäusern haben die großen Firmen in Paris und Loudon außerordentliche Angst, und am meisten fürchten sie die Amerikaner und die Deutschen. Wird durch Spionage ein solches Modell einem großen Hause in Amerika oder Deutschland übermittelt, das billige Waren herstellt, und das die neue Form, Farbenzusammenstellung oder Ausstattung der Robe oder des Hutes mit einigen Änderungen in billigem Material kopiert, und in Tausenden und Abertausenden von Exemplaren auf den Markt bringt? So ist natürlich das Originalmodell vollkommen entwertet. Die reichen Amerikanerinnen zum Beispiel, die Einkäufe von Hunderttausenden machen, suchen sehr sorgfältig, ehe sie in Paris einkaufen, auch die Konfektionsgeschäfte in Berlin, in London und Brüssel ab, und haben sie dort irgendetwas gefunden, das an die Originalmodelle erinnert, die sie in Paris finden, so kaufen sie die Letzteren natürlich nicht mehr. Aber auch der kleine Damenschneider oder die Schneiderin, welche für eine weniger vermögende Kundschaft arbeitet, will sich diese Kundschaft erhalten und neue gewinnen, indem sie nach der allerneuesten Mode arbeitet, nach einer Mode, die noch neuer ist, als die, welche die Frauenzeitungen bringen. Die Putzmacherin der Kleinstadt will ihre Kundschaft mit neuen Kopfbedeckungen beglücken, für die sie nicht die teuren Modellkosten in Paris oder der nächsten Großstadt bezahlen möchte. Deshalb eben sucht sie sich heimlich, neue Ideen und Modelle zu beschaffen, indem sie die Schaufenster der nächsten Großstadt studiert und sich Skizzen macht. Die Vertreter der großen Konfektionsgeschäfte in allen Städten des Deutschen Reiches, Österreich-Ungarns, Italiens, England, fahren gewöhnlich zweimal jährlich nach Paris, um dort in den großen Konfektionsgeschäften Modelle zu erwerben, nach denen sie dann ihre Produkte anfertigen lassen. Diese Modellkleider und Hüte werden mit Tausenden von Franken bezahlt und da im Anfang Juni immer schon die nächste Wintermode fertig ist und ebenso im November oder Dezember die Mode für den nächsten Sommer bereits bestimmt ist, haben die Inhaber der großen Konfektionsgeschäfte, welche auf reellem Wege die Modelle erwerben, natürlich Zeit genug, um die Ideen der Modelle noch durchzuarbeiten, dem Sondergeschmack des betreffenden Landes anzupassen und dann in einer genügend großen Zahl kopieren zu lassen, um an die kleineren Geschäfte der Provinz die Produkte dutzendweise zu verkaufen. Aber selbst diesen ehrlichen Käufern gegenüber haben die großen Pariser Geschäfte vor kurzem eine Vereinigung gebildet, welche grundsätzlich die neuen Wintermodelle nicht vor dem 15. August zeigt. Die Ablieferung angekaufter Modelle für das Ausland erfolgt nach Amerika nicht vor dem 7. September, vor Europa nicht vor dem 15. September. Männer sind gewöhnlich nicht geneigt, die Wunderwerke der Schneider- und Putzmacherkunst mit besonderer Achtung zu betrachten. Vielleicht haben diese Kunstwerke für sie jetzt mehr Interesse, wenn sie erfahren, dass um ihretwillen ein so umfangreicher Krieg der List und des Geschäftsinteresses geführt wird. Ende von Modespionage Gelesen von Rebecca Braunert-Plunkert Hans im Glücke von Ludwig Bechstein Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Hans im Glücke Es war einmal ein Bauernknabe, hieß Hans, ein ehrlich Blut, dünkte sich nicht auf den Kopf gefallen, der diente treu und ehrlich einem großen, reichen Herrn einer Reihe von Jahren. Zuletzt aber bekam Hans das Heimweh, wollte gern bei seiner Mutter sein und sprach seinen Herrn um den verdienten Lohn an. Der gab Hansen ein Stück Gold, das war so groß wie Hansens Kopf und Hansens Kopf gehörte nicht zu den dünnsten und kleinsten. Der war zufrieden, packte den schweren Goldklumpen in ein Tüchlein und machte sich auf die Spazierhölzer. Das Gehen wurde ihm aber blutsauer, er schwitzte, dass er troff, denn der Goldklumpen war schrecklich schwer. Er mochte ihn tragen, wie er wollte, auf dem Kopf oder auf den Schultern. Da trottelte ein Reiter leicht und wohlgemut an Hans vorbei, saß auf einem spiegelglatten Pferd. »Ei«, rief Hans, »Reiten ist eine schöne Kunst, wer sie kann und ein Pferd hat.« Der Reiter hielt sein Rösslein an, weil er Hansens Rede in seine Ohren hineingehört hatte und fragte ihn, womit er sich denn da so mühselig schleppe. »Ach, es ist Gold, pures, schweres Gold.« »Der Mensch ist ein geplagtes Tier«, sagte Hans, indem er den Klumpen ächzend zur Erde warf. »Ei«, sprach der Reiter, »wenn du gern reiten willst, so lass uns einen Tausch machen. Gibst mir deinen Lastklumpen und nimmst mein Pferd dafür.« Das ließ sich Hans nicht zweimal bieten. Er rief fröhlich, »Top, schlag ein!« Und der Handel war geschlossen. Der Reiter nahm das Gold und machte, dass er da mit Hansen aus dem Gesicht kam, dachte der Handel könnte jenen reuen. Hans aber kletterte auf den Gaul und ritt davon, dass es stäubte. Aber nicht gar lange, da tat das Pferd einen Satz, dass Hans, der nicht reiten konnte, herunterfiel wie ein Nusssack, konnte kaum ein Glied regen. Einen Bauer, der mit einer Kuh des Weges zog, fing das ledige Pferd und führt's dahin, wo Hans lag. Der weinte und rieb sich die Knochen. »Nimmermehr reiten! Tut nicht gut! Wer doch so ein sanftes Küchen hätte, wie ihr dort, guter Freund! Da könnte man tagtäglich Milch essen und Butter und Käse und wird nicht heruntergeworfen.« »Ei!« sagte der pfiffige Bauer. »Wenn euch die Kuh so wohl gefällt, so gefällt mir nun gerade auch euer mutiges Pferd.« »Gib euch die Kuh für das Pferd!« »Das ist ein guter Tausch, den lob ich mir«, sprach Hans, nahm die Kuh und trieb sie vor sich her, während der Bauer sich auf das Ross setzte. »Und Heidi hast du nicht gesehen, die Kuh zu melken?« Als Hans in ein Wirtshaus kam, verzehrte er seine letzten Paar heller, denn er meinte nun, da er die Kuh habe, brauche er kein Geld und marschierte weiter. Es war aber den Tag sehr heiß und noch eine weite Strecke zum Dorfe, wo Hans her war und wo seine Mutter wohnte, und es durstete Hansen. Da schickte er sich an, die Kuh zu melken, aber so ungeschickt, dass keine Milch kam und dass ihm zuletzt die Kuh einen Tritt gab, davon ihm hören und sehen verging und er nicht wußte, ob er ein Bub oder ein Mädchen war. Da trieb just ein Metzger des Weges mit seinem Jungen Schwein, der fragte mitleidvoll den geschlagenen Hans, was ihm fehle und bot ihm einmal, aus seiner Flasche zu trinken. Hans erzählte seine Abenteuer und der Metzger machte ihm bemerklich, dass von einer so alten Kuh keine Milch zu erwarten sei. Die müsse man schlachten. Hm, meinte Hans. Es wird auch keinen sonderlichen Braten geben, altes Kuhfleisch. Ja, wer so ein nettes, fettes Schweinchen hätte, das schmeckt. Und gibt Fetzenwürstel. Guter Freund, sagte der Metzger, wenn euch das Schweinchen so gefällt, so lasst uns einen Tausch treffen. Gerade auf, ihr das Schwein, ich die Kuh. Ist's recht. Ist schon recht, sagte Hans von Herzen innerlich froh über sein Glück. Zog heiter seine Straße und dachte, bist doch ein rechtes Glückskind, Hans. Immer wird der Schade wieder ersetzt. Oh, wie soll dieser Schweinebraten schmecken? Bald kam ein Bursche desselben Weges und holte den Hans ein. Der trug eine fette, schwere, weiße Gans im Arm. Grüßte Hans und da sie miteinander ins Gespräch kamen, erzählte er ihm, dass die Gans zu einem Kindstaufbraten bestimmt sei. Das müsste ein Braten werden, der seinesgleichen suche. Dabei ließ er die Gans den Hans wiegen und unter den Flügeln die Fettklumpen befühlen. Die Gans ist gut. Mein Schweinchen da ist aber auch kein Hund, sagte Hans. Wo hast du denn das Schwein her? fragte der Bursche und Hans erzählte, dass er es vor kurzem erst erhandelt. Da sah sich jener bedenklich um und sprach, höre, ein Wort im Vertrauen. Dahinten, im letzten Dorfe ist dem Schulzen alleweil ein junges Schwein gestohlen worden. Der Dieb hat's an dich verpascht und wenn jetzt der Flurschutz uns nachkommt, mich deucht, ich sehe seinen Spieß schon dort über den Kornähren blinken, so faßt er dich für den Dieb und du kommst statt mit dem Schwein in die Küche deiner Mutter in das Teufelsküche. Ach du, mein lieber Herrgott, was bin ich für ein Unglücksvogel, schrie Hans. Hilf mir doch um Gottes Willen, guter, liebster Freund. Weißt du was? sprach der Bursche. Geschwind, gib mir das Schwein und nimm du meine Gans. Ich weiß hierherum die Schleichwege und ich will mich schon unsichtbar machen. Gesagt, getan, Handel geschlossen und in zwei Augenblicken waren Bursch und Schwein dem Hans aus den Augen. Bin doch ein Glücksvogel, lachte Hans innerlich und trug die Gans eine gute Strecke. Vom Flurschutz oder sonst einem Nachsetzenden war nichts zu sehen. Hans berechnete den guten Braten, das Fett, die Federn, die Freude seiner Mutter und so kam er in das letzte Dorf vor dem Seinigen. Da stand ein Scherenschleifer an seinem Karren, der sah ganz fröhlich aus, schliff und pfiff und pfiff und schliff, dass es nur so schnurrte. Dann sang er einen lustigen Gassenhauer. Es kam ein junger Schleifer her, schliff die Messer und die Schere, hat's gern getan, tut's noch einmal, was geht's dich an. Was hast denn du davon? Hans blieb ganz verwundert stehen mit seiner Gans und hatte seine Verwunderung über des Schleifers Lustigkeit. Dann bot er ihm einen guten Tag und fragte, euch geht's gewiß recht gut, dass ihr so lustig und fröhlich seid? Wer's doch auch so hätte. Oh ja, mein guter Kamerad, sprach der Scherenschleifer, ich bin all dieweil lustig, immer Geld in der Tasche, kannst auch so haben mit deiner Gans. Woher hast du die Gans? Hab sie gekriegt für ein Schwein, berichtete Hans. Und das Schwein? Für eine Kuh gekriegt. Und die Kuh? Für ein Pferd eingehandelt. Und das Pferd? Einen Klumpen Gold hingegeben, so groß wie mein Kopf. Oh, du Schlaukopf! Und woher das Gold? Sieben Jahre gedient? Lohn bekommen? Fiffikus, dir fehlt nichts, als dass du ein Schleifer würdest wie ich? Dann klingt dir das Geld in allen Taschen. Dazu braucht es nur eines guten Hirnschleifsteins. Hier hab ich noch einen Liegen. Ist zwar schon etwas abgenutzt? Geht aber doch mit, wenn du ihn trägst. Den geb ich dir für deine Gans. Willst du? Ob ich will? Freilich, rief Hans ganz erfreut. Geld in allen Taschen ist eine schöne Profession. Der lose Schleifer gab dem guten Hans einen alten Wetzstein und einen Kiesel, der am Wege lag. Und Hans zog für Baß, ganz glücklich, dass sich alles so schön getroffen, meinte, er müsse in einer Glückshaut geboren sein. Aber die Sonne schien und brannte heiß. Hans hatte Hunger und Durst, war matt und müde und die Steine waren schwer, fast so schwer, wie der Goldklumpen gewesen war. Und er dachte, oh, wenn ich mich doch nicht mit diesen Schleifsteinen schleppen müsste. Da war ein Brünnlein am Wege, daraus wollte Hans seinen Durst löschen, bückte sich und beim Bücken fielen die Steine in den Brunnen hinab. Wer war froher wie Hans im Glücke, dass er so mit einem Male ohne sein Zutun die schweren Steine losgeworden. Freudig sprang er auf, los und ledig aller Sorgen, aller Lasten, pries sich als den glücklichsten Menschen und langte guten Mutes bei seiner Mutter an. Hans im Glücke Ende von Hans im Glücke Gelesen von Rebecca Braunert-Plankert Antonello, der Gondolier von Franz von Gaudi Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Antonello, der Gondolier Wir haben gestern wiederum das Fest der Heiligen Lucia gefeiert. Ich hege keinen Zweifel, dass wir es nicht alle als gute Christen begangen, dass jeder von uns seine Messe gehört und die wundertätige Heilige um milde Fürsprache angefleht habe, um ferneren Schutz und Schirm des Lichts seiner Augen, als deren Schutzpatronin unsere heilige Kirche die Märtyrerin erkennt. Den unleutbarsten Beweis aber, wie gnadenvoll die himmlische Helferin unser aller Bitten aufgenommen habe und wie barmherzig sie jederzeit über unser herrliches Venedig wache, finde ich mit Flammenschrift in den Augen meiner holzseligen Zuhörerinnen verziffert, in dem hellstrahlenden Glanz jener zauberisch glimmernden Gestirne, welche sich jetzt verschämt hinter das Seidennetz der langen schwarzen Wimpern flüchten, jener Sterne, denen Venedig von jeher den Ruf der irdischen Milchstraße verdankt und durch deren Zauber es auch fernerhin den Beinamen La Dominante und die ungeteilte Herrschaft über die Herzen der Männer behaupten wird, wenn auch Jüngere, vom Glück begünstigteren Nebenbuhlerinnen ihr den Dreizack streitig machen sollten. Die heiligste Lucea sei dafür in Ewigkeit gebenedeit. Auch ich war gestern in San Moise, um daselbst meine Messe lesen zu lassen. Auch ich habe die gnadenreiche Märtyrin angefleht, mir bis an mein Lebensende den schwachen Schimmer des altersmüden Auges zu lassen, einen hinreichenden wenigstens, um die alten Chroniken entziffern zu können, um aus dem Novellenschatz der italienischen Meister auch noch ferner jene Goldkörner, mit deren Gespinst ich eure Abendstunden zu empflechten bemüht bin, auszulesen. Nur genug des Lichtes, auch ohne führenden Hund den Weg nach der Riva degli Schiavone zu finden. Die Messe aber galt dem Seelenheile meines vor fünfzig Jahren dahingeschiedenen Vaters. Ja, meine geliebten Freunde, mit dem gestrigen Tage beschloss das halbe Jahrhundert, seit ich dem zärtlichsten Vater die Augen zudrückte, ihm, dem liebevollsten Gatten, dem redlichsten Venezianer seiner Zeit. Ihr alle habt ihn nicht mehr gekannt. Wohin ich rings um mich herblicke, strahlen mir feurige Augen von Gesundheit, von Jugendfülle strotzende Wangen entgegen. Schon umgibt mich eine zweite, dritte Generation. Wie ein altes Römerbild Trage ich aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Ich stehe allein. Aber wenn ihr, hochverehrte Freunde, meinen Vater Antonello auch gekannt hättet, wenn ihr auch Zeitgenossen des wackersten Burschen der Republik gewesen wäret, des geschicktesten Mandolinenspielers, des besten Tasso-Sängers, des gewandtesten Gondoliers, dessen Ruder jemals die Wellen des Canalazzo peitschte, des jedesmaligen Siegers bei der Regatta, ihr hättet ihn doch längst schon vergessen. Und wahrlich, die Zeit rauscht jetzt mit so schnellem Flügelschlage um die Erde, daß ein halbes Jahrhundert mehr als hinreichend ist, um die Namen der Großen und Mächtigen, der Feldherren und Fürsten zu Unleserlichen zu machen, geschweige denn den eines armen venezianischen Gondelführers. Übt Nachsicht daher, meine Gönner und Freunde, Nachsicht mit dem Sohne, wenn die Gefühle der Dankbarkeit gegen den Entschlafenen ihn verleiten, dessen Angedenken aus dem Schutt der Jahre an das Licht zu ziehen, wenn er mit vielleicht parteiisch erscheinendem Stolze seines Erzeugers gedenkt, wenn er euch am heutigen Abende nur von ihm und dem wunderbarsten Abenteuer seines Lebens unterhält. Mein Vater fühlte sein Ende nahen. Mit geschlossenen Augen lag er auf dem von Maisstroh gestopftem Pfühl, in den welken Händen den Rosenkranz und die bleichen Lippen zum lautlosen Gebet bewegen. Im Zimmer herrschte eine Totenstille. Sie ward nur von dem heimlichen Schluchzen der Mutter und der Kinder unterbrochen. Das Glockenspiel von Santa Maria dei Gesuiti tönte langsam und traurig aus der Ferne herüber. Und dann und wann hallte durch das geöffnete Fenster der einförmige Ruf der um die Ecken biegenden Gondoliere vom Kanal herauf. Die Strahlen der Abendsonne brachen durch das Weinspalier, welches unser Häuschen umflocht, und über das Gesicht des Sterbenden flogen abwechselnd rosenrote Lichter, bald wieder die Schatten der breiten Blätter. Da schlug er die großen schwarzen tief in der Höhle liegenden Augen noch einmal auf, schaute sich langsam im Kreise um, als wolle er die Angehörigen mustern und überzählen, aber auch keiner von den Seinigen fehle, machte mehrere vergebliche Versuche, seine erloschene Stimme zur vernehmlichen zu steigern, und begann dann, endlich, matt und häufig durch Erschlaffung unterbrochen, seine Rede. Schon seit Jahren war ich willens, euch, meine Lieben, zu vertrauten einer wundersamen, fast Unglaublichen, in meine Jugendzeit fallenden Begebenheit zu machen. Ich verschob es von Tag zu Tage, teils deine sattsam bekannte Geschwätzigkeit, mein gutes Weibchen befürchtend, teils auch in der Hoffnung, euch, meine teuren Kinder, noch dereinst als erwachsene, verständige Menschen, um mich versammelt zu sehen, und dann umso achtsamere Ohren, umso verschwiegenere Lippen zu finden. Ich zauderte zu lange. Der Himmel ruft mich schon früher ab. Meine Augenblicke sind gezählt, weiß ich doch nicht einmal, ob mir der Tod noch eine hinreichende Frist gestattet, um euch jenes langbewahrte Geheimnis zu entdecken. So vernehmt denn, aber zuvor schwört, schwört in die Hand des Sterbenden, dass ihr vor Ablauf voller fünfzig Jahre keinem Menschen von dem jetzt vernommenen eine Silbe entdecken wollt. Der Erbe einer großen, mächtigen Familie ward in mein Schicksal verflochten. Das Tribunal der Inquisition, setzte er kaum hörbar hinzu, ward genötigt einzuschreiten. Ein unbedachtsames Wort stellt eure Hütte der Willkür eines zuchtlosen, gewaltigen Adels bloß. Eure Häupter der Stränge des heiligen Uffizio schwört ein fünfzigjähriges Schweigen. Bis dahin können jene stolzen Namen erlöschen sein. Im Verlauf eines halben Jahrhunderts ist vielleicht ein anderer, beglückterer Marino Falieri entstanden. Ein Mann, welcher die Ketten des durch ein volles Jahrtausend erdrückten Volkes bricht und den Schrecknissen jenes geheimnisvollen Blutgerichts ein Ziel setzt. Schwört. Wir gehorchten dem letzten Befehle unseres Vaters und legten die Hände in seine kalten Absterbenden. Wir sprachen das zungenfesselnde Gelübde aus. Wir haben es treulich gehalten, meine Mutter, die Geschwister bis an ihren Tod, und ich, der alle Überlebende bis der Termin erloschen, bis die Prophezeiung des Sterbenden in Erfüllung gegangen, und der Erzähler von der Riva degli Schiavoni weder die Rache der Nobili noch die Tyrannei des Rates der Zehen zu befürchten hat, wo er keine andere Furcht kennt, als sind sie es nicht, welche sich schon seit Jahren die Erzählungen des Greises mit nachsichtigem Wohlwollen gefallen ließen? Sie werden es auch heute verschmähen, den strengen kritischen Maßstab an meine schmucklose Berichterstattung zu legen. Sie werden, wie in früheren Tagen, den redlichen Willen der Leistung zurechnen. Doch nun, zur Sache. Es war in der dritten Stunde eines schwülem Sommernachmittags? Begann mein Vater seine der Granitsäule, welche den heiligen Teodoro trägt, in dem langsam wachsenden Schatten lag und meine faulen Glieder auf den Steinplatten der Piazzetta dehnte. Mein halbes Schock Patellen knackend und die frischen leckeren Muscheltierchen einschlürfend zählte ich mit schläfrigem Auge die Säulen des Dogenpalastes herauf und wieder herunter, verzählte mich mal auf mal und fühlte, daß mir die Augen wieder bei jeder wachhaltende Arstenalotto schlich immer matter und schwerfälliger auf und nieder. Die Hallen der Zäker waren völlig ausgestorben, wenn man nicht etwa das halbe Dutzend Türken, welche mit gekreuzten Beinen auf den Polstern hockten, den dünnen Rauch der Pfeife schläfrig in die Luft bliesen und regungslos vor sich hin starrten in Anschlag bringen wollte. Dann und wann schwirrte eine der Blut in die Luken der Markuskirche zu flüchten. Es war so still, daß man die aufhüpfenden Wellchen gegen den Schnabel der Gondeln klatschen hören konnte. Die ganze Welt hielt siesta und ich war auf dem besten Wege ein gleiches zu tun, als der Ruf He da Antonello auf eine Stunde auf dem Canal Grande mich aus dem Hindemmern aufschreckte. Der rufende war der Nobile Horatio Memo der liebenswürdige Taugenichts von ganz Venedig. Dreieundzwanzig Jahre alt, hoch und schlank gewachsen, ein feines, blasses Gesicht mit den schwärzesten, glänzendsten Augen von der Welt, ebenso gewandt als verwegen, reich und abgesagter Feind des baren Geldes, kecker Spieler, leidenschaftlicher Verehrer der Frauen und alle Zeit von ihnen Begünstigter. Dies war das treue Bild meines Gönners. Mißtrauisch gegen die Gondoliere seines Ohheimsenators, in denen er nicht ohne Grund Spione seines Tuns und Treibens witterte, bedurfte der junge Wüßling bei seinen Abenteuern eines gewitzten furchtlosen Burschen, eines verschwiegenen, unerschütterlich treuen Helfers. In mir hatte er seinen Mann gefunden. Ach, wenn ich noch jener alten guten Zeit gedenke, jener herrlichen Carnevali, jener Nachtschwärmereien und Serenaden der geheimnisvollen Rendezvous in den Gärten der Giodeca. Väter und Ehemänner fürchteten und verwünschten, Messe Horatio ärger als den Großtürken, und mancher handvoll Philippen flog in meine Mütze, wenn meine vogelschnelle Gondel den Verfolgten, dem ich mit blanker Waffe nachstürmenden Feinde entführt, und wenn ich den beglückten Liebhaber unentdeckt in der Casa Memo ans Land gesetzt hatte. Schnell wie der Wind war ich beim Schall der wohlbekannten Stimme auf den Beinen, löste die Kette vom Pfale und trieb, nachdem die Exzellenza sich rückwärts durch das Kajütenpferdchen gedrängt und auf den üppigen Kissen niedergelassen, mit mächtigem Fußtritt von der Riva. Eine halbe Stunde mochte die Barke bereits über das Wasser geglitten sein, ruhig und lautlos wie ein treibendes Blatt. Unhörbar griff das Ruder in die grünen Fluten. Hatten wir doch keine Eile und mein Padrone keinen Zweck, als ein Stündchen im behaglichen Farniente zu verträumen. Da schwirrte eine fremde Gondel mit hastigen Ruderschlägen hinter uns her, rauschte hastig heran und flog ebenso schnell vorüber. Das Fälsche war mit Silber- und rotgestreiftem Teppich bekleidet, und die von der Decke herabhängenden schweren Seidentroddeln streiften die Fläche des Wassers. Beide Ruderer waren in gleichfarbige reiche Stoffe gehüllt. Keinem der fremden Gesandten, die einzigen, welchen das bekannte Gesetz der Republik das Vorrecht zugestand, das unsern Gondeln verordnete Schwarz mit lachenden Farben zu vertauschen und sie nach Willkür zu schmücken, gehörte die Vorbeieilende an. Vor der Kajüte saß auf Brokatkissen ein Mohrenknabe mit breitem goldenem Halsbande und an blinkender Kette schwebendem Appagei wiegend. Die Jalousien waren zu beiden Seiten aufgezogen und das Auge konnte im Vorüberstreifen die inneren Räume übersehen. Auf den Polstern ruhte ein himmlisch schönes Weib. Den schlanken Leib umspannte ein goldstoffnes eng anliegendes Oberkleid und weite faltige Beinkleider nach morgenländischer Art fielen über die kleinen zierlich mit blumengestickten Pantöffelchen. Das lange goldgelbe Haar frei von der blendend weißen Stirn hernieder und ringelte sich in vollen Locken über Schulter und Busen. Wollt ihr aber eine Ahnung von dem Liebreiz jenes verführerischen Antlitzes haben, von dem feuchten Glanz des schwarzen Auges, von dem Lächeln, welches den kleinen granaten frischen Mund umgaukelte, dann geht in den Dogenpalast, laßt euch die Sala del Scrutinio aufschließen und richtet euer verzücktes Auge auf die schöne üppige Jungfrau in Giacoppo Palmas jüngstem Gericht, sie gleich der in der Gondel, wenn auch nur von Weitem. Als die fremde Barke an der Unsrigen vorüberschwebte, ließ die schöne, die lange halste Gusla, auf deren Goldseiten die weißen Fingerchen geklimpert hatten, einen Augenblick sinken, schnellte mit geschicktem Wurf eine Feuerlilie in unsere Kajüte und rief dann ein paar fremdartig tönende Worte. Die Baccaroli griffe mit weit ausholenden Ruderschlägen ein und im Nu waren sie uns um einige hundert Palmen voraus. Nach, nach, Antonello, schrie der Patrizier, hol sie ein, wir müssen sie erreichen, zwanzig Zechinen sind dein, wenn wir sie im Auge behalten, wenn wir die Wohnung jener Engel schönen fremden auskundschaften. Verlasst euch auf mich, Exzellenza, ihr sollt euch in eurem getreuen Antonello nicht getäuscht haben, solange das Ruder nicht bricht und die Flecks in meiner Arme nicht reißen, soll uns das schöne Heidenkind nicht entschlüpfen. Nun galt es, das gegebene Wort zu lösen, meinen alten Ruhm aufrecht zu erhalten. Flüchtig wie Tauben stoben die rot und silbernen Fremden vor uns her. Wie ein blutdürstiger Falk stürmten wir hinter drein. Links bogen sie in eine der Seitenstraßen, hemmten dann aber ihre Flucht, nicht anders, als wollten sie sich vergewissern, ob wir ihre Spur auch nicht verloren hätten, als wollten sie verfolgt werden. Und dann ging es von neuem in wilder Hass durch große und kleine Kanäle rechts und links und wieder gerade aus an San Nicola vorüber, bis endlich beide Gondeln sich in der Lagune auf dem Wege nach Fusina wiegten. Gaukelnd wie ein schillernder Schmetterling wandte sich das fremde Boot zwischen den Pfählen, welche die seichte Wasserstraße bezeichnen, hindurch. Oft war es nicht anders, als schösse ein funkelnder Stern vor uns her. So prächtig strahlte die Sonne auf die glitzernde Decke und ich mußte geblendet das Auge schließen und im Rudern innehalten. Dann trieb aber der Patrone wiederum zur Eile und ich warf mich aufs Knie und drängte das Ruder tief und ihre Klänge zerflossen leise über den Wassern aus der verfolgten Gondel schallte ab und zu der heisere schrei des Papageis dann wieder einzelne lauten akkorde zu denen der mohrenknabe mit den schellen des tambourins rasselte und dazwischen die zauberisch lockende stimme der morgenländerin der die fremdartige betonung unserer sprache einen neuen wunderbaren liebreiz verlieh sie sang wo der oleanderbüsche volle kelche purpurn glimmen wo die goldgeschubten fische in dem marmelbecken schwimmen nachtigallen lieder schallen zu der mädchen hellen stimmen dort dort findest du des rätsels wort wo der sonne goldne pfeile nie durch myrtenlauben dringen wo um schlanke marmorsäule sich des ephius ranken schlingen wo die hellen silberquellen stäubend sich zum himmel schwingen dort dort findest du des rätsels wort herr oratio memo einer der gewandtesten improvisatoren seiner zeit ergriff meine zitter und antwortete unverzüglich in derselben weise folgen muß ich deinem sterne süßes rätsel durch die wogen willenlos in duft gefärne deinem leuchten nachgezogen doch am strande holde lande wenn die ahnung nicht gelogen dort dort ist erlösung losungswort wir näherten uns mehr und mehr der zauberhaften gondel der schnabel der unsrigen teilte aufs neue die flut noch ehe die spuren der fliehenden in den wellen zerronnen waren und der nachquellende schaum schien eine silberschnur welche die erste ausgeworfen um die unsere einer gefangenen gleich nach sich zu schleppen so liefen wir denn gemeinschaftlich in den kanal der brente ein flogen an den blitzenden villen und frischen lustteilen der reichen venezianer vorüber und hielten vor einem hohen marmorportal durch dessen vergoldete lanzenstäbe wir in einen weiten mit fürstlicher pracht angelegten garten schauen durften die fremde stieg aus haupt seiner gebieterin und den farbigen plauderhaften vogel auf der faust haltend folgte der kleine moor die türen flogen auf schlugen klirrend hinter dem park zusammen zog langsam durch die breiten von lorbeer und myrtenhecken gebildeten alleen dem leuchtenden schlosse zu und verschwand göttlich schön rief signor le memo zuerst von uns aus seiner betäubung erwachend und wem gehört das schloss der garten mir völlig unbekannt exzellenza heute sehe ich beides zum ersten mal du kennst sie nicht und wir sind doch auf dem kanal der brente tausende von malen bin ich ihn schon herauf und herunter gerudert ich kenne jedes tor jede villa jeden gondelpfahl jeden strauch aber bei san antonio von diesem schloss habe ich noch keinen ziegel geschaut glaubt mir illustrissimo in dem dort geht's nicht mit rechten dingen zu teufelsspuk ist's nicht weiter sprecht nur ein pater und der ganze zauber verdampft wie einen nebelstreifen habt ihr noch niemals von vampiren gehört ja fragt nur die griechischen und illyrischen schiffer die werden euch erzählen wie die gespenster der kindesmörderinnen sich in jugendliche blühende frauenleiber stehlen und junge männer mit liebesgunst verlocken und ihnen im schlummer das herzblut aussaugen und solch ein vampir war die morgenländische prinzessin dort darauf nehme ich das sakrament o corpo di bacco hätte ich nur das säckchen mit der knoblauchzehe umgebunden mir schwarnte es ordentlich heute in der frühe ihr würdet wunderdinge erleben folgt meinem rad exzellenza lasst uns heimkehren und zwar so schnell als möglich wir stehen hier auf argem boden ich sah mich nach der silbergondel um sie war mitsamt den beiden gondoliären spurlos verschwunden nicht anders als ob sie die brennte eingeschlungen hätte ich machte es herrn memo bemerklich er schallt mich einen abergläubischen pinsel weil sich der patrizian nicht zum gebet verstehen mochte und immerfort just wie verzaubert durch das gitter starrte so begann ich denn leise mein ave her zu sagen mochte ich nun aber in der bestürzung ein oder ein paar worte ausgelassen haben oder waren es recht ausgepichte teufel die hier ihr unwesen trieben und gott und allen heiligen ein schnippchen schlugen so viel war richtig das schloss und ringmauer ruhig stehen blieben schwarze cypressen schauten mit langen hälsen über die wand und feigenbäume steckten ihre zweige wie verwunderlich krümmte finger aus just als ob sie nach uns krallen und uns zu sich hinein zerren wollten glänzende eidechsen schlüpften steil die mauer hinan sahen sich mit funkelnden augen nach uns um und schwänzelten dann hurtig in den garten sie mochten wohl rapportieren dass wir noch wie behext draußen standen und nicht von der stelle könnten auf dem sims standen recht hässliche fratzen von marmelstein boxfüßige heidengötter die uns gesichter schnitten und kleine bucklige zwerge mit dreieckigen hütchen jäger die aus vollen pausbacken die waldhörner bliesen damen mit reifröcken und pferdeköpfen urnen um die sich molche drachen und anderes giftige gewürm mit weit aufgesperrtem rachen und roten spitzigen zungen ringelte und was nun dergleichen diabolisches zeug mehr war zwischen den grinsenden larven aber spazierte ein pfau mit lang hinten nachschleppendem schweif ernsthaft auf und nieder und ließ widrig krächzend seinen blauen hals in der sonne schillern wie nun in den garten gelangen fragte messer oratio träumerisch vor sich hinstarrend das gitter wäre noch zu ersteigen ein kecker sprung und wohin denkt ihr erzellentissimo warnte ich um der allerheiligsten madonna willen gebt diesen vorsatz auf ihr setzt euren leib eure unsterbliche seele aufs spiel glaubt mir exzellenz der teufel geht auf erden umher wie ein brüllender löwe und suchet wen er verschlinge meine warnung klang in taube ohren schon war signor oratio aus der gondel gesprungen hatte schon das ruder an die mauer gestemmt um sich an die höhe zu schwingen als das gittertor aufsprang und ein ältlicher mohr mit tiefer verneigung und kreuzweis gefalteten armen vor den nobile trat er überbrachte ihm die einladung seiner gebieterin der signora smeralda sie in ihrem garten bei einem besuch beehren zu wollen vergebens hielt ich den blind und rasend verliebten am schwachseidenen mantel zurück vergeblich suchte ich unheilahnend mich von der begleitung loszusagen der patrizier stürmte durch die pforte zerrte mich ungestüm mit sich fort wählend der alte sklave als wächter bei der gondel zurückblieb betäubende duftwolken wogten uns aus allen hecken und büschen entgegen wunderliche vor dem noch nirgends erblickte blumen wie sie wohl sonst nur noch in den gärten des großmoguls oder des priesters johann wachsen mochten nickten mit ihren schlanken stängeln und schienen uns durch verneigung ihrer funkelnden kronen begrüßen zu wollen buntfarbige vögel flogen uns von ast zu ast voran zwitscherten sangen und schrien mit fast menschlicher stimme nicht anders als ein lustiger plauderhafter mädchenchor durcheinander dann warf sich einmal wieder eine häßliche meerkatze mit dem wickelschwanz an einen ast geklammert vom baume herab fletschte grinsend die zähne gegen uns und schnellte sich wieder in das blätterdickicht zurück aus einem der seitengänge kam ein purpurfarbener storch gravitätisch wie ein haushofmeister hervorgeschritten verdrehte den langen hals zum manierlichen kompliment hin und her scharrte mit den dürren beinen hinten aus und stapfte dann wacker als führer vor uns her wobei er sich immerfort nach uns umguckte ob wir auch folgten in einem der marmorbecken stürzte ein steinerner winzer das faß um und der helle gischt der dem spund entströmte sprudelte in das breite gesicht des schlürfenden buben in einem anderen blies ein götzenbild das in gewundenem fischschwanz endete aus der muschel den hellen strahl in die luft und die verstäubenden tropfen strahlten von der sonne beglänzt wie funkelnde demanten und rubinen weiße tempel mit von efeu umsponnenen säulen blitzten aus den hecken hervor alles was uns die fremde schöne im lieder aus der gondel zugesungen hatte zeigte sich vor unseren augen in wunderweltsamer herrlichkeit auch der padrone schien des gesanges und dessen verlockender verheißung zu gedenken und summte den schlussreim leise vor sich hin ich aber folgte wie ein träumender widerstrebend und dennoch wie von einer unerklärlichen zaubermacht vorwärts getrieben da standen wir plötzlich vor einem mächtigen fremdartigen baum mit breiten glänzenden blättern und silberweißen glockenartigen blüten über und über behangen im schatten seiner weit hinausgeschwungenen äste aber lagen kostbare persische teppiche und rotsamtene mit perlen gestickte polster und auf ihnen ruhte die schöne heidenprinzessin anmutig hingestreckt und hieß mit verführerischem lächeln und dem wink der blütenweißen hand meinen herrn willkommen der kleine mohrenknabe stand ihr zu häupten und fächelte mit breitem wedel von weißem faunfedern kühlung zu der rote storch aber welcher bis jetzt vor uns hergezogen spreizte die beine weit aus ließ den langen schnabel vor sich in die erde und erhob die schwingen als armlehnen zum sessel für hrn oratio der sich auch auf den wink der dame auf diesen fabelhaften sitz niederließ jetzt ließ don asmeralda sich von dem schwarzen sklaven die laute reichen anfänglich entzitterten nur leise lispelnde töne dem seitenspiel und verschwebten im grünen dann schwollen die lauten klangen immer voller und mächtiger die blätter des zauberischen baums unter welchem die schöne hexer ruhte wiegten langsam auf und nieder und die tulpenglocken schwangen sich nach der tonweise leise hin und her je hellere klänge aber den goldsaiten entquollen um so stürmischer schaukelten aber blatt und blühte an den stängeln da sank eine der silberstrahlenden glocken vom zweige entfaltete im fallen die blätter und flatterte als schneeweißes vöglein in die luft und um den baum eine zweite eine dritte tulpe rang sich los und verwandelte sich im niedersinken bald rieselte es wie blütenschnee von wipfel und ast und jeder blumenkelch war zum gaukelnden singenden in licht sprühenden kreisen umherschwirrenden vogel darauf begann die prinzessin in das spiel der laute mit ihrem wundersüßen gesang einzufallen und alsbald senkte sich eins der vöglein auf den rasen schüttelte die schwingen dehnte sich wuchs zusehends in die höhe und die silbernen federn wurden zu schillernden gewändern der vogel zum allerliebsten mägdlein in wenigen augenblicken waren die übrigen gleichfalls aus der luft herniedergestiegen hatten die doppelte umwandlung vollbracht und ein schwarm der niedlichsten kinder schwebte in zierlichem reigen um ihre herrin fiel mit lieblicher stimme als chor ein verstummte so wie die fee schwieg löste den kreis und verschlüpfte traumgleich in den blühenden hecken und sträuchern lautlos im anstarren der schönen smeralda verloren hatte herr oratio ihr gegenüber gesessen regungslos hatte ich hinter seinem vogel drei fuß gestanden da trat der mohrenknabe mit einem goldenen künstlich gearbeiteten becher voll dunkelen rotschäumenden weins auf meinen herrn zu trinkt nicht von jenem höllengebräuch signore flüsterte ich leise und fühlte mich zu gleicher zeit von den weißen armen eines kleinen wunderlieblichen hexiens die mir einen ähnlichen pokal darbot umschlungen meine erste regung war das allerliebste teufelskind von mir zu stoßen den zaubertrank zu verschütten aber da duftete der wein so würzig schaukelte so lockend innerhalb der goldenen wände leuchtete so hell und wunderschön die augen des elfchens glänzten so bittend so lieb und schmachtend ihre ärmchen schlangen sich so zärtlich um meine schultern ach meine kinder der geist ist wohlwillig aber das fleisch ist schwach darum wachet und betet daß ihr nicht in versuchung gerathet so ihr dereinst zu männern reift unterliegt ihr ohne allen zweifel nur ein einzig mal nippern dachte ich bei mir nur die zungenspitze naß machen das wird doch den hals nicht gleich kosten wissen muß ich doch welche sorte welchen jahrgang der teufel in seinem keller liegen hat und ich nippte ich züngelte schlürfte ich sog ich schluckte den becher in mich hinein rein und bis auf die nagelprobe ich fiel der niedlichen besucherin um den hals sah nur noch wie mein herr von der reizenden smeralda auf den knien lag und der rote storch den schnabel aus der erde zog die flügel wieder zusammenklappte und er würdig abdruckte ich berührte die heißen lippen der kleinen elfe mir vergingen im seligen taumel die sinne da stürzte der negerknabe atemlos aus dem gebüsch und schrie rettet euch rettet euch alles ist verloren porporinazzo unser allergnädigster gebieter naht er wütet ach die warnende stimme ertönte zu spät kaum war sie verhallt als auch schon ein kurzes kugelrundes gleißendes ungetüm in der form und farbe eines dunkelroten riesenapfels durch den gang und bis dicht vor smeralda und ihren sie inbrünstig umschlingen amante rollte bei genauerer betrachtung ließen sich zwar an den extremitäten des ungeheuers gewisse andeutungen von gliedmaßen welche auf kopf arme und beine zu schließen berechtigten entdecken um aber aus den grübchen höckerchen und einem schwarzen gekrümmten strich am nordpol dieses globus mund augen nase und schnauzbart herausfinden zu können dazu war schon eine überaus regsame einbildungskraft erforderlich ist dies der dankschlange für das dir gezollte vertrauen gurgelte porporinazzo in dumpfen kehllauten des schreckensgleichen smeralda zu ist dies der lohn für meine treue beständige liebe du buhlst um die kunst jenes ungläubigen hundes und mich mich den don porporinazzo den grand maitre de la garderobe des sultans von taprobana läßt du unerhört verschmachten und was seh ich mein tulpenbaum ohne glocken mein ganzer serai in alle vier winde ha bei mahoms heiliger leibkatze das schreit um blutige rache sklaven herbei sechs neger mit diabolischen physiognomikern mit entblößten armen und säbeln stürzten aus den hecken hervor warfen sich auf messer oratio und mich und binden uns mit strickern die hände auf dem rücken vergebens beruft er memo sich auf seine unverletzlichkeit als venezianischer nobile vergebens droht er mit dem zorn des dogen des ganzen senates und der rechenschaft die dieser für den ungeheuren frevel fordern würde er möge sie fordern erwidert hochmütig der tabrobaneser grand maitre winkt mit den ärmchen ein blitz einen säbelzug und unsere beiden häupter rollen auf die erde meine schöne hatte sich längst hinter den grünen kulissen der myrtenhecken verkrümelt signora smeralda das stereotype auskunftsmittel der frauen in desperaten lagen ergriffen sie war in ohnmacht gefallen der tyrann porporinazzo aber zog sich stolz auf seine blutige tat mit den henkersknechten in den palast zurück ich konnte alles sehen denn mein haupt war mit himmelwärts gerichteter nase auf den rasen gekollert ein paarmal haschte ich mit zuckenden armen danach um es mir wieder fest auf den rumpf zu stülpen die hände fingen aber nur leere luft und sanken nach einigen vergeblichen versuchen schlaff herab für meinen zustand gibt es keine worte es kann ihn niemand ahnen als wer sich in gleicher lage mit mir befunden und seinen körper in so unbilliger entfernung vom kopf gesehen hat derjenige welcher sich in seinem leben schon einmal ungeheuer betrank aber auch ganz ungebührlich hat nur eine ungefähre schwache ahnung von der höchst fatalen situation in welcher ich mich befand der coolrunde grand maitre de la garderobe hatte kaum den rücken gewandt als auch smeralda aus ihrer ohnmacht erwachte in tränenstürmen ausbrach verzweiflungsvoll die hände rang und ihr schönes blondes haar ganz rücksichtslos ausraufte zu gleicher zeit duckte auch meine feldflüchtige geliebte wieder auf hielt sich aber nicht lange bei hohlen tröstungen und nichtssagenden gemeinsprüchen auf sondern drang hastig in ihre herrin die kostbaren augenblicke nicht ungenützt verstreichen zu lassen nur von der schleunigsten hilfe rief sie ist allein rettung zu hoffen um himmels willen signore den kopf behalten sendet nach einem arzt nach dem geschicktesten eilt mit jeder sekunde erkaltet das blut mehr und mehr in fünf minuten ist es schon zu spät der wunderdoktor bartolinetto von padua wäre ganz der mann die locker gewordenen köpfe wieder zu verlöten aber nur rasch rasch doch wie schaffen wir ihn in so kurzer frist zur stelle die zofe wußte für alles rat schick don flamingo als kurier nach padua auf seine gewandtheit auf seinen diensteifer dürfen wir bauen glücklicher einfall libella erwiderte die prinzessin rufe den don das elfchen klatschte dreimal in die hände der rote storch stolperte hastig heran streckte lauschend den langen hals aus ließ sich ein paar worte ins ohr flüstern nickte zum zeichen dass er den auftrag wohl begriffen und schwang sich dann krächzend in die lüfte vier paar augen starrten in bänglicher erwartung gen himmel eine furchtbare pause während welcher die beiden frauen nicht zu atmen wagten und wir dekollierten es nicht vermochten trat ein sie wehrte etwa so lange als erforderlich um ein paternoster zu beten oder um weiche eier sieden zu können da rauschte es hoch in der luft und mit mächtigem flügelschlag sauste der wackere storch den doktor bartolinetto wie ein wickelpüppchen im schnabel haltend hernieder und setzte den requirierten ein kleines hageres schwarzbraunes männchen säuberlich und wohlbehalten wenngleich ein wenig außer atem auf dem rasen ab ein flüchtiger hinblick genügte um den gelehrten professor mit dem stande der sachen bekannt zu machen hastig griff er den beiden kadavern nach dem puls fühlte daß dieser noch schwach wenngleich intermittierend schlage zog das berühmte pulver seine unsterbliche erfindung aus der tasche kremte die rockärmel auf zankte dazwischen immer fort ohne sich im mindesten in seiner geschäftigkeit stören zu lassen auf das undelikate verfahren einen professor legiens so alla improvista mitten aus dem collegio del beau schleppen zu lassen eine vorlesung über pathologie von der pathogenie zum entsetzen des versammelten auditorio mitten in der periode gewaltsam zu unterbrechen weh klagte über seine derogierte coiffure welche während des sturmfluges total entpudert worden war packte dabei meinen kopf bei der nase streute das perlimpimpinopulver auf den zerhackten hals passte ihn mit leichtem schlage auf die defekte stelle griff nach oratius haupt tat ihm ein gleiches wir niesten dreimal nachdrücklichst sprangen munter von der erde auf schüttelten uns niesten abermals die kur war vollbracht begeistert fliegen die frauen in unsere arme auf meiner wange brennt der kuß der wunderschönen smeralda libella hält den patrizier umschlungen aber küssen sich losreißen entsetzt zurückprallen hell aufschreien sind eins entsetzlicher mißgriff der doktor hat sich in der eile versehen hat meinen kopf auf oratius körper und den des nobile auf den rumpf des armen die mädchen haben sich in zärtlicher ekstase durch die kleider irreführen lassen allgemeines erstarren von der ersten bestürzung zurückgekommen gehen wir dem professor wütend zu leibe der edelmann verheißt ihm zweihundert gewichtige stockprügel ich ihm den längsten messerstich der jemals unterhalb der kurzen rippen versetzt wurde wofern er uns nicht unverzüglich wieder austauschte und jedem das seinige erstattete der geängstigte bartolinetto zuckte die achseln bis über die ohren fleht himmelhoch um verzeihung will uns mit dem sophism kopf sei kopf beschwichtigen aber weder männer noch frauen lassen seine entschuldigung gelten smeralda heißt ihn einen jämmerlichen charlatan die zofe droht ihm die augen auszukratzen vergeblich schreit er über undank seine klage wird übertönt seine forderung für kurkosten mit hohen gelächtern zurückgewiesen auf ein zeichen libellas packt der storch don flamingo den dottore beim kragen zwickt zaust schüttelt ihn hin und her und fährt endlich mit dem kläglich wimmernden ab und wieder nach badua zurück die wut der verwechselten wendet sie sich nunmehr gegeneinander wilde flüche verwünschungen drohungen jagen sich sie wären in tätliche feindseligkeiten ausgeartet wenn nicht jeder rücksicht auf seinen verborgten leib genommen und befürchtet hätte sich selber im feinde anzuprügeln wer ist jetzt orazio wer antonello wer edelmann wer gondelführer mein kopf beruft sich auf den nobilitierten kadaver als die größere halbscheid und behauptet der bau der schiffe entscheide allein über ihren namen die aufgehiste flagge aber sei nur unwesentliches beiwerk ein austernkahn bleibe austernkahn und wenn auch zehn admiralsflaggen von seinem hinterdeck flatterten mein gegner vergleicht sich dagegen mit einer säule bei welcher lediglich das kapital entscheidet zu welcher ordnung sie zu zählen sei das seinige aber sei unleugbar ein adliges korinthisches folglich auch das ganze ein solches die schönen sollen den streit schlichten sie sind selber verwirrt finden bei dem gezänk ihre rechnung nicht und erteilen uns den rat vorläufig nach venedig zurückzukehren um dort den zwiespalt vor gericht ausgleichen zu lassen wir nehmen einen ziemlich kühlen abschied und treten hadernd und grollend den heimweg an vorher haben meine finger entweder von der intelligenz des dirigierenden memoschen hauptes oder vom alten antonellischen instinkt geleitet den rest des pulvers perlimpipino welcher dem im storchenschnabel zappelnden doktor entglitt eingesackt antonello orazio oder der bürgerliche kopf auf dem adeligen rumpf wirft sich faul und vornehm auf die kissende gondel und kommandiert dem orazio antonello gebieterisch zurückzurudern zähne knirschen muß der patrizier gehorchen denn seine plebeien arme verstehen allein das ruder zu schwingen das ruder zu lenken er schwört aber diesen schimpf blutig zu rächen und die mit roter gondoliermütze bedeckte exzellenza verhöhnt auf dem polstern den mit adeligem federhut und peruckel stolzierenden keuchenden schwitzenden wir landen an der piezetta nachlässig ziehe ich die börse die ich in meinen neuen kleidern vorfinde und werfe dem bruderer eine zechine zu gib mir mein geld wieder schreit der undankbare gib mir meine ringe meine uhr meinen kopf herrfurcht elender sklave vor dem seidenmantel des nobile erfrechst du dich hand an meine geheiligte person zu legen zur hilfe zur hilfe gegen den spitzbübischen barcaroll schreit auch er zahllose haufen von gaffern versammeln sich im nu jeder nimmt für einen oder andern partei die mehrzahl für das stadtkundige edelmannsgesicht der duge spaziert just den säulengang des palastes auf und nieder hört den skandal und sendet den messergrande mit seinen spirren ab wir werden arretiert in die mittleren kerker der inquisition in die quarry abgeführt und schon an demselben abende vor gericht gestellt der staatsprokurator beschuldigt uns nicht nur der schwarzen magie er erhebt auch gegen uns noch außerdem die gravierendere klage als störer der öffentlichen ordnung als verschworene gegen die sicherheit des staats wohin soll es mit uns kommen fragt er wenn senatoren und patrizia anfangen ihre schädel so oft wie perücken zu wechseln wenn sie sich nicht in blöden mit roten schiffertappen bedeckte von der hefe des pöbels zu leihen den kopf verlieren ist menschlich die geschichte der erlauchten republik ist nicht arm an beispielen dass senatoren und feldherren ja sogar dogen selber dieses unglück betroffen einen fremden kopf aber einen gemeinen dagegen wieder aufzusetzen ist unerhört welches unabsehbare verderben erwächst nicht unserer verfassung von dem augenblick an wo adliges und bürgerliches blut sich in einem kadaver vermischt welcher wirrwarr von aristokratischen und demokratischen grundsätzen in einem und demselben leibe wo bleibt dann die eiserne konsequenz mit welcher wir ein volles jahrhundert hindurch unbeweglich auf einem flecke stehen blieben der staat ist bedroht die republik sinkt in trümmer wenn wir uns im vorliegenden falle von unzeitiger milde leiten lassen wenn wir den furchtbaren krebsschaden nicht im entstehen ausbannen ich stimme für den tod beider verbrecher für die enthäuptung der wechselbälge zehn schwarze kugeln welche in den beutel rollten bezeugten dem redner dass das gewicht seiner gründe von seiten des tribunals erkannt worden dass seine beretsamkeit eine kopfabschlagende sei der sekretär der inquisition verkündigte uns das urteil um mitternacht sollten wir die faselei des paduaners mit dem leben büßen welchen sterblichen hat jemals ein dem unsrigen gleiches mißgeschick betroffen wer kann sich rühmen gleich uns im zeitraum von vierundzwanzig stunden zweimal geköpft worden zu sein der kerkermeister salvadore war mir von alters her befreundet ich hatte ihm in früheren zeiten ein kind aus der taufe gehoben und wir hatten jederzeit getreulich und als gute gevattersleute zusammengehalten mein unerhörtes pech rührte ihn zu tränen er versuchte mich zu trösten so gut es gehen wollte schwur mir hoch und teuer zu der schmerz beim köpfen sei nicht der rede wert eine art von elektrisieren ein pikanter kitzel nichts weiter wie's tat wußte ich besser als er die heiligen sakramente fügte er hinzu würden mir vor dem tode in der kapelle der quarry gereicht werden er wolle aus seiner eigenen tasche sechs messen für meine seele lesen lassen ich schüttelte nur traurig den kopf und weinte leise vor mich hin dadurch zuckte es wie ein blitz meine seele gefatter rief ich bei den heiligen banden die uns verkettern beschwöre ich dich rette mich rette den mobile herr memo ist splendid er zahlt dir das doppelte das vierfache nach jetzt aber eile zu ihm mahne ihn an den eingesteckten rest perlimpimpino und laß dir die gebrauchsanweisung mitteilen vollführst du alles genau so sind wir noch einmal durch salvadore wog den schweren beutel schüttelte ungläubig den kopf und drückte mir schluchzend die hand und ging schwerfällig wälzten die minuten sich hin ich versuchte den rosenkranz abzubeten und brachte es in meiner herzensbeklemmung nicht über drei kugeln bängliche zweifel ob das pulver seine wundertätige kraft auch in abwesenheit des doktore äußern werde ob dessen geheimnisvolle sprüche nicht die hauptsache bei dem hokus pokus ob der gevatter auch die erforderliche geschwindigkeit und akkuratesse beobachten werde stürmten mir wild durch den kopf die lampe welche mein niedriges gewölbe erleuchtete brannte so finster und verdrießlich vor sich hin als warte sie ungeduldig bis ich erst expediert sei um gleichfalls einschlafen zu dürfen ich buchstabierte die zahllosen inschriften und klagen meiner vorgänger an den wänden eine trübselige lektüre verzweifelnd warf ich mich auf den marmorblock das lager des eingekerkerten und schloss die augen aber der strahl des unseligen beils blitzte durch die festgekniffenen wimpern da pochte der gefängniswärter an die tür wach auf antonello der priester wartet lass dich erst ein einziges mal köpfen gevatter nachher schlaf aus nach gefallen die erinnerung an beichte und absolution an henkersknecht und den gräulichen block hat die entsetzliche todesangst spurlos aus meiner gedächtnistafel verwischt ich weiß nur daß ich heftig nieste die augen aufschlug mich in meinem gewöhnlichen kostüm um säulenfuß im schatten des heiligen teodoro liegen wiederfand und daß ich zu meinen füßen den patrizia orazio memo stehen sah daß ich seinen zuruf he da antonello auf eine stunde auf dem canal grande vernahm exzellenz und ihr verlangt noch einmal nach dem zaubergarten des don poporinazzo und wir sind beide am leben und auf freien füßen und die konfusion mit unseren köpfen ist glücklich beseitigt der mobile maß mich mit großen augen schüttelte anscheinend verwundert den kopf tat als ob er nichts begreifen könne und fragte barsch ob ich noch träume oder ob der wohlfeile vincentina mein gehirn umnebele kleinlaut löste ich die kette stieß ab und ruderte den edelmann auf und nieder keine rot und silber gestreifte gondel ließ sich weit und breit spüren herr orazio verschlief mit einer mir unerklärlichen seelenruhe die bedungene stunde ich landete weckte ihn beschwor ihn leise flüsternd noch einmal mir zu sagen ob wir auch wirklich fortan keine verfolgungen von seiten des tribunals zu befürchten hätten ob er nicht ein paar messerspitzen des pulvers perlimpimpino für etwaige fälle gerettet habe der illustrissimo beharrte dabei sich fremd zu stellen hieß mich einem narren und ich begriff nunmehr daß ihm von seiten der inquisition ein eisernes stillschweigen über das vergangene auferlegt worden sei daß er absichtlich unwissenheit heuchle und von dem ärgerlichen kopftausch nichts weiter wissen wolle so drängte ich denn jede frage in meine brust zurück bezwang meine neugier erwähnte ferner weder gegen den nobile noch gegen eine andere christenseele des abenteuers mit einer silbe und ihr meine kinder seit die ersten welchen ich es auf dem toten bette unter dem siegel des eides anvertraue wenn ich seit jener stunde nicht an meinen rauen halse an einem empfindlichen jucken in der gegend der doppelten wunde zumal beim wechseln der witterung laboriert hätte ich würde vielleicht selber die ganze geschichte für einen wüsten traum halten so aber läßt sich nicht füglich daran zweifeln und die wahrheit derselben ist mir nur allzu einleuchtend geworden mit diesen worten schloss mein vater seine erzählung sie hatte seine ohnehin schon erschöpften kräfte vollends aufgerieben schleunig sandten wir nach dem pfarrer von san moise er erschien mit dem heiligen viaticum hielt eine wundervolle rede bei welcher wir sämtlich in tränen zerflossen und salbte die stirn des sterbenden der auch bald darauf seinen letzten seufzer verhauchte friede sei mit der seele des redlichen antonello der gondolier turmwächter ohle von hans christian andersen übersetzt von guido höller dies ist eine liprovox aufnahme alle liprovox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei liprovox.org turmwächter ohle in der welt geht alles auf und ab und ab und auf nun kann ich nicht höher kommen sagte turmwächter ohle auf und ab und ab und auf so geht's mit dem meisten im grunde werden wir alle zuletzt turmwächter und betrachten das leben und die dinge von oben her so sprach ohle auf dem turm mein freund der alte wächter ein vergnügter gesprächiger alter der alles herauszusagen schien und doch so viele ernsthafte dinge auf seinem herzensgrunde verwahrt hielt ja er war guter leutekind er sollte sogar der sohn eines konferenzrates sein oder könnte es gewesen sein er hatte studiert er war hilfslehrer und hilfsküster gewesen aber was konnte das helfen er wohnte bei dem küster und sollte alles frei haben jung und schön war er damals er wollte wie man so sagt für seine stiefel wichse haben aber der küster wollte ihm immer nur schmiere geben und deshalb geritten sie aneinander der eine sprach von geiz der andere von eitelkeit die wichse wurde der schwarze grund ihrer feindschaft und deshalb trennten sie sich aber was er von dem küster forderte forderte er auch von der welt er verlangte wichse und erhielt immer nur schmiere deshalb ging er aus der gemeinschaft der menschen fort und wurde einsiedler aber eine einsiedelei mit lebensunterhalt findet sich inmitten einer großen stadt nur auf einem kirchturm dort stieg er hinauf und rauchte seine pfeife auf seinen einsamen gängen er schaute hinab und schaute hinauf dachte dabei nach und erzählte auf seine weise was er sah und nicht sah was er in büchern und in sich las ich gab ihm häufig zu lesen es waren gute bücher und an dem umgang soll man hier einen menschen erkennen er hielt nicht viel von den englischen gouvernantenromanen und ebenso wenig von den französischen die wie er sagte aus zugwind und rosinenstängeln zusammengebraut waren nein lebensbeschreibungen wollte er haben und bücher über die wunde der natur ich besuchte ihn wenigstens einmal im jahre gewöhnlich gleich noch neujahr er hatte dann immer eins oder das andere woran sich seine gedanken beim jahreswechsel knüpften ich will von zwei besuchen erzählen und seine eigene art wiedergeben so gut ich es kann der erste besuch unter den büchern die sich das letzte mal ole geliehen hatte war ein buch über geröllsteine das ihn besonders angesprochen und angeregt hatte ja es sind wahre jubelkreise diese geröllsteine sagte er und an ihnen geht man gewöhnlich gedankenlos vorbei ich selbst tat es auf dem felde und auf dem strande wo sie in großer menge liegen da treibt man achtlos auf plastersteine diese trümmer aus einer der aller ältesten lebensperioden ich selbst habe es getan nun hat jeder pflasterstein meine hochachtung vielen dank für das buch es hat mich erfüllt viele alte gedanken und gewohnheiten beseite geschoben und mich begierig gemacht mehr von solchen dingen zu lesen der roman der erde ist doch der merkwürdigste von allen romanen schade dass man nicht die ersten kapitel lesen kann sie sind in einer sprache geschrieben die wir nicht gelernt haben man muß in den erdschichten lesen in den kieselsteinen in allen erdperioden und die handelnden personen herr adam und frau eva treten erst im sechsten kapitel auf das ist für manche leser sehr spät sie wollen sie sofort haben mir ist es gleich es ist ein höchst märchenhafter roman und wir alle spielen eine rolle in ihm wir kribbeln und krabbeln und bleiben an derselben stelle aber die erdkugel dreht sich ohne das weltmehr über uns auszugießen die kruste auf der wir gehen hält zusammen dass wir nicht hindurch fallen es ist eine geschichte durch millionen von jahren mit fortschreitender entwicklung dank für das buch über die geröllsteine es sind kerle die zu erzählen hätten wenn sie nur könnten ist es nicht lustig einmal so ganz an das nichts gemeint zu werden wenn man so hoch sitzt wie ich und sich daran erinnern zu lassen dass wir alle selbst mit der wichse nur flüchtige ameisen auf einem erdhaufen sind wenn auch ameisen mit ordensbändern ameisen von bedeutung und gewicht man fühlt sich so merkwürdig jung an der seite dieser ehrwürdigen millionen von jahren alten geröllsteine ich las am neujahrsabend in dem buch und war so vertieft dass ich mein gewöhnliches vergnügen in der neujahrsnacht das wilde herr nach amagar ziehen zu sehen vergaß ja das kennen sie wohl noch nicht der ritter hexen auf dem wesen stelle ist bekannt genug sie ziehen in der wolpurgisnacht nach dem blocksberg aber wir haben auch ein wildes herr das zieht in der neujahrsnacht nach der insel amagar alle schlechten dichter und dichterinnen alle komponisten zeitungsschreiber und kunstgrößen die nichts taugen reiten in der neujahrsnacht durch die luft nach amagar sie sitzen rittlings auf ihren pinseln oder gänsekehlen die stahlfeder kann sie nicht tragen sie ist zu steif ich sehe sie wie gesagt in jeder neujahrsnacht die meisten könnte ich mit namen nennen aber es verlohnt sich nicht sich mit ihnen aufzuhalten auch lieben sie es nicht dass das volk von ihrer amagar fahrt auf dem gänsekehlen erfährt ich habe eine art geschwisterkind sie ist fischfrau und liefert wie sie sagt die schimpfwörter für drei angesehene zeitungen sie ist als geladener gast dabei gewesen wurde aber hinausgetragen da sie vom gänsekehlen nichts hielt und nicht reiten konnte sie hat es selbst erzählt freilich ist die hälfte von dem was sie sagte erlogen aber die hälfte genügt schon als sie mit draußen war begannen sie mit gesang jeder der anwesenden hatte verse geschrieben und jeder sang seine eigene denn die wären am besten es klang wie ein lied es war überall dieselbe melodie dann marschierten sie in kleinen kameradschaften auf diejenigen welche nur durch ihr maulwerk wirken waren die großen tönenden glocken an die alles gehängt wird es folgten die trommelschläger die alles in den familien austrommeln bekanntschaften wurden mit denjenigen geschlossen die schreiben ohne ihren namen darunter zu setzen das will hier sagen die schmiere für wichse geben da war der büttel mit seinem knecht und die knechte waren am schärfsten sonst wären sie nicht beachtet worden da war der gute dreckfeger der in den kisten und kasten wühlt und alles gut sehr gut ausgezeichnet findet mitten in dieser lustbarkeit denn das mußte es sein schoß es einer grube ein stängel ein baum eine ungeheure blume ein großer pilz ein ganzes dach hervor es war die schlaraffenstange der geärten versammlung die alles trug was sie im alten jahre der welt beschert hatten und funken wie feuerflammen sprühten aus ihr hervor das waren die entlehnten gedanken und ideen die sie verwendet hatten und die sich nun wieder befreiten und wie ein mächtiges feuerwerk dahin fuhren dann wurde gegenstände suchen gespült die kleinen dichter spülten herzensuchen die witzigen sagten versuchen geringeres wurde nicht geduldet die witze schallten als würfen man leere töpfe gegen die türen oder töpfe mit schutt und asche das wäre höchst lustig gewesen sagte mein geschwisterkind eigentlich sagte sie noch viel mehr das zwar sehr boshaft aber auch sehr lustig war ich sage es nicht man soll mit zu den guten menschen halten und nicht zu den lästerzungen sie sehen nun daß es sehr interessant ist in jeder neujahrsnacht aufzupassen und das wilde hervorüber filmen zu sehen wenn man so gut wie ich über ihr fest da draußen bescheid weiß vermisse ich in einem jahr einzelne so sind dafür andere hinzugekommen aber diesmal versäumte ich mir die gäste anzusehen ich rollte auf den geröllstein dahin rollte durch millionen jahre sah die felsblöcke droben im nordland sich lösen und krachend hinunter stürzen sah sie auf den eisbergen umher treiben lange bevor die achenoas gezimmert wurde sah sie auf den grund sinken und auf einer sandbank wieder hervorkommen die aus dem wasser ragte und sagte das soll seeland werden ich sah sie nißplätze von vogelarten werden die wir nicht mehr kennen sah sie als wohnstätte für wilde hauptlinge die wir auch nicht mehr kennen bis auf wenige die mit ihrer axt thronenzächer in die felsblöcke groben und daher für die zeitrechnung in betracht kommen können aber ich kam ganz aus ihr heraus da fielen drei vier schöne sternschnuppen sie leuchteten auf und die gedanken erhielten eine andere richtung sie wissen doch was eine sternschnuppe ist das wissen die gelehrten sonst nicht ich habe so meine eigenen gedanken darüber wie häufig wird der dank oder der segenswunsch in aller heimlichkeit über den ausgesprochen die irgendetwas gutes und schönes getan hat wie häufig ist da lautlos aber sie fallen nicht zur erde ich denke mir daß der sonnenschein sie auffängt und die sonnenstrahlen den stillen heimlichen dank über des wohltäters haupt herabwerfen und ist es ein ganzes volk das für jahre sein dank abträgt dann kommt er wie ein blumenstrauß er fällt nieder wie eine sternschnuppe auf des wohltäters grab es ist für mich eine wahre freude wenn ich besonders in der neujahrsnacht sternschnuppen sehe und herausfinde wem dieser dankseugungsstrauß wohl gelten kann kürzlich fiel eine leuchtende sternschnuppe im südwesten nieder ein dank für viele viele wem konnte sie gelten sie fällt sicherlich dachte ich auf den skränzen an der flensburger förde nieder wo der dannebrook über den gräbern von schleppergrell losö und den gefallenen kameraden weht eine andere fiel mitten im lande nieder sie fiel auf sorry als ein strauß für holbergs sarg als ein später dank von so vielen als ein dank für die herrlichen lustspiele es ist ein großer gedanke lieber gedanke zu wissen daß auf unser grab einst eine sternschnuppe fällt aber auf mein grab wird keine fallen kein sonnenstrahl wird mir dank bringen denn mir hat niemand etwas zu danken ich bekomme keine wichser sagte ole es ist mein los in der welt nur schmierer zu bekommen der zweite besuch es war wieder neujahrstag als ich auf den turm stieg ole erzählte von den gläsern die beim übergang vom alten tropfen zum neuen tropfen wie er die jahre nannte gelehrt würden so erhielt ich seine geschichte über die gläser und der gedankengang war folgender wenn die neujahrsglocke zwölf schlägt so erheben sich die menschen am tische mit einem vollen glas und trinken auf ein glückliches neues jahr man beginnt das jahr mit den gläser in den händen das ist ein guter anwurf für die trinker man beginnt das jahr damit zu bett zu gehen das ist ein guter anwurf für die faulenzer der schlaf soll wohl im laufe des jahres eine große rolle spielen und die gläser ebenfalls wissen sie was in den gläsern wohnt fragt er ja darin wohnen gesundheit freude und ausgelassenheit darin wohnen verdruss und bitteres unglück wenn ich die gläser aufzähle zähle ich natürlicherweise die wirkung der gläser auf die verschiedenen menschen auf siehst du das erste glas ist das glas der gesundheit in ihm wächst das kraut der gesundheit stecke es in das gebild deines hauses und am ende des jahres kannst du in der laubblüte der gesundheit sitzen nimmst du das zweite glas ja so fliegt das ihm ein kleiner vogel heraus der so froh und schuldig zwitschert dass der mensch lauscht und mitzwingt das leben ist so schön wir wollen keine kopfhänger sein fröhlich weiter aus dem dritten glase erhebt sich ein kleiner geflügelnde bursche einen engel kann man ihn wohl nicht nennen denn er hat koboldblut und kobold sinn nicht um zu scherzen sondern um possen zu treiben er setzt sich hinter unser ohr und flüstert ihr einen lustigen einvollzug er legt sich auf unsere herzgrube und macht uns warm so daß wir ausgelassen ein witziger kopf nach dem andern köpfe urteil werden in dem vierten glase ist weder kraut noch vogel noch bursche es enthält den gedankenstrich des verstandes und über den strich soll man niemals gehen nimm das fünfte glas und du weinst über dich selbst wirst du lustig und so gerührt oder es macht sich auf andere weise luft aus dem glase springt auf einen knall prinz karneval leichtfertig und ausgelassen er zieht dich mit du vergisst deine würde wenn du sie besitzt du vergisst mehr als du vergessen sollst und darfst alles ist tanz sang und klang die masken reißen dich mit des teufels töchter kommen in florenzeide mit aufgelöstem haar und schönen gliedern reiß dich los wenn du kannst das sechste glas ja in ihm sitzt der satan selbst in kleines schön gekleidetes geschwätziges einnehmendes höchst gemütliches männchen welches dich vollständig versteht und dir in allem recht gibt es ist dein eigenes ich er kommt mit einer laterne und geht mit dir an deiner seite nach hause es gibt eine alte legende von einem heiligen der eine von den sieben todsünden wählen sollte er wählte wie er meinte die geringste die trunksucht und in er beging er alle anderen sechs sünden der mensch und der teufel vermischen ihr blut in dem sechsten glas und es lässt alle bösen geister in dir los jeder erhebt sich mit einer kraft mit dem biblischen senfkorn gleicht das zu einem baum wurde und die ganze erde beschattete und die meisten können dann nichts anderes tun als sich in der jungmühle wieder jungmalen zu erlassen das ist die geschichte der gläser sagte der turmwächter ole und die kann man sowohl mit wichse und mit schmierer erzählen ich erzähle sie mit beiden dingen das war der zweite besuch bei ole wenn du mehr hören willst so mußt die besuche fortsetzen von elli ein gang durch die römische unterwelt von cb aus die gartenlaube 1866 dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org aufgenommen von rebecca braunert plunkets ein gang durch die römische unterwelt der november war einer der regnerischsten tage die über die alte roma angebrochen dennoch galt es trotz schmutz und nässe sich in die kampagne zu wagen denn in den katakomben von st calisto sollte an demselben tage zum gedächtnis der heiligen cecilie deren grab daselbst in der kapelle des heiligen obern verehrt wird gottesdienst gehalten werden diese feier lockt freunde und einheimische in sonst ungewohnter menge auf die via appear und ich schloss mich dem mehr neugierigen als andächtigen pilger zuge umso lieber an da cavaliere de rossi der berühmte erforscher dieser toten welt an den ich von gewichtiger stelle empfohlen war mir für diesen tag seine führung durch das seltsame gräberlabyrinth zugesagt hatte die katakombe liegt fast eine melie vor porta san sebastiano der weg dahin führt an den gewaltigsten überresten einer dahingestorbenen großartigen vergangenheit vorüber wie überall in rom so wandeln wir auch hier auf der spur der toten und die öde schweigende kampagne einst der schauplatz des reichsten und blühendsten lebens der welt jetzt ein sumpfiges fieberdunstiges gefilde sie trägt in ihrer stillen erhabenen trauer wie kein zweiter ort den stempel der vergänglichkeit alles irdischen grabmäler auf ihr gräber unter ihr zu diesen unterirdischen gräbern gehören die katakomben die wir heute besuchen aus einem einfachen gemüsegarten führt eine neu errichtete holztreppe in diese totenstadt hinunter und wir befinden uns nun in einer welt von grabstätten die mit ihren düstern öffnungen uns traurig entgegenstarren am heutigen tage war es lebhaft und bewegt da unten eine bunte gesellschaft drängte sich durch die gänge in der grabkammer des heiligen urban wurde messe gelesen ein altar war in dem engen raume errichtet und das kleine grab der heiligen stäzilie in dem ihr leichnam in derselben lage gefunden sein soll in welcher modernos rührende statue sie verewigt war in schönster weise mit blumen geschmückt und mit lampen erhellt gleich wie das grab einer geliebten anverwandten die uns gestern entrissen wurde nicht lange wehrte es bis ich den cavaliere der rossi fand der allerdings heute durch den besuch des damals gerade anwesenden kronprinzen und der kronprinzessin von preußen und des prinzen von wales in anspruch genommen war aber soweit seine zeit es ihm gestattete durch die hauptsächlichsten grabkammern und gräbergänge mich führte und bau und konstruktion sowie inhalt der malereien mir erklärte an seiner kundigen hand wollen auch wir eine kurze wanderung durch dies leichengebiet unternehmen ernst und monoton ist der weg dichtes dunkel umgibt uns eine feuchte giftig schwere luft lässt die lampen und wachskerzen nur düster brennen und in den sommermonaten wo die malaria die verderblichen fieberdünste über die kampagne führt wäre der besuch dieser orte kaum ratsam lange schmale gänge ziehen bald hoch mit spuren von wölbungen bald niedrig dass man kaum gebückt vorwärts gehen kann sich düster dahin der boden ist uneben führt bald hinauf bald hinab neue gänge durch kreuzen die ersten und führen seitwärts ab aus rohen stufen oft nur allmähliche anhöhen emporsteigend gelangt man zu einer höheren galerie die in derselben weise schachtartig gegraben ist von da zu einer dritten so dass oft drei stockwerke übereinander liegen die seitenwände öffnen sich hier und da zu kleinen eingängen die in ein so genanntes kubikulum eine grabkapelle führen meist von viereckiger doch auch mitunter von achteckiger auch runder gestalt öfter liegen mehrere davon nebeneinander und stehen durch eingänge miteinander in verbindung öfter durchbrechen sie nach oben ein stockwerk auch werden zwei am gange sich gegenüberliegende zu einer verbunden durch die dann der gang hindurch führt wie wir es zum beispiel in unserer abbildung sehen die eine kapelle der katakombe von santa agnese darstellt in welcher die rohen formen eines zentralbaus zu erkennen sind überhaupt ist die architektur dieser stillen totenstraßen einfach und roh wie sie eben der sparten und die axt der totengräber beschaffen konnte nur die erwähnten grabkammern sind durch gegliederte wölbung der decke und spuren von säulenverzierung ausgezeichnet die ganze anlage macht den eindruck als wäre sie mehr in ängstlicher hast gewühlt als mit ruhigem fleißer ausgebaut worden man sieht es war eine bewegte und bedrängte zeit für die welche hier unten ihre schwierige pflicht erfüllten an beiden seiten der gänge ziehen sich in ernster monotonie gräber an gräber repositorienartig neben und übereinander angelegt dahin es sind horizontale öffnungen in die wand gegraben genauso breit und so lang wie der menschliche körper eine marmor oder sandsteinplatte mit einer einfachen inschrift meist der name mit dem zusatz in frieden in gott etc auch wohl die roh eingekratzten figuren eines fisches einer palme eines ankers einer taube darauf schließen die sogenannte ruhestätte die meist für eine mitunter aber auch für zwei und mehrere personen bestimmt war ein ausgezeichneteres grab erhielten kirchenfürsten und märtyrer auch wohl später die welche für ihr geld sich das recht dazu erkauften ihr grab oder loculus war nämlich mit einem in die wand gearbeiteten bogen nischenartig überwölbt die marmorplatte verschloss hier das grab nicht von der seite sondern von oben oft kamen in eine solche grabnische mehrere leiber die dann übereinander gelegt wurden diese grabnischen oder arcosolia finden wir namentlich in den erwähnten grabkammern und kapellen die bestattung in sarkophagen gehört erst einer späteren zeit an in dem mörtel womit die grabstätte eingemauert worden war finden sich die fläschchen mit abendmalswein die man fälschlich für blutfläschchen hielt außerdem ringe gläser lampen die leichen wurden in linnen gewickelt und gefäße mit wohlgerüchen dazu gestellt die noch als cavaliere der rossi sie fand geduftet haben sollen dasjenige was uns bei unserer wanderung vor allem auffällt das sind die an den wänden und decken der grabkammern befindlichen malereien und die inschriften auf den grabsteinplatten die letzteren sind denn auch die urkunden für ein ganz neues blatt in der geschichte der ersten jahrhunderte des christentums geworden es ist ein wort das tausendmal wiederholt auf den grabsteinen eingegraben steht das ist das wort in parke in frieden und dieser friede des todes dem diese orte geweiht spiegelt sich in diesen bildern ab der ganze ort auf dem die katakombe sich befindet weist auf diesen frieden diese versöhnung hin in nächster nähe befindet sich die katakombe der juden nicht weit davon die heidnischen kolumbarien und das grabmal der caecilia metella auf kleinem raume liegen so die vertreter der drei großen weltgeschichtlichen potenzen des christentums des heidentums und des judentums vereint wie sie auch im leben in steten überzeugungskämpfen sich zerfleischt der tod hat sie nebeneinander gebettet und das ist nicht bloß zufall gewesen damals war das christentum noch seiner großen aufgabe treuer gewesen als oftmals später die versöhnung zu predigen und selbst bei entgegenstehender lehre nicht von der liebe zu lassen gegen die person die heilige zezilien vielleicht die liebens- und verehrungswürdigste aller katholischen heiligen ließ sich halb schon zu tode gemartert aus ihrer wohnung noch in die katakombe des kalixtus tragen aus innigem verlangen an der heiligen stätte begraben zu sein aber auch aus einer sehnsucht nicht fern von ihren heidnischen verwandten zu liegen zu denen sie die anhänglichkeit nicht verleugnete wenigstens nicht in der stunde des todes und so sind dann auch die bildlichen darstellungen in den katakomben durchaus nicht in dem schroffen gegensatz gegen die heidnische welt befangen wie man wohl glauben möchte sie haben nicht verschmäht die würdevolle schönheit und die heitere anmut in ihren kunstwerken zu verwerten die das schönste erbteil der heidenwelt für alle zeiten gewesen sind die ersten malereien in den katakomben an den decken ihrer grabkammern und in den nischenbogen ihrer arkusolien sind noch von demselben geiste angehaucht der den wandgemälden von pompeji einen so unzerstörbaren reiz verleiht dieselbe gefällige leichtigkeit der komposition derselbe harmonische schwung der glieder ja auch trotz der unbequemlichkeit des malens in diesen unterirdischen räumen bei künstlicher beleuchtung derselbe geist feiner farbnuanzierung der an den pompeianischen gestalten uns entzückt erst später wurde die technik flüchtiger und geschmackloser und leidenschaft und inbrunst der darstellung mussten ersetzen was ihnen an schönheit mangelte auch in der wahl der gegenstände und der art ihrer auffassung haucht uns jener geist des friedens und der künstlerische sinn der antike aus den katakommen bildern früheren datums an da ist nichts von jenen widerwärtigen zerfleischungs und hinrichtungsszenen womit die spätere zeit ihre märtyrer zu verewigen suchte ja selbst das bild des gekreuzigten erlösers sollte man sich darzustellen in den zeiten der verfolgung und bedrängnis schmückten die christen die gräber ihrer teilweise grausam geopferten brüder lieber mit bildern des lebens und der auferstehung zum zeichen dass die welche hier lagen die kämpfe und qualen des lebens überwunden haben den überlebenden zur ermunterung wie sie zu überwinden und in der erwartung des sieges getrost zu dulden und wie die begebenheiten des alten testamentes in ihrem sinnbildlichen hinweis auf das neue meist gewählt wurden das auszusprechen was man im bilde noch nicht auszudrücken wagte so griff man auch zu heidnischen symbolen vertiefte und bezog sie auf christliche ideen allmählich erst zog man die gestalt jesu christi selbst in den kreis der darstellungen hinein immer aber in jener jugendlichen idealität gehalten in der die antike ihre götter darzustellen liebte bis man endlich zur porträt darstellung christi und der apostel selbst überging und einen bestimmten typus dafür feststellte wie diese städten den toten geweiht waren so waren sie zugleich zu zeiten der verfolgung die einzig sicheren heiligtümer der lebendigen heilige handlungen deren störung man auf der oberfläche der erde befürchten mußte wurden deshalb hier vollzogen namentlich die beiden sakramente der taufe und des abendmahls hatte doch schon der apostel paulus von einer taufe über den toten geredet und bischof felix gebot am ende des dritten jahrhunderts geradezu das abendmahl nur über den gräbern der märtyrer zu halten auch auf diese beiden sakramente bezieht sich ein kreis der symbolischen wandbilder in den katakomben so nur in der arche dem die taube zufliegt moses der wasser aus dem felsen schlägt ein mann der fische fängt ein hinweis auf die taufe und in der darstellung des fischers der den brotkorb auf dem rücken trägt des weinwunders zu kana des tobias der die hand in des fisches mund steckt ja der abbildung christi und seiner jünger selbst wie sie zu tische sitzen und essen eine verherrlichung des hier gefeierten abendmahls worauf noch spuren eines kredenztisches in der wand und scherben emaillierter glasgefäße hinweisen die hier gefunden mit ähnlichen darstellungen verziert sind einen großen triumph erregte es in rom als man vor einiger zeit in der katakombe von santa agnese ein sehr zerstörtes bild entdeckte das eine frauengestalt mit einem kinde zeigte so hatte man dann endlich in diesen unterirdischen grabestätten das palladium der katholischen kirche die madonna gefunden und vierzig blasierte engländer ließen sich durch dies faktum sofort bewegen vor diesem bilde in den schoß der allein seligmachenden kirche überzutreten übrigens ist dieses nicht die einzige darstellung der maria wir finden sie häufig in einem bilde das die anbetung der drei weisern aus dem morgenlande uns vorführt andere bilder die auf die madonna von der katholischen kirche gedeutet worden sind sind mindestens zweifelhaft nur als ihre verehrung geboten wurde kehrt sie häufiger wieder aber sie trägt in dem reichen goldschmuck des gewandes und dem heiligen schein um das haupt doch schon sehr den stempel der späteren byzantinischen kunst mit dem augenblicke als das christentum zur staatsreligion geworden kirchen zu bauen und statt die decke der grabkammern absis und triumphbogen der basilika zu schmücken begann hört die malerei der katakomben sowie ihre bedeutung überhaupt auf die künstlerische ausschmückung dieser totenorte legte sich jetzt mehr auf die sarkophage deren bearbeitung in den zeiten der verfolgung wegen der größeren umständlichkeit und der gefahr die sie mit sich brachte unmöglich war die darstellungen derselben sind wesentlich dieselben wie in den malereien die arbeit aber trägt schon die zeichen des verfalls der kunst und ist flüchtig und roh auffallend ist das geflissenliche hervorheben des jüngers petrus auf diesen sarkophagbildwerken man sieht es ist schon jener hierarchische zug in der kirche erwacht der auf den vorrang des petrus gegründet ein übergewicht roms und seines bischofs über alle anderen bischöfe und bischofssitze beweisen wollte bis zum fünften jahrhundert hat man noch in den katakomben begraben und leo der vierte war der erste römische bischof der sich in der vorhalle von st peter bestatten ließ wohl hat man noch in den katakomben gemalt aber die rührende naivität der darstellungen ist vorüber die zart verschleierte symbolik die das unsichtbare noch nicht in sichtbarer gestalt auszudrücken wagte verwandelt sich in beherrschende tatsachen das sichtbare oberhaupt der kirche trat anstelle des unsichtbaren feierliche strenge bischöfe und heiligen gestalten mit ernsten richterlichen gesichtern anstelle der formen schönen sinnbilder der auferstehung und des lebens und die liebliche gestalt des guten hirten verwandelte sich in das medusenartige greisenhafte christus antlitz wie es uns aus den mosaiken der byzantinischen zeit starr und gespenstisch entgegenblickt die christliche kunst in ihrem altes und neues versöhnenden geiste ging zu grabe um als kirchliche kunst streng und fleischtötend wieder aufzustehen in dieser zeit erhielten die katakomben keine neuen bewohner mehr sie sind aber heilige wallfahrtstätten noch lange verblieben ein neues geschlecht baute über ihnen die prächtigsten kirchen des erdkreises auf der kleine nischenbogen des märtyrergrabes wurde zum triumphbogen der stolzen basilika die gebeine der blutzeugen die man vor der beschimpfung mit mühe barg wurden hervorgeholt goldenen altären erst würde und ansehen zu verleihen aber nach und nach wurden wie alles andere auch diese grabstätten vergessen hin und wieder beklagt sich wohl eine stimme daß die verehrung dieser stätten abnehme aber sie blieb doch nur vereinzelt seit die goten was wertvolles in ihnen sich vorfand geraubt und weggeschleppt hatten verfielen die katakomben mehr und mehr die wenig zugänglichen reste wurden in schafställe verwandelt und boten füchsen und räubern der kampagna einen willkommenen schlupfwinkel dar und wenn eine durchforschung und ein besuch derselben stattfand so geschah es nur um die gebeine der märtyrer hervorzuholen und sie entweder dieser oder jener kirche einzuverleiben oder auch sie zu verkaufen ein handel welcher der kirche für jahrhunderte vorteil versprach erst mit papst sixtus dem fünften erfolgte eine mehr wissenschaftliche durchforschung der totenlager und eine reihe von männern haben sich um dieselbe bis auf unsere tage größere oder geringere verdienste erworben obenan steht in unserer zeit der cavaliere der präsident der von papst pios dem neunten ernannten kommission für christliche archäologie durch den nicht nur eine große anzahl von katakomben aufgedeckt sind sondern auch das wissenschaftliche material das darin verborgen auf das geistreichste verwertet worden ist durch ihn wurde namentlich das eine festgestellt dass die katakomben nicht wie man früher wohl meinte die alten sandgruben wären aus denen man das material zu den städtischen bauten zog ebenso wenig wie andere glaubten die gruben worin man die sklaven verfaulen ließ und dass sie von mönchen mit malereien und inschriften bedeckt für die grabstätten der ersten christen ausgegeben worden wären sondern dass sie wirklich zu dem zwecke angelegt worden seien dem sie dienten die ruheplätze zu bilden für die welche des lebens kampf und leid überwunden vor allen toren roms fast finden sich diese katakomben im altertum kannte man deren vierzig jetzt sind einige zwanzig bekannt es war doch bei einer stadt von so ungeheurem umfang wie rom von selbst geboten verschiedene begräbnisplätze anzulegen die fabelhaften berichte die früher über diese toten straßen im umlauf waren als ob sie ein unterirdisches netz bildeten das ganz rom unter miniere und sogar bis ostia sich erstrecke bestätigen sich nicht aber dennoch ist ihre ausdehnung eine staunenswerte wenn man die verhältnismäßig kurze zeit bedenkt die an ihnen gearbeitet und erwägt dass man die bekenner nur eines unterdrückten glaubens da selbst bestattete stammt doch nachweislich das erste katakomben grab vom jahre 71 das letzte vom jahre 410 jetzt sind die katakomben leer der größte teil dessen was sie so interessant und merkwürdig macht an malereien und inschriften ist um es vor beschädigung und beraubung zu schützen entfernt und in den räumen des lateralen untergebracht worden nur der emsig forschende gelehrte und der neugierige fremde betreten noch diese stillen gänge und wie früher die totengräber beschäftigt waren die leichen hier zu bestatten so sind jetzt arbeiter tätig die lange vermoderten gebeine aus ihrer ruhe wieder ans tageslicht zu ziehen wir verlassen diese nächtlichen orte voll dank gegen den gelehrten führer der uns ihre bedeutung und ihren geschichtlichen wert begreifen gelehrt hat voll verehrung gegen die abgeschiedenen an deren gräbern wir gestanden und in denen der geist des christentums reiner und großartiger sich offenbarte als jemals später und steigen wieder zum erquickenden sonnenlichte empor war es wirklich heller geworden in der gemeinde als sie zum licht der sonne aus diesen städten sich erhob und zu macht und ehre gelangte woher der aberglaube der von herrschsucht künstlich genährt in jener späteren zeit um die gemüter gewoben wurde vertrug die der unterirdischen nacht entstiegende kirche das licht der sonne nicht sehnte sie sich in das dunkel zurück oder gehören am ende druck und kampf dazu um selbst die höchsten geistigen güter sogar die religion vor entartung zu schützen ende von ein gang durch die römische unterwelt der andere von arthur schnitzler dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei der andere aus dem tagebuch eines hinterbliebenen allein ganz allein vor meinem schreibpulte sitze ich die leuchter brennen die tür zu dem zimmer das einst das ihre war steht weit offen und wie ich meinen blick erhebe versinkt er in den dunklen raum glitzernd von den häusern drüben spielen lichtreflexe an meine fensterscheiben wie neu wie brutal das ist sie hat die vorhänge in meinem arbeitszimmer immer niedergelassen wenn der abend kam kein lärm der straße kein lichtes gegenüber durfte zu uns herein und die stunden gingen hin ich bin auf und ab spaziert in meinem zimmer auch in dem ihren auf ihren divan habe ich mich hingestreckt bin da lang gelegen habe in die überflüssige welt vor den fenstern hinaus gestarrt vor ihren schreibtisch habe ich mich hingestellt die federstiele in den händen gehalten an denen noch der duft ihrer fingerspitzen haftet und vor dem kamin dem ausgebrannten bin ich gestanden habe mit der ofengabel in der asche herumgewühlt und das zischelte und knirschte von zersträubtem papier und kohlenstücken morgen für morgen wandere ich auf den friedhof hinaus es ist heuer ein spätherbst mit einer kalten und frechen sonne und wenn ich die weiße mauer von weitem sehe so brennen mir die augen dann wandle ich durch die gräbereien und betrachte mir die leute die da kommen zu beten und zu weinen ich fange an einzelne zu kennen sonderbar an diesen gestalten berührt mich das typische das immer wiederkehrende das mädchen das schluchzen vor jenes kreuz nahe der kapelle hinsinkt immer mit demselben schluchzen mit denselben pfeilchen die sie auf die feuchte erde niederlegt und wenn sie dann aufsteht immer der gefestigte ausdruck im antlitz das rasche weggehen sie beweint einen jüngling er starb im vierundzwanzigsten jahre gewiss sie war seine braut immer packt mich der gedanke ja wie kann sie denn da wieder aufstehen woher der getröstete blick mit dem sie von dannen geht ich möchte ihr nacheilen es gibt keinen trosten erinn und ich der ich täglich da bin was suche ich eigentlich sie ärgern mich manchmal die leute da mit dem flor um den hut mit den dunklen handschuhen dabei sehe ich wohl auch so aus wie all die anderen blass und verweint oh ich weiß schon ich bin eifersüchtig auf den schmerz der anderen was geht mir hier wie es mir mit erhabenen und entzückenden dingen wieder fuhr ich konnte den ausdruck der begeisterung auf den zügen anderer nicht vertragen wenn ich mich an etwas großem berauscht hatte neidisch sah ich meinen nachbarn an den ein gleicher schauer zu durchfließen schien wie mich etwas in mir lehnte sich dagegen auf dass all diese da zwischen den gräbern herumirren mit demselben unsäglichen ewigen schmerz ach es ist erbärmlich dasselbe empfinden sie alle und dann rollen die tage weiter mit neuen gedanken frischen hoffnungen am ende kommt noch trügerisch und weicht der frühling und blüht einem zudringlich ins gesicht die lüfte wehen und die blumen duften und die frauen lachen und wir sind wieder die genarrten sind um unseren großen und ewigen schmerz betrogen ich stehe meist ein paar schritte weit weg von dem fleck erde unter dem sie ruht wenn einmal das steinerne grabmal aufgerichtet ist so werde ich mich wohl an die kalten stufen lehnen können werde mein haupt herabbeugen werde knien auf die erde selbst wage ich mich nicht nieder mich schaudert vor dem gedanken daß stücke von dem staub unter mir wegbröckeln daß ich sie auf den sarg aufschlagen höre und doch manchmal durchrast mich eine schier unbezwingliche lust mich niederzuwerfen mit den händen in der erde herumzuwühlen meine trauer hat nichts mildes ich bin zornig ich knirsche mit den zähnen ich hasse alles und alle vor allem diejenigen die mit mir leiden alle diese männer weiber kinder unter denen ich umher wandle sie sind mir widerwärtig ich möchte sie davonjagen besonders hat der gedanke etwas unsäglich erbitterndes für mich daß irgendwer gestern zum letzten mal da war er hat sein leid zu ende gelitten er hat gefühlt daß es immer linder wurde er ist tagtäglich befreiter von hinnen gegangen und eines morgens erwacht er und kann wieder lächeln wie hasse ich die leute die wieder lächeln können aber eines morgens werde ich auch wieder lächeln auch ich werde vergessen in mir taucht heute die erinnerung an meine jünglingszeit auf wie ich an der seite der süßen liebsten durch den wald schritt und so unendlich glücklich hätte sein können ich war es ja auch es gibt augenblicke die alles verschlingen vergangenheit zukunft die eben die ewigkeit selber sind aber ich habe nie zu jenen gehört die geruhig ihres weges zu seiten der landstraße wandern die sich ab und zu tiefer in die wiesen und wälder verirren und sich ins grüne legen können selig den morgen eintrinken auf die bäume bin ich gestiegen und habe ins weite hinaus gesehen dorthin wo die landstraße im grauen verschwindet und der lenz zu sterben anfängt und hier hier in diesem zimmer beim fenster war es ja als mein weib einmal zärtlich meine wange küsste und mich ein so eisiger schauer durchlief die minuten stunden tage jahre tollten davon unsere zeit war um alt beide das ende das ende so habe ich meine liebe entheiligt weil ich dachte dass sie verblassen musste und nun entheilige ich meinen schmerz indem ich daran denke dass ich wieder einmal lächeln werde wer ist jener mann mit den blonden haaren und den klagenden augen um wen weint er die ruhestätte die er tag für tag aufsucht liegt wenige schritte von dem grabe meiner gattin der mann ist mir aufgefallen weil ich ihn nicht mehr so sehr hassen kann wie die anderen er ist früher da als ich und bleibt noch wenn ich mich entferne vielleicht wäre ich nicht auf ihn aufmerksam geworden wenn ich nicht einmal seinen blick mit einem glanz so tiefen mitleids auf mir ruhen gefühlt hätte daß ich fast erbebte ich schaute ihn fest an er wandte sich langsam um und schritt der friedhofsmauer entlang ich muß ihn übrigens kennen von früher her aber woher haben wir uns auf einer reise getroffen habe ich ihn im theater gesehen oder nur auf der straße er muß mein schicksal ahnen und ein ähnliches erlebt haben wie ich nur so erkläre ich mir jenen blick der mir unvergesslich bleiben wird er ist schön und jung nun da ich wieder hier vor meinem schreibtisch sitze und das konterfei der teuren die mein weib mein alles mein glück meine welt war von welken blumen umrahmt vor mir steht kehrt mir die besinnung langsam wieder tage wie die letzterlebten rauben doch wahrlich jegliches klare urteil ich habe heute großes vor das erste mal wieder seit einem monat will ich den bücherschrank aufsperren will wieder versuchen zu lesen zu sichten zu denken nichts von alledem habe ich getan ich mußte wieder hin am späten abend einsam der friedhof niemand weit und breit das erste mal heute bin ich niedergesunken und habe die erde geküsst unter der sie ruht und habe dann geweint ja geweint es war so still die luft kalt und ruhig ich bin dann aufgestanden und durch die gräbereien gegangen der kirchhofstüre zu und es blieb vollkommen einsam so scharf blickte der mond über die kreuze und denkmäler daß ich jeden hätte sehen müssen eine frau sah ich auch im weggehen mit dem schwarzen flatternden schleier und dem taschentuch ich kenne sie schon so genau diese frauen und die breite straße die der stadt zuführt lag weiß im licht des mondes da ich hörte immer meine schritte niemand kam hinter mir her lange blieb ich ganz einsam da bis die anderen vorstadthäuser kamen und die ersten wirtsstuben da gab es auf einmal wieder menschenstimmen und tritte und lärm mir aber tat es ganz wohl und jetzt da ich nach meiner abendwanderung zu hause angelangt bin habe ein seltsames seit lange nicht gehegtes verlangen empfunden mein fenster aufzumachen wieder menschenstimmen und straßenlärm zu hören aber die nacht ist weiter geschritten und es wurde stille unten auch frieren mich die finger während ich dieses niederschreibe weil es kalt zu werden beginnt und das licht zittert trotz der unbewegten luft ich stand da hart an der friedhofsmauer und die hohe weide verbarg mich seinen blicken frühmorgens war ich gekommen der allererste im häuschen des toten gräbers brannte sogar noch ein licht bald nach mir aber erschienen andere frauen zumeist endlich er ruhig schritt er dem platze zu wo er gewöhnlich weilt immer dieselben großen klagenden augen und er kniete nieder ich schaute hin scharf hin er kniete auf dem grabe meiner gattin ich aber stand da atemlos hatte meine finger in den weiden ästen das dauerte minutenlang er kniete er betete nicht er weinte auch nicht nun erhob er sich wieder wandelte wie er es gewöhnlich zu tun pflegte die wege kreuz und quer nach einiger zeit kam er wieder in meine nähe ich hatte mich dem grabe meiner gattin genähert und stand da gestützt auf das gitterwerk eines benachbarten grabmals er schritt an mir vorüber sah mich gelassen an ich wollte ihn anrufen ich habe es nicht getan ich habe gesehen wie er sich dem ausgang des kirchhofs näherte und bin noch immer da gestanden ich weiß nicht wie mir war ich weiß auch nicht wie mir jetzt ist aber es kommt ein tag morgen morgen schon wo ich ihn wiedersehe wo ich ihn frage wo ich alles wissen werde welch eine nacht ist das ich kann nicht schlafen es ist kaum mitternacht vorüber ich will doch jetzt hin was soll ich hier in meiner wohnung tun ein paar stunden nur und die tollheit ist wieder vorüber wie klar wird alles sein aber bis dahin nun es sind ja nur stunden ja ja auf dem grabe meiner gattin wieder habe ich ihn dort knien gesehen ich bin nur zehn schritte von ihm gestanden warum habe ich ihn aufstehen ein paar schritte ungehindert weiter gehen lassen wie habe ich das recht nicht ihn zu fragen wer er ist wen kann ich denn fragen als ihn er hörte aber meine schritte hinter den seinen als er dem tore zuschritt und ich irre mich nicht er hat seinen gang beschleunigt aber ich bin ihm nach und das merkte er wie er aus dem tore hinausgetreten war entschwand er mir natürlich für zwei augenblicke ich aber ihm nach da raste ein wagen davon der einzige rings im umkreis ich dem wagen nach ich konnte ihn nicht erreichen ich sah ihn noch minutenlang denn die straße ist lang und gerade endlich war er aus meinen augen und da stand ich so wie ich jetzt vor diesem platt papier sitze dem wahnsinn nahe wer ist dieser mann der es wagt auf dem grabe meiner gattin zu knien was war er ihr wie erfahr ich's wo finde ich ihn wieder plötzlich verzerrt sich mir die ganze vergangenheit bin ich denn toll hat sie mich denn nicht geliebt ist sie nicht hier hinter meinem sessel hundertmal gewesen hat ihre lippen auf meinen kopf gepresst und mit den händen meinen hals umschlungen waren wir nicht glücklich wer aber ist dieser blonde schöne junge mann warum ist mir sein gesicht so bekannt erschienen ist mir's jetzt nicht als hätte ich ihn zu wiederholten malen wenn ich mit ihr im theater war oder in einem konzert uns gegenüber gesehen den blick und verwandt auf sie gerichtet war es nicht er der einmal als ich mit ihr spazieren fuhr dem wagen so lange nachgeschaut wer war er wer wer ein schwärmer vielleicht den sie nicht einmal gekannt den sie nicht einmal eines blickes gewürdigt aber ich hätte ihn ja kennen müssen er hätte doch einmal in irgendeiner gesellschaft sich uns zu nähern versucht nein er hat mich vielleicht vermieden er hat meine frau gekannt ohne mich zu kennen er hat sie auf der straße verfolgt er hat es gewagt mit ihr zu sprechen nein sie hätte es mir erzählt erzählt wenn sie ihn liebte ach sie liebte ja mich 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 woher weiß ich das weil sie's mir gesagt hat sagen sie's nicht alle und die falschesten öfter als die besten oh ich werde ihn finden ich werde ihn finden und fragen und er selbst wenn er von ihr geliebt wurde was wird er antworten ich bin zu ihrem grabe hinaus gewandert weil ich sie liebte sie aber hat nie davon erfahren kann ich denn die wahrheit aus ihm heraus zwingen ja was also soll ich tun weiter leben so weiter leben seit drei tagen habe ich ihn nicht gesehen ich bin all die zeit draußen gewesen er erschien nicht mehr die totengräber wissen nicht wer er ist die nächsten tage will ich straß auf straß ab rennen ich muß ihn finden er ist vielleicht abgereist einmal muß er wiederkommen er muß wiederkommen und wenn er tot ist wenn er nicht leben kann ohne sie es wird humoristisch noch einer der ohne sie nicht leben kann ich hätte nur die eine sehnsucht ihm zu sagen mein verehrtester betrüben sie sich nicht allzu tief sie hat jedenfalls auch mich geliebt ja eifersüchtig möchte ich ihn machen ihr bild habe ich von meinem schreibtisch herunter geschleudert da liegt es mitten im zimmer und da mitten im zimmer auch ihre briefe die briefe die sie in ihren schränken und pulten aufbewahrt hat denn ich habe alles aufgerissen und durchstöbert was habe ich gefunden briefe von mir blumen von mir bänder schleifen vielleicht auch eine blume von ihm wie soll man das der blume ansehen was habe ich denn finden wollen bewahrt denn eine frau etwas auf das sie verraten könnte ich habe auch in ihren kleidern die noch da hängen herumgesucht ein kleines briefchen ein zettel den man in die hand drückt ist leicht vergessen sie aber hat nichts vergessen ich bin nicht mehr auf dem friedhof gewesen mich schordert davor das grab wieder zu sehen es kommen ruhigere minuten nachdem die ersten tage vorüber sind ohne dass ich wahnsinnig geworden muss ich mich da rein finden muss ich mich da rein finden nie die wahrheit erfahren zu können wie beneide ich jene betroffenen die über ihr unglück klar geworden sind wie beneide ich selbst das los derjenigen welche ein verdacht quält und die weiter wachen weiter spionieren dürfen die den glückseligen augenblick erwarten in dem die untreue sich durch einen blick ein wort verraten wird ich aber bin ein verdammter für ewige zeit denn das grab gibt keine antwort und manchmal fahre ich des nachts aus meinen wüsten träumen auf von dem gedanken gequält daß ich vielleicht das andenken einer unschuldigen entweihe wie gern möchte ich sie weiter lieben das weib das mich so selig gemacht hat wie gern möchte ich sie hassen können die erbärmliche die mich betrogen und beschimpft vor mir hier auf dem schreibtisch steht wieder ihr bild denn ich habe es vom boden aufgehoben und lasse es an seinem früheren platze stehen wenn ich dich anbeten dürfte hinstürzen vor dieses bild wie vor das einer heiligen und weinen wenn ich dich verachten dürfte dieses bild zertreten unter meinen füßen abende nächte lang starre ich in diese stummen lächelnden rätselhaften augen der andere gelesen von hokus pokus achter brief aus forschungsreise des afrikaners lukanga mukara ins innerste deutschland von hans pasche mit rauch wie von heißen töpfen und kesseln sein herz ist so hart wie stein verkalkt mukama in ibrahimus brief lese ich du fragst nach der sitte des rauchstinkens er schreibt der könig der könig ließ die trockenen stinkblätter in eine leere hütte bringen und anzünden der ganze hof war zugegen alle rochen den rauch und husteten es ist unbegreiflich wie menschen den rauch ertragen können es war aber ein mann von karakwedar der kannte die blätter er sagte man müsse sie in der hand zerreiben in die nase einatmen und die nasenlöcher durch eine klammer verschließen solchen brauch habe er bei einem volke kennengelernt das schreibt ibrahimo anders aber ist die sitte der wasangu sie rollen die trockenen stinkblätter zusammen und tragen von diesen rollen stets einen vorrat in ihrem kleide mit sich sie tragen aber auch kleine holzstücke zum feuerreiben in einer tasche des kleidergewebes der sungu der rauch stinken will nimmt eine rauchrolle aus der tasche beißt mit den schneidezähnen die spitze der rolle ab und spuckt sie aus mancher verstärkt die kraft der zähne indem er sich beim abbeißen der spitze mit der hand auf den kopf haut dann bläst er luft durch die rauchrolle und steckt sie mit einer seite in den mund er hält sie mit den lippen fest dann reibt er feuer und steckt die rolle an dem ende das aus dem munde heraushängt in brand wobei er luft durch die rolle hindurch saugt diese luft vermengt sich nun mit dem rauch und der rauch dringt in den rachen des sungu dann bläst er ihn aus wobei er entweder neben der rolle die lippen ein wenig öffnet oder die rauchrolle während der rauch entströmt in die hand nimmt manche aber saugen den rauch in die lunge ein und blasen ihn aus den nasenlöchern aus wahrscheinlich lacht ihr und wollt nicht glauben was ich schreibe denn es ist unglaublich daß ein mensch aus seinem munde rauch bläst ich habe mich aber an diesen anblick schon so gewöhnt daß ich nicht mehr darüber lache die rauchrollen glühen nur sie brennen nicht die asche aber wird in kleine gefäße getan die in den häusern überall aufgestellt sind wo rauch stinker wohnen nicht alle wasungu stinken rauch man unterscheidet stinker und nicht stinker und unter den stinkern wieder starke stinker und solche die nur manchmal rauch machen die unterscheidung ist sehr wichtig weil sie den wasungu gelegenheit gibt darüber zu sprechen ein gespräch mit einem unbekannten zu beginnen und zu zählen wie viele rauchrollen jeder einzelne täglich verbrennt sie sprechen dann auch von der größe und farbe der rauchrollen wo die blätter gewachsen sind und wie viel geld die rollen kosten oft höre ich ein solches gespräch einer fragt willst du eine rauchrolle der andere sagt nein ich mache nicht rauch dann sagt der erste seinen namen und wippt dabei mit dem oberkörper nach vorn dann erklärt der rauch stinker es sei eine gewohnheit die er nicht lassen könne alles andere könne er entbehren nur rauch müsse er stinken er stinke schon so und so viele jahre jetzt habe es ihm der medizinmann verboten er mache es deshalb heimlich er habe ein krankes herz und versteinerte blutadern und oft schwindel im kopf es gäbe rauchrollen die weniger schädlich sein sollen aber die schmecken nicht so gut und sein vater und dessen brüder alle hätten auch immer ihren rauch gestunken ein vetter von ihm aber sei nicht stinker und in der letzten woche seien die rauchrollen wieder teurer geworden ist nun der andere auch stinker so ziehen beide ihre rauchrollen hervor und tauschen je eine aus dann schreiben sie auf wo der andere die rauchrollen gekauft hat meist sind diese gespräche in den wagen in denen die wasungu fahren um dort hinzukommen wo sie zusammen mit anderen halbverrückten ihre narrheiten verrichten diese wagen werden übrigens eingeteilt in solche für rauch stinker und andere für nicht stinker es steht groß angeschrieben nur wenige frauen stinken rauch es ist sitte wenn eine frau dabei ist sie zu fragen ob sie es erlaubt ob gestunken werde und ihr erst dann rauch ins gesicht zu blasen sobald die luft schlecht genug ist wird darüber gesprochen ob eine tür aufgemacht werden soll einige sagen ja und andere nein so entsteht überall gespräch auch die fragen beschäftigen den sungu sehr in welchem alter die kinder anfangen dürfen an rauchrollen zu lutschen ob frauen ein recht haben an rauchrollen zu ziehen und in welchem alter die erwachsenen männer aufhören müssen rauch zu stinken weil es für sie lebensgefährlich wird die wasungu sagen daß die heutige jugend früher anfange rauch zu stinken als sie selbst angefangen hätten und daß es deshalb nötig sei die kinder mehr zu hauen frauen haben früher nicht rauch geblasen jetzt ist es üblich geworden daß sie zerhackte stinkblätter die in briefpapier eingewickelt sind rauch stinken die folgen des rauch stinkens sollen mannigfaltig sein die stinker sterben früher als die nicht stinker was allerdings eine freude ist für die die sich von dem unterschiede der zahlen ernähren die zahlenkerle viele bekommen geschwüre in den magen die lungen verfaulen frühzeitig die blutadern werden steinig der kopf schmerzt und die kinder der rauch stinker sind kränklich die unsitte des rauch stinkens ist wieder ein teil dessen was die wasungu in ihrer sprache eine gesunde volkswirtschaft nennen es ist unverständlich nicht wahr daß eine ungesunde angewohnheit als etwas gesundes bezeichnet wird das kommt aber so und in ihrer allgemeinen narrheit merken sie es gar nicht weil viele wasungu durch rauch stinken ihr leben verkürzen wollen müssen sehr viele menschen männer frauen kinder in die häuser fahren wo rauch rollen gewickelt werden und dort arbeiten sie bekommen dafür geld und kaufen sich dafür brot weil aber ackerfäll zum anbau der stinkpflanzen gebraucht wird wird die ackerfläche für brotgetreide kleiner und das brot teurer um satt essen zu können müssen deshalb die arbeiter länger rauchrollen drehen damit sie mehr geld bekommen um brot zu kaufen würden nun eines tages weniger rauchrollen gebraucht so sagen die zahlenkerle würden die stinkblätter arbeiter brotlos und auch die menschen die rauchrollen zum verkauf anbieten wollen nicht daß weniger gestunken werde auch die narren die die gefäße für die asche machen wollen es nicht und weil von jeder rauchrolle etwas für die regierung bezahlt wird will es die regierung auch nicht denn dann kann sie die zahlenkerle nicht bezahlen und die männer die die rauchrollen zählen und die obernarren die über die schändlichkeit des rauch stinkens schreiben sie alle glauben also dann brotlos zu werden auch gibt es wundermänner die den krankgewordenen stinkern den rat geben weniger rauch zu stinken und die dafür geld bekommen für das sie sich brot kaufen und auch andere die eine arznei machen gegen die verhärtung der adern und das teuer verkaufen sie alle glauben kein geld und kein brot zu haben wenn weniger rauch gestunken würde deshalb wird nicht nur vor dem rauchen gewarnt sondern überall steht angeschrieben machet rauch niemand achtet darauf daß ja das brot billiger wäre wenn die menschen die in den häusern rauchrollen machen auf den acker gingen auf dem jetzt stinkblätter gezogen werden und dort korn bauten ja die zahlenkerle fürchten daß diese menschen das was sie essen wollen selber bauen und daß dann keine wagen hin und her zu fahren brauchen und daß die menschen weil sie eine gesunde arbeit haben zu lange leben und deshalb mehr brot verbrauchen würden deshalb also nennen sie das machen von rauchrollen eine blühende tätigkeit und sprechen von einer gesunden volkswirtschaftlichen entwicklung es scheint aber daß die welche das rauch stinken gewöhnt sind eine sucht danach haben und schwer davon lassen können sei deshalb froh daß die unsitte in kitara unbekannt ist dies ist was dir lukanga über das rauchstinken der wasungu zu sagen hat gütiger herr hüte kitara vor den rauch stinkern dein lukanga mukara ende von achter brief aus die forschungsreise des afrikaners lukanga mukara ins innerste deutschland gelesen von hokus pokus das buch hiob von gustav meiring dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org das buch hiob oder wie das buch hiob ausgefallen wäre wenn es pastor frenzen und nicht luther übersetzt hätte eins heute nu meine seele du mußt du mal weit übersetzen zwei wohlstand des fromm hiob nu passt mal auf ihr lebte da mal n mann recht schlecht der hieß hiob und wohnte im lande utz n komischen name nech und der mied allens böse wie ein echten pastor war doch hirte oder pastor is ja dasselbe und zeugte sieben söhne und drei töchter der älteste von den sieben war ein bangbüchs der zweite aber der war duckerisch und ein wetterwenschen bengel und der dritte achot der muttersohn aber das gehört jetzt arns nicht hierher wollen ma's peder thüen von nöch also hiob zeugte sieben söhne und drei töchter und sein bestreben war nummer eben noch sieben töchter und drei söhne zu zeugen war ein tüchtigen pastor eben hätte zusammen zwanzig ergeben aber jehova wollte es nicht haben denn hatte hey außerdem noch fünfzigtausend kamele die hätten nu bei hagenbeck sicher so n stück zehn millionen reichsmark gekostet er war ein auserwählten knecht gottes und hatten mobbuben buk das war groß und rot wie ein reichsdarler und denn hatte er seine frau ne ungeheuer runde frau allens war rund an ihr eines tages nu der tach war helle und steil stückte er man eben gerade früh und schob seine tasse hart zurück da hieß es mit eins quittjes aus kaldea sind gekommen und haben drei rotten gemacht und die kamele weggetrieben quatscht tun wir nicht sagte hiob da und wollte es nicht glauben denn aber kam seine frau und bestätigte es gotte doch hiob hatte sie gesagt und an ihren tränen gewischt hiob aber hatte nicht gesagt nur so vor sich hin gewunderwerkt hatte er und seinen schweren kopf zur seite gelegt hatte er ja das hatte er er trug es ebens tattlich wie ein königskleid das allens war nur so gekommen im text heißt es satan hätte von gott die erlaubnis gekriecht hioppen heimzusuchen und wäre denn auch mit eins mit einem arm wie der wind in fünf schornsteine gefahren ist natürlich allens quatsch satan gibt's doch gar keinen und für hiob war es eben nicht möglich gewesen sich zu damaligen zeit gegen einbruch zu versichern sind eben noch die dollen zeiten gewesen wo es norddeutschen drill noch nicht gab und denn neigen nur überhaupt die südländer in einsenfort gerne zu die phantastische annahme von satan wenn son südländer nun man eben bloß zur welt kommt ist er allhalbwegens knülle kam da nur wieder mit eins son dolles malheur schlug das haus als alle seine söhne in waren längelang hin und begrub sie alle hiob war nämlich arch unklug gewesen und seine häuser waren alle an die ecke von der wüste gebaut gewesen und denen war ne arch dolle bö gewesen und hatte allens umgeprostet bei uns in die freien und hansestädte hamburg und lübeck wäre so was mal nicht möglich gewesen da soll ich die baubehörde gegen nur ein pfahl war übrig nu ein einzigen stag ich in pfahl haben auch son pfahl die reichen reders gebrüder deppendorf in knesebeckschen garten in winterhude bei hamburg nöch städt heute noch als es sich nun begeben hatte daß hiob von dem boten diese hiobsbotschaft gehört hatte riß er an seinen augen und sagte dit mal lüchthei gott sei dank dit mal lüchthei und spuckte leise und trocken der hiobsbote aber hatte nicht gelogen das ging nu hiob überns paas und hey schlenkerte mit die weiten beinkleider und bruch die zehen nach unten daß der liebe gott angst und bange wurde kignuma 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 ist reines deutsch nicht etwa japanisch es klingt nur ähnlich wie das japanische kokoro kokoro kignuma hatte satan gesagt hätt beine wie ulanlanlanzen gittigit wer hat dies hochstriebende wesen hol den muhldüvel hatte jehova da gesagt kann auch von komm daß hey von königlichen geblüte is hiob aber war archströckrig und raufte seine haare und zu seiner frau sagte er ist doll nu können wir von vorne beginnen hiob von satan weiter verklagt denn von seiner gattin gekränkt und denn von drei freunden besucht na als nur satan sah daß arns nicht half ballerte er immer los auf hiob los immer los und sagte zu sich dey soll dat verspillen er meinte damit die guten chancen die hiob als knecht bei gott hatte und hiob bekam da mit eins ne schweinsbeule an der fußsohle von s war arch doll so unklug waren damals die leute daß sie nich wußten daß ne schweinsbeule doch von sowas nich kommen könne satan gibts nich und den hätte der liebe gottes auch nich erlaubt es war man ne ganz einfache bacillengeschichte und nun nahm noch der unglücksmensch ne scherbe so heißt es im urtext und schabte sich mit doll nöch und setzte sich denn in asche und sah den kippelgang hinunter der nach die barke führte mit ein büschen bohr war's line oder ne saure flaume auf wie sie se in itzeho verkaufen wär's man n leichtes gewesen gegen die schweinsbeule so aber war's ende von weg und kam damit eins schweinsbeule auf schweinsbeule wenn er wenigstens danu was getan hätte gegen oder n arzt zugezogen als die schweinsbeulen all bis auf den scheitel kamen war er ganz bedeckt mit seine gattin aber sagte er hat eine hornhaut und fühlt sich nich menschlich an und denn sagte sie na na laß man kannst es gerne wissen daß ein wüstes jugendleben doch wohl schuld an sein müsse und is ja nich zu leuchnen sagte sie und denn sagte sie noch mensch stell dich ma nich an um allens in der welt stell dich nich an da saß nun hiob mit sein blasses kleistergesicht und seine augen waren wie die von schmutzigem glas wie nur die dolle geschichte von hiobs ausschlag im lande ud zu ruchbar wurde kamen mit eins seine freunde an und hatten dat muhl volls nack elifas von themann bildert von sua und sopha von naema der dicke butt wer kennt ihn er war von straffe fülle gab ein arch quäsen da erst hatten sie ein schwächlich feuerlein gelegt und denn hatten sie um die flamme gesprungen und denn ging eine leise verschiebung in ihnen vor und sie setzten sich zu hiob auch in asche sieben tage und sieben nächte war auch wieder ein gar zwecklos beginn und hätte leicht zu ne allgemeiner ansteckung führen können was nu kommt is man bloß n schrecklich gejaule hiob brummelte vor sich hin daß er man bloß noch n haus ohne scherwände sei und habe gewissermaßen es sei viel besser gewesen sagte er man hätte ihn gar nicht geboren sonn quatsch er konnte eben nicht einsehen daß allens das ganz natürliche dinge seien die selbst heutzutage bei unseres tramme und vorgeschrittene kultur noch vorkommen können na und das mit des schweinsbeulen ach gott wer scheuert sich nun mal bloß auch mit ne olle mutige scherbe ein fixen pladütschen jungen von ne vorderkant hätte sich eben gesagt säcker ist säcker und wat seen möt möt seen und hätte denn gleich anfangs herzhaft in ne balje mit seifenwasser gesprungen nech aber sach es ja hiob war zu unklug und zeigte nicht dies pur von die gabe des regierens die südländer sind n gutes aber n schlappes volk und sind faul eliphas bildert und sofas reden und hiobs gegenreden na die drei onkels hatten gerade noch gefehlt wird da nur gerühmt und gequäst immerlos tag und nacht immerlos fragten se sich ob es gott so gewollt habe oder nicht so gewollt habe und der eine war schwach und der andere hatte n grütsgesicht für gewöhnlich so scheu wie n junghase aber plötzlich ehe man sich versieht wird er groß und wild und schlecht hinten und vorn aus und ist ein protz und hat das ganze paradies zu vergeben sagt es doch döesköppel schade nur daß nicht pastor rode aus eimsbüttel mit bei war hätte ne heiße predigt gegeben da sage nun mann an einzigen mensch um allens in die welt was hat der liebe gott mit hiobs krankheit zu schaffen bildert aus suah das lange rekel na bei dem war nu's ende von weg fuhrs teil aufzuweilen und guckte mit spiegelnden augen nach eliphas von theman oder blinkte nach dem stattlichen sofa und sprach denn um so lauter und fiel denn wieder in einen tiefen flüsterton so wie ein junge von oben herab in ein tiefes trohaufen fällt und hiob krümmte sich als hätte liefe hat und saß immerlos da mittens teert in die olle asche die hände in die büchsen vergraben und bog die großen zehen nach unten ach was sagte er denn ach was und denn dachte er innerlich wenn sie nun mal bloß eben nicht immer tauquesen wollten und denn dachte er noch von bildert von sie ja du du kannst mich in monschein begegnen ja ja es war in ihm ein unruhig verwundern und verbittern gekommen 6 elihus rede als nun keiner mehr was zu sagen hatten da stand mit eins elihu auf ein jungen schlachs der war bannig stolz auf der sohn barachils von bus aus dem geschlechte rams zu sein so stolz als ob er mit makler klemmkes von die alte fuhlentwiete verwandt sei oder ne geborene söd bier zur mutte hätte ja is'n gar hochfahrend volk die rams dabei war elihu so ne art nestküken unter den weisen und hatte ein lappig gedunsen grützgesicht unne puffschnute tjo das haben sie alle die barachils aber schwieg nicht gotte doch hiob sagte er mensch junge lothat sin und schweißt hill ich mach den quatsch nicht mehr hören jehova tut man doch was er will du sagst immer los du bist nicht schuld an aber ich sage dich jeder is' schuld an thün morgen mehr un allens das is nich war das prallst du alles du hattest sieben lütje butjes tohos und drei derns du erinnerst säute derns un nu alle sind se weg ja ja is ja arch doll aber was kannst du machen gegen und denn wies er auf n gewitter hin das in leh aufzog und auf den donner und blitz der bannig knatterte das is allens jehovas persönliches timme sagte er denn und machte se alle bange und denn biß sich hiob auf die lippe und schwieg verbaßt war ja nu für die damaligen zeiten und für ein südländer ein recht fixen jung dieser elihu aber in naturgeschichte nicht auf n damm und arch in averglauben versunken gewissermaßen was der donner is lernen in hamburg die lütten göern in ne domschule beim glockengießer war und son langen schlags dachte es sei die stimme gottes doll nech war überhaupt n fatalist dieser elihu 7 die wunder der tierwelt kiekma den behemoth ist gras wie n ochse und is bannig's tag in den länden und liegt im schatten wenn sonne scheint so steht es wörtlich im urtext und is auch richtig so denn der behemoth is ein was aber außerdem uevers teet is wieder mal ne komische südländische uevertreibung wie wir's neulich wieder mal gelesen haben als wir bei pastors tülken zu vesperbrot waren achot was haben wir gelacht die sehnen seiner schenkel sind dicht geflochten siehe er schluckt in sich den strom und achtet's nicht groß läßt sich dünken er wolle den jordan mit seinem munde ausschöpfen heißt es in der deutschen übersetzung und denn is noch ne dolle beschreibung da von leviathan der leviathan is natürlich ein krokodil das tellen se die frage ob man den leviathan mit ne angel fangen kann ein krokodil mit ne angel achot was haben wir gelacht und denn steht noch in die übersetzung sein herz is so hart wie stein und so fest wie ein unterer mühlstein aus seinem munde gehen flammen auf seinem halse wohnet die stärke und vor ihm her hüpft die angst na ja is ja korrekt aber so gar nicht ein büschen poesie in nech schade um wie konnte doch nu so ne übersetzung die große auflage erleben und denn hat ein krokodil gar nicht so n festes herz scheint unter den juden so ne art schreckpoperns gewesen zu sein für gören so ähnlich wie levertran levertran leviathan klingt bangig ähnlich nech wollen wir eben an die deutsche bibelforschung berichten über 8 hiob mir gesegnet denn zuvor ach pappe dachtest doch gleich die sache mit den schweinsbeulen war bei hiob gar nicht so schlimm gewesen hörten nu mit eins auf und da heißt es denn jehova habe mit hiopen gesprochen und gesagt daß er nu man eben bloß endlich auf zu quäsen hören solle und denn hatte hiob die kehle verengt und stille geschwiegen ist natürlich nu wieder bannig doll der liebe gott wird doch nicht wegen ne schweinsbeule mit einem menschen persönlich sprechen und denn hören schweinsbeulen all von selbst auf ist ne ganz periodische krankheit hat unser hausarzt erst neulich wieder gesagt nur soll sie immer wieder kommen sagte er mit eins war nur hiob wieder auf den damm und bekam von seinen verwandten zweimal fünfzigtausend kamele und denn hatte er mit eins wieder sieben söhne und drei töchter seine gattin hatte da nämlich inzwischen gesorgt für die derns hießen jemima kizia und kehren happuch kehren happuch ist ja nun mal wieder ein ganz aufdringlichen namen heiratete späte aber doch einen reichen makler hatte einen schönen weichen wiegenden gang kehren happuch und hiob soll denn noch hundertfünfzig jahre gelebt haben na wird wohl ein andern hiob gewesen sein ende von das buch hiob gelesen von carlsson handbüchlein der moral von epiktet übersetzt von karl hilty dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox punkt org aufgenommen von rebecca brownert plankett eins einige dinge stehen in unserer macht andere hingegen nicht in unserer macht sind urteil bestrebung begier und abneigung mit einem wort alles was produkt unseres willens ist nicht in unserer macht sind unser leib besitz ehre und amt und alles was nicht unser werk ist was in unserer macht ist ist seiner natur gemäß frei kann nicht verboten oder verhindert werden was aber nicht in unserer macht steht ist knächtisch kann verwehrt werden gehört einem anderen zu deshalb bedenke dass du hinderung erfahren in trauer und unruhe geraten ja sogar götter und menschen anklagen wirst wenn du das von natur dienstbare für frei und das fremde für dein eigen ansiehst hältst du dagegen für dein eigentum nur was wirklich dein eigen ist und betrachtet das fremde als fremd so wird dich niemand jemals zwingen oder hindern du wirst niemanden anklagen oder beschimpfen und nicht das geringste mit widerwillen tun niemand kann dir schaden du wirst keinen feind haben und nichts was dir nachteilig sein könnte wird dir begegnen willst du nun aber nach so großartigen dingen trachten so bedenke dass du sie nicht bloß mit mittelmäßigem ernste angreifen sondern manches gänzlich aufgeben anderes einstweilen hint ansetzen musst wenn du jene dinge erstrebst gleichzeitig aber in hohen ämtern stehen oder reich sein willst so wirst du wahrscheinlich diese letzteren güter nur um so weniger erreichen weil du eben zugleich nach den ersteren begehrt ganz sicher aber wirst du dasjenige ganz verfehlen woraus allein glück und freiheit entsteht bemühe dich daher jedem unangenehmen gedanken damit zu begegnen dass du sagst du bist nicht das was du zu sein scheinst etwas reelles sondern bloß ein gedankending eine einbildung als dann prüfe nach den von dir angenommenen grundregeln besonders nach der ersten ob es zu den in unserer macht stehenden dingen gehöre oder nicht gehört es zu den nicht in unserer macht stehenden so halte dies wort bereit es berührt mich nicht 2 mache dir klar dass die begierde das erlangen desjenigen verspricht was man begehrt die abneigung aber nicht in das hinein geraten will was verabscheut wird und dass der welchen seine begierde täuscht unglücklich ist noch unglücklicher aber der welcher in das gerät was er nicht leiden kann wenn du nun bloß das verabscheust was denjenigen dingen zuwider ist welche in deiner macht stehen so wird dir nichts was du verabscheuen müsstest begegnen können verabscheust du aber die krankheit oder den tod oder die armut so wirst du unglücklich werden gestatte dir daher keine abneigung gegen alles was nicht in unserer macht ist und lass sie nur gegen das walten was der natur der in unserer macht stehenden dinge zuwider ist der begierde aber enthalte dich vorderhand gänzlich denn begierst du etwas was nicht in unserer macht ist so musst du notwendig das glück vermissen von dem aber was in unserer macht ist und was zu begieren sich ziemt weißt du einstweilen noch nichts bei allem begehren und verabscheuen wende dich nur sanft und gelassen ab und zu bei allen erfreulichen nützlichen und daher von dir geliebten dingen unterlass nie dir klar zu machen wie sie beschaffen sind und fange hierbei bei den kleinsten gütern an siehst du einen krug so sage dir dass du einen krug siehst dann wirst du nicht in unruhe geraten wenn er bricht umarmst du dein kind oder weib so sage dir dass du einen menschen küssest so wird dir nicht ungelassen werden wenn er stirbt 4 beginnst du irgendein werk so bedenke genau von welcher art es sei willst du baden gehen so erwäge zuvor bei dir selbst was sich alles im bade zu ereignen pflegt dass einige sich heraus drängen andere ungestüm hineinstürzen einige schimpfen andere stehlen daher wirst du mit größerer sicherheit die sache unternehmen wenn du dir von vornherein sagst ich will baden und dabei meine vernunft gemessen entschlüsse behaupten so verfahre bei jedem werke dann hast du wenn sich während des badens irgendetwas hinderndes ereignet so gleich den gedanken bei der hand nicht bloß dieses baden zum beispiel wollte ich sondern auch meinen freien willen und charakter bewahren ich würde ihn aber nicht behaupten wenn ich über das was hier vorgeht ungehalten sein wollte 5 nicht die dinge selbst sondern die meinungen über dieselben beunruhigen die menschen so ist der tod an und für sich nichts schreckliches sonst wäre er auch dem sokrates so vorgekommen vielmehr ist die vorgefasste meinung von ihm dass er etwas schreckliches sei das schreckhafte wir wollen daher wenn wir von etwas gehindert beunruhigt oder betrübt werden niemals andere anklagen sondern uns selber nämlich unsere meinung davon seines unglücks wegen andere anklagen ist die art der ungebildeten sich selbst die der anfänger noch sich die der gebildeten und vollständig erzogenen 6 sei nicht stolz auf einen vorzug der nicht dein eigen ist wenn ein pferd in stolzer selbsterhebung sagen würde ich bin schön so wäre dies erträglich wenn du aber mit stolz spreche ist ich habe ein schönes pferd so bist du stolz auf des pferdes vorzug was gehört dir dabei die denkungsart mit recht wirst du dann stolz sein können wenn du darin richtig handelst denn dann bist du auf eine gute eigenschaft stolz die dir wirklich angehört 7 bist du auf einer seereise wenn das schiff zeitweise in einem hafen vor anker liegt und du aussteigst um wasser zu holen auf dem wege etwa auch ein müschelchen oder ein zwiebelchen auflesen magst dabei aber stets deine gedanken auf das schiff gerichtet haben und fortwährend zurückschauen musst ob nicht etwa der steuermann rufe und wenn er ruft alles verlassen musst um nicht sonst wie die schafe gebunden gleich einem ungehorsamen oder entlaufenden sklaven in das schiff geworfen zu werden so magst du auch im leben wofern dir ein frauchen oder kindchen gegeben ist dich daran freuen wenn aber der steuermann ruft so eile zum schiffe verlass alles schaue dich nach nichts um bist du schon ein greis so entferne dich überhaupt nie mehr weit vom schiffe damit du nicht zurück bleibst wenn der steuermann ruft 8 begehre nicht dass die sachen in der welt gehen wie du es willst sondern wünsche vielmehr dass alles was geschieht so geschehe wie es geschieht dann wirst du glücklich sein 9 so ist krankheit ein hindernis des körpers nicht des willens insofern dieser sie nicht selbst dazu macht hinken ist ein hindernis des beines nicht des willens sage dir das bei allem was sich für dich ereignet so wirst du finden dass die ereignisse stets etwas anderes tun als dich hindern 10 bei allen ereignissen besinne dich in dir forschend welche kraft du gegen dieselben besitzest siehst du eine schöne person so wirst du die enthaltsamkeit als kraft gegen sie bei dir finden kommt die mühsame arbeit auf den hals ausdauer wenn dir schmach zuteil wird geduld nie werden dich wenn du dich so gewöhnst die vorstellungen hinreißen 11 sprich nie von einer sache ich habe sie verloren sondern ich habe sie zurückgegeben dein söhnlein ist gestorben es ist zurückgegeben dein gut ist dir entrissen worden auch dies ist zurückgegeben wohl ist der ein bösewicht der es dir entreißt was liegt dir aber daran durch wen es der geber zurückfordern will solange er es dir zum besitz überlassen hat besitze es als ein fremdes gut wie ein vorüberreisender wanderer seine herberge 12 willst du rechte fortschritte in der weisheit machen so beseitige ihn dir folgende unrichtige gedanken wenn ich mein eigentum sorglos behandle werde ich keinen lebensunterhalt mehr haben wenn ich meinen sohn nicht strafe so wird er ein bösewicht werden besser ist es ohne furcht und kummer zu sterben als mit unruhigem gemüt in allem überflusse leben besser dass der junge ein bösewicht werde als dass du unglücklich seist fange deshalb bei dem kleinsten an es wird dir öl verschüttet man stiehlt dir wein sprich dabei so teuer kauft man leidenschaftslosigkeit so teuer gemütsruhe umsonst bekommt man nichts wenn du deinen diener rufst so stelle dir zugleich vor er könne es nicht gehört haben oder er könne wenn er es hörte nicht tun was du wünschest aber sagst du das schickt sich nicht für ihn es mag sein für dich aber schickt es sich dich nicht von ihm ärgern zu lassen 13 wenn du in der weisheit gehörig vorwärts kommen willst so ertrage es geduldig wegen äußerer dinge für unverständlich oder dumm gehalten zu werden wolle nicht erscheinen als wüsstest du etwas und selbst wenn du anderen etwas zu sein scheinst so misstraue dir selbst denn es ist das musst du wissen nicht leicht zugleich den inneren vorsatz und die äußeren dinge festzuhalten vielmehr notwendig dass der welcher das eine davon eifrig betreibt das andere darüber vernachlässigen muss 14 du bist ein narr wenn du willst dass deine kinder dein weib deine freunde ewig leben denn du willst etwas das nicht in deiner macht steht in der gewalt haben und etwas fremdes zu eigen 15 ebenso bist du ein narr wenn du verlangst dass dein knabe keine fehler begehe damit willst du das fehler nicht fehler sein sondern etwas anderes dagegen kannst du das ziel erreichen dass dir nichts fehlschlägt wenn du nämlich nur tust was du vermagst ein herr über alles ist wer das was er will oder nicht will erreichen oder vermeiden kann wer frei sein will muß nichts begehren und nichts fürchten was in eines andern macht steht andernfalls ist er dessen knecht 15 bedenke das du mußt dich im leben wie bei einem gastmale verhalten wird etwas herumgeboten und kommt es zu dir strecke die hand aus und nimm ein bescheidenes teil davon es kommt etwas das du gern hättest einstweilen noch nicht zu dir richte dein begehren nicht weiter darauf sondern warte bis es an dich gelangt verhalte dich so in hinsicht auf kinder weib ehrenstellen reichtum dann wirst du ein würdiger gast der götter sein wenn du aber auch von dem dir angebotenen nichts nimmst sondern gleichgültig darüber hinweg siehst dann wirst du nicht bloß gast sondern mitregent der götter sein durch diese art zu handeln verdienten diogenes heraklitos und ähnliche wirklich den namen der göttlichen der ihnen gegeben ward 16 siehst du jemand in trauer weil sein sohn in die ferne gereist ist oder weil er sein vermögen verlor so lass dich nicht zu der eigenen einbildung hinreißen dass dieser mensch durch den verlust der äußeren dinge unglücklich sei sondern halte dich bereit bei dir zu sprechen nicht dieser unfall beschwert ihn denn manche andere würden ja davon nicht geplagt werden sondern die vorstellung die er davon hat säume nicht durch vernünftige gespräche ihn zu heilen auch wohl wenn es sein muss mit ihm zu weinen nur hüte dich dass du nicht in deinem innern mit seufz ist 17 bedenke dass du bist in einem drama der inhaber einer bestimmten rolle welcher der dichter durch dich ausführen will ist sie kurz so spielst du eine kurze ist sie lang eine lange rolle will er dass du einen armen vorstellst so spiele ihn gut ebenso einen lahmen oder eine oberigkeitliche person oder einen gewöhnlichen bürger denn das ist deine sache die rolle die dir übertragen ist gut zu spielen sie zu wählen ist die sache eines anderen 18 wenn dir ein rabe unheil krächzt so lass dich nicht von der vorstellung davon beunruhigen sondern unterscheide und stelle bei dir sogleich fest mir war nichts angedeutet sondern meinem hinfälligen leibe oder meinem bißchen vermögen oder dann wieder meiner ehre oder meinen kindern oder meinem weibe mir wird wenn ich es so will lauter glück geweiß sagt denn was sich auch ereignen wird es steht in meiner macht daraus vorteil zu ziehen du kannst unüberwindlich sein wenn du keinen kampf unternimmst in welchem du nicht siegen kannst hüte dich daß du nicht wenn du einen sehr geehrten oder sehr mächtigen oder sonst in hohem ansehen stehenden mann siehst von deiner vorstellung hingerissen ihn mit neid für glücklich schätzt da alle wahren güter in dingen bestehen die in unserer macht sind so habe neid und eifersucht keinen sinn du willst doch nicht feldherr nicht magistrat nicht konsul sein sondern frei der weg zur freiheit aber ist verachtung aller dinge die nicht in unserer macht stehen 20 erwäge dass nicht der dich misshandelt welcher dich lästert oder schlägt sondern deine vorstellung dass dies eine schande sei macht dich jemand böse so reizt dich nur deine eigene vorstellung bemühe dich also vor allem nie im augenblicke von ihr hingerissen zu werden später wenn du einmal zeit zur überlegung gehabt hast wirst du dich schon beherrschen können 21 lass dir täglich tod verbannung und alles was sonst furchtbar erscheinen mag vor augen sein so wirst du nie niedrig denken oder allzu heftig begehren 22 wenn du weisheit lernen willst so musst du darauf gefasst sein dass man dich auslachen wird und dass viele spottend sagen werden 23 der kommt ja plötzlich als ein philosoph daher warum für uns die wir ihn doch von jugend auf kennen die hohen augen brauen 23 mache du überhaupt keine stolze miene halte aber an dem was du als das beste erkannt hast so fest als ob du von gott auf diesen posten kommandiert seist und glaube daß wenn du fest auf demselben beharrst die welche dich früher verlachten dich später bewundern werden gibst du ihnen aber nach so werden sie dich doppelt verlachen dreiundzwanzig sollte es dir begegnen daß du dich einmal von dir selbst nach außen wendest und der welt gefallen willst so hast du deinen richtigen zustand verloren begnüge du dich immer ein philosoph zu sein und willst du es auch jemand scheinen so scheine es dir selbst das ist genug 24 nie lass durch den gedanken beunruhigen ich werde ohne ehrung und bedeutung mein leben hinbringen müssen wäre mangel an ehre ein übel so kann dich doch niemand in dasselbe stürzen so wenig als in eine schande ist es deine sache ehrenstellen zu erlangen oder zu gastmählern geladen zu werden keineswegs wie kann es denn unehre für dich sein und wirst du unbedeutend leben da du gerade für die dinge die in deiner macht stehen bedeutend sein und dir die größte ehre erwerben kannst aber sagst du meine freunde werden hilflos sein allerdings werden sie von dir kein geld erhalten und du wirst sie nicht zu römischen bürger machen können wer sagte dir dass dies dinge sind die in unserer macht stehen und nicht viel mehr fremde und wer kann anderen geben was er selbst nicht hat eben deshalb sagst du muss man vermögen erwerben damit die anderen auch haben wenn ich ohne verletzung des gewissens der redlichkeit und einer edlen gesinnung besitztümer erwerben kann so zeigt mir diesen weg so will ich sie erwerben verlangt ihr aber von mir dass ich meine wahren güter aufgeben soll damit ihr nicht güter erwerbet so müsst ihr selbst es einsehen wie unbillig und unverständlich ihr seid welches wollt ihr lieber geld oder einen treuen gewissenhaften freund darum hilft mir lieber zu dem letzteren und verlangt nicht dass ich etwas tue wodurch ich diese eigenschaft verlieren würde aber das vaterland so sprichst du wird die hilfe die ich ihm leisten könnte entbehren müssen dagegen sage ich welche hilfe meinst du allerdings wird es durch mich weder säulenhallen noch bäder erhalten aber was tut das es bekommt auch keine schuhe von einem schmied und keine waffen von einem schuster nützt du dem vaterland nicht auch wenn du ihm andere zu treuen gewissenhaften bürgern erziehst das wohl also bist du ihm nicht unnütz welche stellung aber sprichst du soll ich im staate einnehmen welche du mit treue und gewissenhaftigkeit bekleiden kannst andernfalls was würdest du dem vaterlande nützen wenn du unverschämt und treulos geworden wärst 25 es wird dir jemand bei einem gast male vorgezogen oder bei einer begrüßung oder bei zuziehung zu einer beratung sind dies nun wirkliche güter so wünsche dem glück welchem sie zuteil werden wenn es aber übel sind so hast du dich nicht zu betrüben dass du sie nicht erlangst jedenfalls bedenke dass du nicht gleiche belohnungen wie andere erlangen kannst ohne das nämliche wie sie zur erlangung dessen was nicht in unserer macht steht zu tun oder wie kann der der einem großen herrn keine besuche macht bei demselben in gleicher gunst stehen wie der welcher es tut oder der welcher nicht an seinem ehrengeleite sich beteiligt sowie der welcher beiwohnt oder der welcher kein schmeichelndes lob spendet wie der welcher lobt du wärest ungerecht und unersättlich wenn du den preis wofür diese dinge feil sind nicht zahlen sondern dieselben unentgeltlich bekommen wolltest wie teuer verkauft man salat vielleicht um einen groschen wenn nun jemand keinen groschen zahlt und dafür den salat erhält du aber das geld nicht auslegst und nichts erhältst so hast du nicht weniger als jener er hat seinen salat du deinen groschen den du nicht hingabst so verhält es sich auch in anderen dingen du bist nicht zu jemand eingeladen worden hast aber eben dem einladenden auch nicht das gegeben wofür er die einladung verkauft er verkauft sie ja um lob oder dienstleistungen bezahle ihm seinen preis wenn es dir vorteilhaft scheint willst du aber nicht geben und doch nehmen so bist du ein habgieriger tor hast du nun nichts anstatt des gastmahls doch du hast das daß du den nicht gelobt hast den du nicht loben wolltest 26 die stimme der vernunft können wir in unzweifelhaften dingen deutlich vernehmen wenn zum beispiel der knabe eines anderen ein gefäß zerbrach so sagt sich jeder sogleich das ist nichts ungewöhnliches benimm dich also ebenso wenn das deinige zerbricht wie du dich verhielt ist als das des anderen zerbrach wende dies auf größere dinge an das kind oder weib eines andern starb jedermann sagt das ist menschenlos ist aber jemandem eines der seinen gestorben so wird geklagt o weh ich unglücklicher wir sollten uns aber erinnern mit welchen gefühlen wir das nämliche bei anderen aufnahmen 27 wie ein ziel aufgesteckt wird nicht um es zu verfehlen so ist auch das unglück der welt nicht vorhanden um ihm auszuweichen 28 wenn man dem ersten besten gewalt über deinen leib gäbe das würde dich entrüsten scheust du dich denn nicht jedem beliebigen der dir begegnet gewalt über dein gemüt zu geben so dass er dasselbe erschüttern und in unruhe versetzen kann sobald er sich mit dir zankt 29 bei jedem geschäfte prüfe zuerst genau was ihm vorangehen muss und was es mit sich bringt dann erst beginne es sonst wirst du wenn du die notwendigen folgen nicht überlegst anfangs will ich beginnen wenn aber schwierigkeiten sich zeigen mit beschämung zurücktreten müssen du willst zum beispiel einen preis bei den olympischen spielen gewinnen ich auch bei den göttern denn das ist ruhmvoll aber überlege zuerst was solchem werke vorangeht und was nachfolgt dann greife es an du musst dich in strenger zucht halten nach zwangsregeln essen aller leckerbissen dich enthalten dich nach strengem befehl zu bestimmten stunden in hitze und kälte üben nichts kaltes trinken nicht ohne vorsicht wein trinken mit einem wort du musst dich dem lehrmeister gerade wie einem arzt übergeben dann musst du auf den kampfplatz treten dabei ist es möglich dass du eine hand oder einen knöchel verrängst viel staub verschluckst vielleicht sogar geschlagen und dann erst noch besiegt wirst dies erwäge genau und erst wenn du dann noch lust hast so werde ein kämpfer sonst verfährst du wie die kinder die bald ringer bald fechter spielen bald trompeter bald schauspieler vorstellen so machst du es jetzt bist du ein ringkämpfer dann ein fechter dann ein redner dann ein philosoph von ganzer seele aber nichts sondern du ahmst nur wie ein affe nach was du jeweilen siehst und es gefällt dir eines nach dem andern du bist eben nicht mit überzeugung und gehöriger voraussicht an die sache gegangen sondern leichtfertig und mit bald wieder erkaltender begierde wenn einige einen philosophen sehen oder sagen hören wie doch euphrates reden kann keiner kommt ihm darin bei so wollen sie sogleich auch philosophie studieren mensch erwäge zuerst genau was eine sache erfordert und dann betrachte dich selbst ob du ihr gewachsen seiest du willst ein athlet in den fünf spielen sein oder ein ringkämpfer siehe deine arme deine schenkel deine länder an nicht jeder ist zu allem geschaffen oder glaubst du dass du dabei ebenso wie sonst essen trinken zürnen könntest du musst vielmehr wachen arbeiten dich von freunden absondern selbst von sklaven dich geringschätzen lassen und in allem zurückstehen in ehre ämtern gerichten und allen geschehen geschäften erwäge ob du dagegen leidenschaftslosigkeit freiheit unbeugsamkeit eintauschen willst sonst würdest du wie die knaben bald philosoph bald finanzmann dann wieder redner und zuletzt gar kaiserlicher prokurator werden wollen diese dinge passen nicht zusammen du musst ein einheitlicher mensch sein ein guter oder ein schlechter du musst entweder den vornehmsten teil deines ichs verstand vernunft geist oder die außenseite ausbilden auf inneres oder äußeres bedacht entweder ein philosoph oder ein gewöhnlicher mensch sein die pflichten richten sich nach den persönlichen verhältnissen einen vater muss man achten ihm in allen dingen nachgiebig sein es dulden wenn er tadelt oder schlägt aber sagst du der vater ist ein böser mann hat dich das geschickt zu einem guten vater gesellt nein sondern zu einem vater dein bruder handelt ungerecht gegen dich betrachte dein verhältnis zu ihm sie nicht darauf was er tut sondern durch welches vorgehen du vernünftig handelst es kann dich niemand kränken wenn du es nicht willst gekränkt bist du wenn du dich für gekränkt hältst ebenso wirst du die pflichten gegen nachbarn mitbürger anführer finden wenn du dich gewöhnst darüber nachzudenken was diese benennungen bedeuten 31 wisse dass es in bezug auf die religion wesentlich darauf ankommt richtige vorstellungen von den göttern zu haben nämlich die dass sie existieren und das weltall gut und gerecht regieren ihre verfügungen anzunehmen und willig zu befolgen da sie anordnungen des höchsten ratschlusses sind dann wirst du weder jemals die götter tadeln noch anklagen als ob du von ihnen vernachlässigt worden wärst das ist aber nicht anders möglich als wenn du auf die dinge verzichtest die nicht in unserer macht sind und nur in denen die in unserer macht sind gutes und schlimmes erkennst wenn du nicht irgend ein ding für ein gut oder übel ansiehst so musst du notwendig seinen urheber anklagen und hassen sobald du nicht erlangst was du wünschst oder in etwas gerätst was du nicht willst denn jedes lebendige wesen ist so beschaffen dass es das was ihm schädlich erscheint und seine ursachen flieht und verabscheut das nützliche hingegen und seine ursachen aufsucht und bewundert es ist daher nicht möglich dass einer der sich für geschädigt hält mit dem zufrieden sei von dem er sich geschädigt glaubt wie es auch unmöglich ist sich über die schädigung selber zu freuen daher wird selbst ein vater vom sohne geschmäht wenn er seinem kinde dinge welche güter zu sein scheinen verweigert das machte polinikes und etheokles zu feinden dass sie die alleinherrschaft für ein gut hielten daher kommt es dass der landmann der schiffer der kaufmann oder die welche weib und kind verloren haben wieder die götter murren denn bei ihnen ist glück und religion beisammen wirkliche religion hat nur wer rechtmäßige begierden und abneigungen hat für jeden aber ziemt es sich opfer nach heimischer sitte zu bringen rein nicht schlecht nicht nachlässig oder spärlich und auch nicht über vermögen 32 gehst du zu einem wahrsager so bedenke dass du den ausgang den die sache nehmen wird nicht kennst sondern eben kommst um ihn von einem wahrsager zu erfahren bist du aber ein philosoph so kanntest du die gestalt der sache schon bevor du hingingst denn ist es eines von den dingen die nicht in unserer macht sind so folgt notwendig daraus dass es weder ein gut noch ein übel sei bringe daher weder lust noch unlust mit zum wahrsager sonst musst du mit sagen zu ihm gehen sondern gehe dahin in der überzeugung dass alles was geschehen dir geweissagt werde dir gleichgültig sei und dich nicht berühre wie es auch sein möge denn es kann dir ja niemand wehren einen guten gebrauch davon zu machen mutig gehe zu den göttern wie zu den ratgebern bedenke aber auch dabei wenn dir nun ein rat zuteil ward was für einen ratgeber du angerufen hast und wenn du ungehorsam wirst wenn du nun nicht folge leistest gehe aber zum wahrsager nach der vorschrift des sokrates nur in dingen wobei es auf den zufall ankommt und weder die vernunft noch irgendeine geschicklichkeit die mittel darbietet den fall zu beurteilen so brauchst du wenn du für einen freund oder für das vaterland in gefahr dich begeben sollst nicht erst den wahrsager zu fragen ob du es tun sollst denn wenn dir der wahrsager ankündigt das opfer sei von schlimmer vorbedeutung begleitet gewesen so bedeutet dies tod oder verstümmelung eines gliedes oder flucht und doch gebietet dir die vernunft auch unter solchen umständen dem freunde beizustehen und mit dem vaterlande die gefahr zu wagen achte darum auf den größeren wahrsager apollo selbst welcher den aus seinem tempel trieb der seinem freunde als er ermordet wurde nicht zu hilfe geeilt war 33 erstens vergegenwärtige dir einen charakter ein musterbild wonach du zu leben dir vornimmst sowohl im privaten als im öffentlichen leben zweitens beobachte meistenteils stillschweigen oder sprich nur das notwendige und auch dies mit wenigen worten drittens nur selten bei besonders dazu auffordernden verhältnissen können wir uns in reden einlassen aber nicht von tagesneuigkeiten nicht von zweikämpfen pferderennen athleten essen und trinken was die gewöhnlichen gesprächsgegenstände sind am allerwenigsten von menschen sie tadelnd oder lobend oder miteinander vergleichend viertens kannst du es so lenke stets durch deine reden deine gesellschaft auf anständige gegenstände bist du unter lauten fremden so schweige fünftens lache selten nicht über vieles und nicht übermäßig sechstens verweigere wenn es möglich ist den eid ganz sonst soweit es sich tun lässt siebtens gastmäler mit der großen menge und mit ungebildeten vermeide kommt aber doch ein solcher anlass dem du nicht ausweichen kannst so sei aufmerksam dass du nicht in gewöhnlichkeit verfall ist denn wisse wenn einer ein unsauberer mensch ist so wird auch der notwendig befleckt wie rein er gewesen sei der sich mit ihm in genossenschaft einlässt achtens die körperlichen dinge wie speise trank kleidung wohnung dienstpersonal gebrauche bloß nach notdurft alles was in das gebiet des luxus gehört vermeide gänzlich neuntens des geschlechtlichen verkehrs enthalte dich soweit dir möglich sonst bediene dich desselben auf die gesetzliche weise sei aber nicht unwillig oder tadelsüchtig gegen die welche sich seiner bedienen und prahle nicht damit dass du dich seiner enthalt ist zehntens wenn dir jemand erzählt dass der oder dieser dir böses nachrede so verteidige dich nicht gegen das was man über dich sagte sondern antworte die anderen mir an klebenden fehler wusste er nicht sonst hätte er nicht bloß diese angeführt elftens spiele theater öfters zu besuchen ist nicht notwendig also auch zu vermeiden verlangen es aber die umstände einmal hinzugehen so zeige kein besonderes interesse nimm nicht partei und wünsche nichts anderes als das was geschieht und dass der siege der wirklich siegt so wird dir auch im theater kein hindernis deiner philosophischen anschauung begegnen enthalte dich ganz und gar jemand zuzurufen zu belachen beklatschen oder in aufregung zu kommen und nach dem weggehen unterhalte dich nicht viel über das vorgegangene insoweit es nicht zu deiner besserung dient denn sonst würde daraus hervorgehen daß du das schauspiel bewundert habest in die vorlesungen mancher leute gehe nicht unbedachtsam und leichtsinnig wenn du aber hingehst so bewahre ein ernsthaftes und würdiges wesen immerhin ohne damit jemand lästig zu fallen dreizehntens wenn du dich mit jemand ganz besonders mit vornehmen personen in unterhaltung einlassen willst so stelle dir vor wie sokrates oder zeno in diesen fällen sich benommen hätte so wirst du nicht verlegen sein den eintretenden umständen gemäß dich zu verhalten vierzehntens gehst du zu einem vornehmen so stelle dir vor dass du ihn nicht zu hause treffen werdest oder dass man dir den zutritt verweigere dass dir die türe vor dem gesicht zugemacht werde oder dass er auf dich nicht acht haben werde hältst du es dann trotzdem für deine pflicht zu ihm zu gehen so ertrage was dir begegnet und sprich niemals es war nicht der mühe wert hinzugehen so würde ein ungebildeter sprechen der die äußerlichkeiten zu hoch achtet fünfzehntens hüte dich davor in gesellschaften häufig und weitläufig von deinen taten und gefahren zu sprechen denn wenn es auch dir angenehm ist bestandener gefahren dich zu erinnern so ist es anderen nicht so angenehm davon zu hören sechzehntens ebenso ferne sei es dir lachen zu erregen denn das ist ein heikler charakterzug der leicht zu gemeinheit führt und die hochachtung deiner freunde vermindert siebzehntens gefährlich ist es auch in nicht anständigen rede gegenständen sich zu ergehen wenn etwas von dieser art in deiner gegenwart vorkommt so gib sofern es die umstände gestatten dem der es sich zu schulden kommen ließ einen verweis oder zeige sonst durch stillschweigen erröten unwilligen ernst dein mißfallen über solche gespräche 34 tritt das bild einer sinnlichen lust in deine vorstellung so lass dich wie bei anderen sinnlichen einbildungen nicht davon hinreißen sondern die sache soll dir ein wenig warten nimm dir eine frist zur überlegung und betrachte die beiden hauptzeitpunkte denjenigen in welchem du das vergnügen genießen und den andern in welchem du nach dem genuß reue empfinden und dich selbst heftig tadeln würdest dem setze sodann die vorstellung entgegen wie du dich freuen und dich selber loben wirst wenn du dich enthalten hast scheint es dir dennoch zulässig dich mit der sache einzulassen so hüte dich nicht von dem süßen und lockenden derselben bezwungen zu werden sondern erwäge wie viel besser das selbstbewußtsein sei über sie einen sieg erfochten zu haben 35 wenn du etwas nach bestimmter überzeugung dass es getan werden müsse tust so scheue dich nicht es öffentlich zu tun wenn auch die menge das publikum darüber ganz anders denkt denn handelst du nicht recht so scheue die tat handelst du aber recht was scheust du denn die welche dich mit unrecht tadeln 36 lässt hilte mit der folgenden anmerkung aus 36 enthält einen ziemlich umständlichen philosophischen syllogismus und eine höchst triviale nutzanwendung dahingehend dass man mahlzeiten nicht bloß an seinen magen sondern auch an den anstand gegen den wirt und die tischgesellschaft denken soll an solchen beispielen sieht man doch den fortschritt der allgemeinen gesittung deutlich 36 wurde mit einer freien übersetzung aus dem englischen ergänzt wie die behauptung entweder ist es tag oder es ist nacht sehr sinnvoll als unterscheidung ist es aber nicht tag und nacht gleichzeitig sein kann so ist es für den körperlichen appetit sehr geeignet bei einem fest das größte stück auszuwählen aber äußerst unvereinbar mit dem sozialen geist einer bewirtung wenn du mit anderen ist denke nicht nur an den wert der dinge welche deinem körper vorgesetzt werden sondern auch an den wert des verhaltens welches von dem gastgeber beobachtet werden wird wenn du eine rolle übernimmst der du nicht gewachsen bist so machst du dir damit nicht bloß unehre sondern du vernachlässigst auch eine andere welche du mit ehre ausfüllen könntest wie du dich beim gehen in acht nimmst nicht auf einen nagel zu treten oder nicht deinen fuß zu verrenken so hüte dich den besten teil deines ichs nicht zu verletzen wenn wir das bei allen unseren handlungen ins auge fassen so werden wir sie mit mehr sicherheit unternehmen 39 das bedürfnis des körpers ist der maßstab für den besitz wie der fuß der maßstab für den schuh ist bleibst du dabei stehen so wirst du maß halten gehst du darüber hinaus so wirst du notwendig wie in einen abgrund gerissen gerade so wie es mit dem schuh ist wenn du einmal das bedürfnis des fußes überschreitest so kommt erst ein vergoldeter dann ein purpurner dann ein gestickter an die reihe denn alles was einmal über das maß hinaus ist hat keine grenzen mehr 40 die frauenzimmer werden vom 14 altersjahr an von den männern herrinnen genannt da sie sehen dass sie kein anderes verdienst als das der schönheit haben so fangen sie an sich auf den putz zu legen und alle ihre hoffnungen auf den äußern reiz zu setzen es wäre zweckmäßig sie fühlen zu lassen dass sie sich mit nichts anderem ihre verschaffen können als durch anständigkeit schamhaftigkeit und zucht 41 es ist ein zeichen eines unedlen charakters wenn man zu lange bei körperlichen dingen verweilt zu lange zu essen zu trinken und so weiter alle diese dinge muß man als überflüssiges behandeln auf den geist sei zeit und fleiß gewendet 42 wenn dir jemand böses tut oder nachredet so denke er handelt und spricht so weil er meint er habe recht er folgt eben nicht deinen begriffen sondern seinen und wenn diese falsch sind so hat er den schaden davon indem er sich täuscht denn wenn jemand einen richtigen schlußsatz für falsch hält so schadet dies nicht dem objekt des satzes sondern ihm der sich irrt wenn du das stets bedenkst so wirst du dich sanftmütig gegen den benehmen der dich beschimpft sage dir deshalb bei jedem solchen vorfalle es hat ihm so geschehen er spricht oder handelt wie er es versteht jede sache hat zwei seiten von denen sie genommen werden kann von der einen ist die erträglich von der anderen nicht erträglich tut dir zum beispiel dein bruder unrecht so nimm es nicht von der seite auf dass er dich beleidigt das ist seine handhabe die für dich unfassbar ist sondern von der seite dass er dein bruder und jugendfreund ist dann fassest du die sache da an wo sie hebhaft ist 44 folgendes sind falsche schlüsse ich bin reicher als du also bin ich vorzüglicher oder ich bin bereter als du folglich bin ich besser schlüssig ist bloß dies ich bin reicher als du folglich ist mein ökonomischer zustand besser als deiner ich bin bereter als du also ist meine sprechweise besser als die deinige du selber aber bist weder besitz noch ausdrucksweise 45 einer badet früher als es gewöhnlich ist sprich nicht er tut übel daran sondern er badet früh einer trinkt viel wein sage nicht er handelt unrecht sondern er trinkt viel denn woher weißt du dass er unrecht handelt bevor du seine ihn bestimmenden gründe kennst dadurch wirst du es vermeiden nur von einem teile der dinge deutliche vorstellungen zu haben anderen aber blind links zu folgen 46 niemals nenne dich selber einen philosophen noch sprich bei uneingeweihten von grundsätzen sondern handle nach denselben zum beispiel bei jedem gastmale sprich nicht davon wie man essen soll sondern is richtig erinnere dich daß auch sokrates alles prahlerische auf diese art von sich abhielt es kamen leute zu ihm die den wunsch hatten zu philosophen zum unterricht geführt zu werden er führte sie zu solchen und er trug es selbst übersehen zu werden wenn daher bei uneingeweihten das gespräch auf einen philosophischen lehrsatz kommt so schweige meistens denn es ist große gefahr vorhanden du möchtest etwas von dir geben was du noch nicht verdaut hast spricht dann jemand zu dir du verstehst nichts und du lässest dich das nicht anfechten so wisse dass du auf guten wegen bist und wie die schafe das gras nicht wieder ausspeien um den hirten zu zeigen wie sie geweidet haben sondern das futter verdauen und milch erzeugen so zeige du den uneingeweihten nicht deine prinzipien sondern die aus ihnen hervorgehenden handlungen sofern du jene wirklich verdaut hast 47 wenn du an eine einfache lebensart gewöhnt bist so sei nicht stolz darauf trinkst du nur wasser so sage nicht bei jedem anlass ich trinke wasser sondern bedenke wie viel kümmerlicher die armen leben und wie viel sie ertragen und willst du dich einmal in arbeit und ausdauer üben so tue es für dich und nicht vor den leuten umklammere nicht die bildsäulen sondern wenn dich heftig dürstet so nimm den mund voll kaltes wasser speie es wieder aus und sage es niemand 48 die art des uneingeweihten nicht philosophen ist die er erwartet nie vorteil und nachteil von sich sondern immer von äußeren dingen die art des philosophen ist er erwartet jeden nutzen und schaden von sich selbst die kennzeichen dass jemand in der weisheit fortschritte macht sind die folgenden er tadelt niemand lobt niemand beklagt sich über niemand spricht nicht von sich als ob er etwas sei oder wisse wenn er in irgendetwas gehemmt wird oder widerstand erfährt so gibt er sich selbst die schuld lobt ihn jemand so lacht er bei sich über den lobenden tadelt man ihn so verteidigt er sich nicht er geht herum wie ein noch schwacher ein rekonvaleszent in sorge etwas von dem was eben erst geheilt worden ist er es erstarke wieder zu erschüttern alle begierden wünsche hat er abgelegt abneigung gestattet er sich bloß noch bezüglich der dinge die der natur der in unserer macht stehenden zuwider sind seine willensregung ist stets gemäßigt ob er für einen toren oder unwissenden gehalten werde bekümmert ihn nicht mit einem worte er ist gegen sich selbst beständig auf der hut wie gegen einen feind und verräter 49 wenn sich jemand berühmt er könne den krisipp verstehen und auslegen so sprich zu dir selbst wenn krisipp nicht dunkel geschrieben hätte so hätte jener nichts um sich zu brüsten was will ich aber die natur kennenlernen und ihr folgen darum frage ich wer erklärt sie mir und da ich vernehme krisipp sei der mann dazu so gehe ich zu ihm aber nun verstehe ich seine schriften nicht gut so suche ich einen der sie mir auslegt bis dahin ist nirgends ein grund stolz zu sein habe ich einen ausleger gefunden so muss ich von seinen erklärungen gebrauch machen das allein ist erheblich wenn ich aber nur das auslegen selbst die gelehrsamkeit dabei bewundere und darin fertigkeit erlange was bin ich dann anderes als ein grammatiker statt eines philosophen geworden bloß mit dem unterschied dass ich statt eines homäer bloß den krisipp auslegen kann lieber will ich erröten wenn jemand mir sagt lies mir den krisipp vor wenn ich nicht taten aufweisen kann die seinen aussprüchen ähnlich sind und mit ihnen übereinstimmen 50 bei dem was hier gelehrt wird bei der stoischen lehre beharre wie bei gesetzen und wie wenn du gottlos handelt ist wenn du je etwas davon übertreten würdest kehre dich nicht daran was man auch deshalb über dich reden mag das geht dich gar nichts mehr an wie lange verschiebst du es dich des besitzes der größten güter würdig zu achten und in nichts mehr unvernünftig zu handeln die unterscheidende vernunft zu verletzen du hast die lehrsätze gehört nach denen du dich bilden sollst du hast sie angenommen welchen lehrer erwartest du nun noch und willst deine verbesserung bis auf ihn verschieben du bist kein jüngling mehr sondern ein erwachsener mann wenn du nicht immer noch vernachlässigst und sorglos dahin lebst immer aufschub auf aufschub vorsatz auf vorsatz häufst und immer einen tag nach dem anderen bestimmst von dem an du auf dich achten wolltest wirst du unvermerkt zu gar keinem fortschritte gelangen und als ungebildeter leben und sterben darum halte dich nun für würdig als ein vollkommener mann zu leben und als einer der fortschritte macht was dir als das rechte erscheint lass dir ein unverbrüchliches gesetz sein begegnet mühsal dir und schmach so denke daß jetzt die zeit des kampfes ist daß die olympischen spiele da sind und kein verschub mehr stattfindet und daß durch niederlage oder nachlassen dein fortschreiten gehemmt umgekehrt aber glücklich gefördert wird so wurde sokrates ein vollkommener mann indem er sich in allen dingen dazu anhielt nichts anderem als der vernunft zu gehorchen du aber wenn du auch noch nicht sokrates bist musst du doch leben wie einer der ein sokrates werden will 51 der erste und notwendigste teil der philosophie ist der welcher lebensregeln enthält zum beispiel du sollst nicht lügen der zweite ist der von den beweisen dieser regeln zum beispiel warum soll man nicht lügen der dritte der welcher beide vorangehende bestätigt und erklärt zum beispiel warum dies einen beweis bilde was ein beweis sei was eine schlussfolgerung was ein widerspruch was ein wahres oder ein falsches urteil darum ist der dritte teil um des zweiten und der zweite um des ersten willen vorhanden der notwendigste der den ruhepunkt des ganzen bildet ist der erste wir hingegen kehren es um wir halten uns bei dem dritten teile auf und wenden allen unseren fleiß darauf den ersten vernachlässigen wir gänzlich daher kommt es denn daß wir lügen während wir den beweis dafür daß man nicht lügen soll stets bei der hand haben 52 immer müssen wir folgende gedanken in bereitschaft haben 1. so leite mich o zeus und du o schicksal wohin mir euer wink zu gehen befiehlt ich bin bereit zu folgen wollte ich nicht so wäre ich feig und müsste dennoch folgen 2. wer der notwendigkeit sich gerne fügt der ist ein weiser und erkenne gott kriton ist es den göttern so recht so geschehe es also töten können mich wohl amt und melitos aber mir schaden das können sie nicht ende von handbüchlein der moral von epictet übersetzt von karl hilse eine bagatelle von anton tschechow dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei liebrivox punkt org eine bagatelle nikolai ilyich bjelyaev ein petersburger hausbesitzer und turfbesucher ein wohlgenährter rosiger junger mann von etwa 32 jahren kam eines spätnachmittags zu frau olga ivanovna irnina mit der er ein verhältnis oder wie er es zu nennen pflegte einen langen und langweiligen roman hatte und in der tat die ersten interessanten und begeisterten kapitel dieses romans waren durchgelesen und die seiten die nun folgten zogen sich in die länge ohne etwas neues oder interessantes zu bieten olga ivanovna war nicht zu hause und unser held legte sich in erwartung aufs sofa im salon guten abend nikolai ilyich erklang eine kinderstimme die mama kommt gleich sie ist mit der sonja zur schneiderin gegangen im gleichen salon lag auf einem anderen sofa der sohn olga ivanovnas aljoscha ein etwa achtjähriger schlanker wohlgepflegter junge wie nach einem modebilde mit einer samtbluse und langen schwarzen strümpfen bekleidet er lag auf einem atlas kissen und reckte offenbar einen akrobaten den er neulich im zirkus gesehen hatte nachahmend bald den einen und bald den anderen fuß in die höhe wenn seine schönen beine ermüdeten machte er dasselbe mit den armen oder sprang kastig auf stellte sich auf alle viere und versuchte sich auf den kopf zu stellen das alles machte er mit dem ernstesten gesicht keuchend vor qual als wäre er selbst nicht froh daß der liebe gott ihm einen so unruhigen körper gegeben hatte ach guten abend mein freund sagte bylyayev bist du da ich hatte dich gar nicht bemerkt geht es der mama gut aljoscha der mit der rechten hand die linke fußspitze ergriffen und die unnatürlichste pose angenommen hatte drehte sich um sprang auf und blickte hinter dem großen üppigen lampenschirm bylyayev an was soll ich ihnen sagen begann er achselzuckend der mama geht es eigentlich niemals gut sie ist eine frau und den frauen tut doch immer etwas weh bylyayev begann um sich die zeit zu vertreiben aljoschas gesicht zu betrachten solange er bei olga ivanovna verkehrte hatte er dem jungen niemals beachtung geschenkt und seine existenz förmlich übersehen da steht so ein junge herum doch wozu er da ist und welche rolle er hier spielt daran wollte er nicht einmal denken das in der abenddämmerung ungewöhnlich bleiche gesicht aljoschas mit den schwarzen augen die niemals zu zwinkern schienen erinnerte bylyayev an olga ivanovna wie sie auf den ersten seiten des romans gewesen war und er fühlte das verlangen lieb zu dem jungen zu sein komm mal her kleiner sagte er ihm ich will dich mal näher anschauen der junge sprang vom sofa und lief zu bylyayev heran nun begann nikolai iljitsch die hand auf seine schmächtige schulter legend wie geht's was soll ich ihnen sagen früher ging es viel besser wieso sehr einfach früher bekamen wir ich und sonja nur lesen und klavierübungen auf und jetzt müssen wir auch noch französische gedichte auswendig lernen sie waren aber neulich beim friseur ja dieser tage das sehe ich eben ihr bärtchen ist etwas kürzer geworden darf ich es anrühren es tut doch nicht weh nein es tut nicht weh warum tut es weh wenn man an einem einzigen härtchen zupft und wenn man an vielen haaren zugleich zupft nicht haha schade daß sie keinen backenbart tragen hier müßte man ausrasieren und an den seiten hier die haare stehen lassen der junge schmiegte sich an bylyayev und begann mit seiner uhrkette zu spielen wenn ich aufs gymnasium komme sagte er wird mir mama eine uhr kaufen ich werde sie bitten daß sie mir auch so eine uhrkette schenkt was für ein medaillon papa hat auch so ein medaillon doch auf dem ihrigen sind hier streifen und auf seinem buchstaben und innen hat er mamas bild papa hat jetzt eine andere uhrkette nicht aus ringen sondern wie ein band woher weißt du das kommst du denn mit dem papa zusammen ich nein ich aljoscha errötete und begann auf einer lüge ertappt vor lauter verlegenheit das medaillon mit dem fingernagel zu kratzen bylyayev sah ihn unverwandt an und fragte siehst du manchmal den papa nein sprich die wahrheit sei aufrichtig ich sehe es doch deinem gesicht an daß du lügst wenn du dich schon einmal verschnappt hast so mach keine finden sag siehst du ihn manchmal ich frage dich wie ein freund aljoscha wurde nachdenklich sie werden es doch nicht der mama sagen was dir nicht einfällt ihr ehrenwort mein ehrenwort schwören sie du bist unerträglich für wen hältst du mich denn um gottes willen sagen sie es nur nicht der mama erzählen sie es überhaupt keinem menschen denn es ist ein geheimnis wenn es gott behütet die mama erfährt so werden wir alle ich und sonja und pelageya was erleben hören sie also den papa sehen wir ich und sonja jeden dienstag und freitag wenn wir am vormittag mit der pelageya spazieren gehen führt sie uns in die apfelsche konditorei und der papa erwartet uns schon da er sitzt immer in dem kleinen extrazimmer sie wissen mit dem marmortisch und der aschenschale in form einer ganz ohne rücken was macht ihr denn da gar nichts zuerst begrüßen wir uns dann setzen wir uns alle an den tisch und papa lässt uns kaffee und pastetchen bringen wissen sie die sonja isst pastetchen mit fleisch und ich kann die mit fleisch nicht ausstehen ich liebe die mit kohl und eiern wir essen uns so voll daß wir uns später beim mittagessen bemühen damit die mama es nicht merkt möglichst viel zu essen worüber sprecht ihr denn da mit dem papa über alles er küßt und umarmt uns und erzählt uns verschiedene komische witze wissen sie er sagt daß wenn wir groß werden er uns ganz zu sich nehmen wird sonja will nicht aber ich bin einverstanden ohne die mama wird es natürlich langweilig sein aber ich werde ihr briefe schreiben ich verstehe es nicht wir werden sie doch an feiertagen besuchen können nicht wahr dann hat papa gesagt daß er mir ein pferd kaufen wird er ist ein furchtbar guter mensch ich weiß gar nicht warum ihn die mama nicht kommen läßt damit er bei ihr wohnt und warum sie es nicht haben will daß wir mit ihm zusammen kommen er liebt doch die mama sehr er fragt uns immer aus wie es der mama geht und was sie treibt als sie krank war da griff er sich an den kopf so und lief immer auf und ab er bittet uns immer daß wir ihr folgen und sie ehren hören sie ist es wahr daß wir unglücklich sind hm warum der papa sagt es ihr seid sagt er unglückliche kinder es ist doch wirklich merkwürdig betet sagt er zu gott für euch und für sie aljoscha heftete seinen blick auf einen ausgestopften vogel und wurde nachdenklich so so brummte beljaev so treibt ihr es haltet den konditoreien versammlungen ab und die mama weiß nichts davon nein woher soll sie es wissen die pelageya wird es ihr doch niemals sagen vorgestern brachte uns papa birnen mit so süß wie marmelade ich habe zwei stück gegessen hm hör einmal hat der papa nichts über mich gesagt über sie was soll ich ihnen sagen aljoscha blickte beljaev prüfend an und zuckte die achseln nein er hat nichts besonderes gesagt was hat er zum beispiel gesagt werden sie auch nicht böse sein was dir nicht einfällt hat er denn auf mich geschimpft geschimpft hat er nicht aber wissen sie er ist ihnen böse er sagt daß die mama durch sie unglücklich geworden ist und daß sie mama zugrunde gerichtet haben er ist doch so merkwürdig ich erkläre ihm daß sie gut sind und die mama niemals anschreien und er schüttelt nur den kopf hat er das gesagt daß ich sie zugrunde gerichtet habe ja seien sie nur nicht böse nikolai iljitsch beljaev erhob sich vom sofa stand eine weile da und fing dann an auf und ab zu gehen es ist doch sonderbar und lächerlich brummte er die achseln zuckend und höhnisch lächernd er ist an allem schuld und ich habe sie zugrunde gerichtet wie dieses unschuldslamm hat er das wörtlich so gesagt daß ich die mama zugrunde gerichtet habe ja aber sie haben eben gesagt daß sie nicht böse sein werden ich bin gar nicht böse und es ist auch nicht deine sache ich bin der hereingefallne und da soll ich auch noch der schuldige sein draußen ging die klingel der junge rannte hinaus nach einer weile trat ins zimmer eine dame mit einem kleinen mädchen es war olga iwanowna aljoschas mutter ihr folgte hüpfend mit den armen schlenkernd und laut trelland aljoscha beljaev nickte ihr zu und fuhr fort auf und ab zu gehen natürlich wen soll man auch anklagen wenn nicht mich murmelte er schnaubend er hat recht er ist der gekränkte gatte was meinst du eigentlich fragte olga iwanowna was ich meine hör einmal was für dinge dein herr gemahl predigt ich bin nämlich der schuft und der verbrecher ich habe dich und die kinder zugrunde gerichtet ihr seid alle unglücklich und nur ich allein bin so furchtbar glücklich furchtbar furchtbar glücklich nikolai ich verstehe nichts was ist los hör nur was dieser junge herr erzählt sagte beljaev auf aljoscha weisend aljoscha wurde erst rot dann blass und sein gesicht verzerrte sich vor entsitzen nikolai iljitsch flüsterte er laut pssst olga iwanowna blickte erstaunt auf aljoscha dann auf beljaev und dann wieder auf aljoscha frag ihn nur fuhr beljaev fort deine pelageya diese dumme gans geht mit den kindern in konditoreien und richtet ihnen zusammenkünfte mit dem herrn papa ein es handelt sich aber nicht darum sondern darum daß der herr papa leidet und ich ein verbrecher und schurke bin der euer leben zerstört hat nikolai iljitsch stöhnte aljoscha sie haben doch ihr ehrenwort gegeben ach laß mich in ruhe sagte beljaev mit der hand abwehrend hier handelt es sich um etwas wichtigeres als alle ehrenworte mich empört hier die heuchelei die lüge ich verstehe gar nichts versetzte olga iwanowna und in ihren augen erglänzten tränen hör einmal aljoscha wandte sie sich an den sohn kommst du mal mit deinem vater zusammen aljoscha hörte nicht auf sie und blickte entsetzt beljaev an es kann nicht sein sagte die mutter ich will mal die pelageya ins gebet nehmen olga iwanowna ging hinaus hören sie sie haben doch ihr ehrenwort gegeben sagte aljoscha am ganzen leibe zitternd beljaev winkte nur mit der hand und fuhr fort auf und ab zu gehen er dachte nur an die ihm zugefügte kränkung und merkte nicht mehr die anwesenheit des jungen er der erwachsene und ernste mann hatte ganz andere sorgen aljoscha setzte sich aber in eine ecke und erzählte mit entsetzen sonja wie man ihn betrogen hatte er zitterte stotterte und weinte zum erstenmal in seinem leben war er so roh mit der lüge zusammengestoßen bisher hatte er aber nicht gewußt daß es in dieser welt außer den süßen birnen pasteten und teuren uhren auch noch vieles andere gibt wofür seine kindliche sprache keinen namen hat ende von eine bagatelle gelesen von karlson die wilde miss vom ohio von joachim ringelnatz dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox aufgenommen von claudia salto die wilde miss vom ohio ich rede von einem jener gott und menschen verlassenen eisenbahn punkte wo normale fremde den verstand verlieren wenn sie nicht schlafvirtuosen sind oder ein dichterisches verständnis für die poesie der öde haben als ich die tür zur wartehalle klingte flehte ich irgendeine überirdische macht an mich nicht in eine gesellschaft zu lancieren die über bierqualitäten zufälle im lotteriespiele oder innere politik polemisierte es war jedoch nur ein einziger gast anwesend eine stattliche baronoffizier lebemann erscheinung die mir gleich durch eine kurze kopfbewegung zu verstehen gab dass ich mich zu den unsichtbaren geistern zählen dürfe das war ganz nach meinem sinn und ich drückte mich selbst in den entferntesten winkel gleichfalls ein deutliches noli metangere in meine züge legend der herr ober bemühte sich meine schlechte stimmung auf den nervösesten punkt zu schrauben durch allerhand schikanen die ich in vier humoresken und einer tragödie zu verwenden gedenke dann allmählich schlief er am zeitungsständer ein und nun war es still in der leeren halle nur ein melancholischer landregen nässelte an den fensterscheiben der baronartige starrte regungslos auf eine flasche burgunder ich hatte das gefühl dass ich ohne seine gegenwart ein stimmungsvolles gedicht verfassen könnte die hände vor die augen pressend um ihn nicht mehr zu sehen gewachte ich durch die fingerspalten dass er energische und eigentlich mehr zielbewusste als blasierte gesichtslinien hatte dass eine breite narbe an seiner schläfe nicht übel wirkte und dass er einen pompösen exotischen ring trug die einsamkeit ist die treppe zum gedanken keller sie ist selbstverständlich wertlos für denjenigen der unten nichts auf lager hat wer aber sein fässchen oder gar fässer tonnen dort liegen weiß meistens die welche oben nur wenig verzapfen dem fell es nicht schwer die stunden in dieser erfrischend kühlen tiefe totzuschlagen auch ich wollte mein fläschchen spiritus herauf holen um damit den eingeborenen zeltinger zu veredeln den mir das bahnhofsrestaurant zu kriegspreisen aufgetischt hatte der waron war wirklich im grunde ein recht sympathischer mann er schien ebenfalls trübseliger laune zu sein und saß noch immer wie ich über sein glas gebeugt zigarrenrauch und asche studierend da öffnete sich die türe ein älterer wettergebräunter dritter im jagdkostüm blieb auf der schwelle stehen der waron bemerkte ihm sofort durch eine kurze kopfbewegung daß er sich zu den unsichtbaren geistern zählen dürfe und ich legte ein deutliches no lima tangere in meine züge der jäger aber bediente sich einer noch überlegeneren sprache er sah sich weder nach dem baron noch nach mir um sondern platzierte sich mit geometrischer geschicklichkeit so daß er uns beiden gleichzeitig den rücken zudrehte die schikanöse einleitung des kellners kürzte er dadurch ab daß er ihn sehr bald mit kamel anredete ich fühlte mein dichter milieu durch einen struppigen bart verwegen rollende augen und eine lokomotivierende meerschaumpfeife erheblich gestört erst als der wilde mann mit einem glas heißer milch gestillt war und das dienstbare kamel seine journal ecke wieder eingenommen trat der status quo ein dieses verhältnis nahm mit der zeit einen ganz friedlichen charakter an es war als hätten wir ein stilles abkommen getroffen einander rücksichtsvoll zu ignorieren der ofen begann wie in einer anwandlung von mitleid geheimnisvoll zu knistern in tiefes sinnenversunken rührten wir uns nicht nur wenn der kellner seine beinstellung wechselte hoben sich für einen moment drei müde häupter dann war alles tot an was denkt man in solcher situation wohl das wird immer individuell sein ich zum beispiel dachte ach nein das ist ganz gleichgültig jedenfalls wurde die ruhe plötzlich unterbrochen es war die seltsame melodie eines mir unbekannten liedes halblaut durch die zähne gesummt ich warf dem jäger einen furwußvollen blick zu und beobachtete dann wie der baron sich verhielt er hatte gleich mir den kopf erhoben und außerdem eine zeitung ergriffen aber ich bemerkte dass er hinter derselben neugierig den jäger fixierte gleich darauf legte er das blatt beiseite leerte sein glas mit einem nervösen schluck trommelte mit den fingern auf das tischtuch und stimmte leise pfeifend in das lied dasselbe lied ein nun sah auch der wilde mann auf und schwieg der baron schwieg gleichfalls es kam mir vor als sei ein kleines vorpostengefecht beendet plötzlich erhob sich der burgunder herr trat mit ungezwungen vornehmer haltung an den jäger heran und sagte mein herr erlauben sie mir die frage waren sie je am ohio ja erwiderte der andere erstaunt und sie kennen die wilde miss vom ohio the wild miss etwas wie ein wehmütig glückliches lächeln fuhr über das harte jägergesicht er hielt dem frager seine kräftige rechte hin und dann gab es einen handschlag den ich im leben nicht wieder vergessen werde und nun rückten die beiden zusammen und der kellner wurde aus seinem pressestummer gejagt um sekt und zigarren zu bringen und dann begannen die beiden zu fragen und zu erzählen und dazwischen stießen sie so feurig die gläser zusammen dass der kellner jedes mal zusammen fuhr ich verstand kein wort von dem was da besprochen wurde aber ich glaubte den inhalt zu erraten und das herz ward mir dabei weit als sei ich berauscht es musste eine köstliche interessante erzählung sein aus dem leben dieser männer und das lied woran sich beide erkannt hatten sowie die wilde miss vom ohio mussten irgendeine romantische rolle darin spielen leidenschaftliche gefährlich schöne vielleicht teilweise sehr traurige erlebnisse ich sah ein einsames licht aus dem nachtdunklen ufergebüsch des ohio blinken die wilde miss stand vor mir eine herrliche heißblütige kreolen mit tiefschwarzen verführerischen augen und ich wob einen spannenden und ergreifenden roman um sie die augen der erzähler leuchteten begeistert ihr sekt schäumte und der zigarren rauch umlagerte sie wie nebelwolken den kühlen schwarzen fluten das ohio entstiegen ich aber saß einsam in meiner ecke und spürte eine so gewaltige sehnsucht danach auch anteil an diesen bewegten erinnerungen zu haben und hinzugehen um zu sagen meine herren auch ich kenne das lied den ohio und die wilde miss darf ich mich zu euch setzen glückliche beneidenswerte weltmenschen noch nie hatte ich ein allein sein so bitter empfunden wie in dieser stunde ich fasste den entschluss mir auch ohne belege als zuhörer einen platz bei den beiden zu erbitten da pfiff etwas ein zischen ein rollen der zug lief ein ich habe weder den jäger noch den baron wiedergesehen die geschichte der wilden miss vom ohio habe ich nie erfahren aber wenn ich mich ihres titels erinnere habe ich eine hässliche drückende empfindung es ist das gefühl des unbefriedigt seins etwa wie wenn man während einer spannenden lektüre nach der weggelegten zigarre greift und plötzlich merkt dass diese auf unerklärliche weise abhanden gekommen nein es ist ein ganz anderes viel tieferes trüberes gefühl die wilde miss vom ohio die letzte mohikanerin von anton tschechow dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt gibt es bei librivox.org die letzte mohikanerin ich und der stabsrittmeister ade und gutsbesitzer dokukin bei dem ich im frühjahr zu besuch war saßen eines schönen morgens in großvatersesseln und blickten träge zum fenster hinaus die langeweile war ganz fürchterlich pfui teufel schimpfte dokukin so langweilig ist es daß ich mich selbst über den besuch eines gerichtsvollziehers freuen würde soll man sich am ende wieder schlafen legen fragte ich mich und wir dachten über die langeweile lange nach so lange bis wir durch die schon lange nicht gewaschenen in allen farben des regenbogens schillernden fenster eine kleine veränderung im kreislaufe der welt gewahrten der hahn der vor dem tore auf einem haufen vorjährigen laubes gestanden und bald den einen bald den andern fuß gehoben hatte er wollte nämlich beide füße zugleich heben fuhr plötzlich zusammen und rannte wie von einer schlange gebissen vom tore weg jemand kommt gegangen oder gefahren versetzte dokukin lächelnd wenn uns der teufel wenigstens gäste bringen wollte das wäre immerhin lustiger der hahn hatte uns nicht getäuscht im tore zeigte sich zuerst ein pferdekopf unter grünem krummholz dann das ganze pferd und schließlich ein dunkler schwerer wagen mit unförmlichen flügeln die an die flügel eines zum aufliegen bereiten käfers erinnerten der wagen kam in den hof schwenkte schwerfällig um und rollte dröhnend und klirrend zu den pferdestallungen im wagen saßen zwei menschliche gestalten die eine schien weiblich die andere die etwas kleiner war männlich hol der teufel brummte dokukin mich mit erschrockenen augen ansehend und sich die schläfe kratzend hab keinen kummer gehabt und nun haben mir die teufel einen geschickt nicht umsonst sah ich heute im traume einen ofen warum wer ist denn gekommen meine liebe schwester mit dem herrn gemahl daß sie dokukin stand auf und ging einmal nervös durch das zimmer es ist mir sogar kalt ums herz geworden brummte er es ist zwar sünde für seine leibliche schwester keine verwandtschaftlichen gefühle übrig zu haben aber glauben sie mir es wäre mir angenehmer einem räuberhauptmann im walde zu begegnen als sie zu empfangen sollen wir uns vielleicht verstecken timoschka kann ihr ja vorlügen daß wir in die kreisstadt zur konferenz gefahren sind dokukin rief laut den timoschka es war aber zu spät um zu lügen und sich zu verstecken nach einer weile tönten aus dem vorzimmer stimmen eine weibliche baßstimme tuschelte mit einem männlichen tenor bring mir unten den rockbesatz in ordnung sagte die baßstimme wieder hast du die falsche hose angezogen die blaue hose haben sie dem onkel vasili antipic geschenkt und die bunte ließen sie mich für den winter aufheben rechtfertigte sich der tenor soll ich den schal ihnen nachtragen oder hier lassen die tür ging endlich auf und ins zimmer trat eine etwa vierzigjährige groß gewachsene volle dame in blauem seidenkleide ihr rotbackiges sommersprossiges gesicht drückte so viel stumpfe einbildung aus daß ich sofort begriff warum dokukin sie nicht mochte der dame folgte trippelnd ein kleines schmächtiges männchen in buntem röckchen weiter hose und samtweste engbrüstig bartlos mit rotem näschen an seiner weste baumelte eine goldene uhrkette die an ein kettchen an dem man die lämpchen vor den heiligen bildern aufzuhängen pflegt erinnerte in seiner kleidung seinen bewegungen seinem näschen in seiner ganzen komischen figur lag etwas sklavisch demütiges und gedrücktes die dame trat ins zimmer wandte sich ohne uns anzublicken zu den heiligen bildern und begann sich zu bekreuzigen bekreuzige du dich auch befahl sie ihrem mann das männchen mit dem roten näschen fuhr zusammen und begann sich zu bekreuzigen guten tag schwester wandte sich dokukin an die dame als jene mit dem beten fertig war und seufzte auf die dame lächelte solid und reichte ihre lippen denen dokukins auch das männchen bot seine lippen dar gestatten sie daß ich vorstelle meine schwester olimpiada jegorowna chlykina ihr gatte dosifej andrejitsch und dieser da ist mein guter bekannter freut mich sehr sagte olimpiada jegorowna gedient ohne mir die hand zu reichen freut mich sehr wir nahmen alle platz eine minute verging in schweigen hast wohl den besuch nicht erwartet begann olimpiada jegorowna sich an dokukin wendend ich hatte auch gar nicht die absicht dich zu besuchen lieber bruder da muß ich aber zum adelsmarschall und bin unterwegs eingekehrt warum fährst du zum adelsmarschall fragte dokukin warum ich hinfahre um mich über ihn zu beschweren sagte die dame mit einem blick auf ihren gatten andrejitsch senkte die äukel ein zog die beine unter den stuhl ein und hüstelte verlegen in die hohle hand warum willst du dich über ihn beschweren olimpiada jegorowna seufzte er hat seinen stand vergessen sagte sie was soll ich tun ich habe mich schon bei dir beklagt lieber bruder und auch bei seinen eltern war mit ihm beim geistlichen pater grigori damit er ihm eine ermahnung erteile habe auch selbst alle mittel angewandt nichts hat geholfen nun muß ich notgedrungen den herrn adelsmarschall bemühen was hat er denn angestellt nichts hat er angestellt aber seinen stand hat er vergessen er ist zwar still und respektvoll trinkt auch nicht aber was nützt das wenn er an seinen stand nicht denkt schau ihn nur an wie er gebückt dasitzt wie irgendein bittsteller oder kleinbürger sitzt denn ein edelmann so sitz ordentlich hörst du andrejitsch reckte den hals hob das kinn offenbar um sich ordentlich hinzusetzen und blickte seine frau scheu und ängstlich an so blicken kleine kinder wenn sie sich einer schuld bewußt sind als ich merkte daß das gespräch auf intime familiendinge kam erhob ich mich um hinaus zu gehen die glückiner merkte diese bewegung macht nichts bleiben sie nur sagte sie um mich zurückzuhalten den jungen leuten ist es nützlich solches zu hören wir sind zwar nicht gelehrt kennen aber das leben besser als sie wir wollen bei dir zum mittag essen lieber bruder wandte sie sich an dokukin bei dir gibt es heute sicher nur fleischspeisen du hast wohl vergessen daß heute mittwoch ist sie seufzte laß uns bitte fastenspeisen zurichten etwas anderes werden wir nicht essen bruder dokukin rief timoschka herbei und bestellte fastenspeisen und wenn wir gegessen haben fahren wir zum adelsmarschall fuhr die glückiner fort ich werde ihn flehentlich bitten sich der sache anzunehmen es ist seine sache aufzupassen daß die edelleute nicht liederlich werden ist dosifei liederlich geworden fragte dokukin als ob du es zum ersten mal hörtest erwiderte glückiner die stirne runzelnd dir ist es übrigens ganz gleich auch du denkst nicht allzu sehr an deinen stand wir wollen aber den herrn jungen mann fragen junger mann wandte sie sich an mich halten sie es für gut wenn ein edelmann mit jedem gesindel verkehrt es kommt darauf an mit wem sagte ich verlegen zum beispiel mit dem kaufmann gußjew ich lasse diesen gußjew nicht über die schwelle er aber spielt mit ihm dame und nimmt bei ihm zuweilen auch einen imbiß ein ziemt es sich für ihn mit einem schreiber auf die jagd zu gehen worüber kann er mit einem schreiber reden wenn sie es wissen wollen mein herr so darf so ein schreiber sich gar nicht erlauben in seiner gegenwart auch nur einen ton von sich zu geben geschweige denn zu sprechen ich habe einen schwachen charakter flüsterte dosifei andrejitsch ich werde dir schon den charakter zeigen drohte die frau mit dem siegelring gegen die stuhlehne klopfen ich werde dir nicht erlauben unsere familie zu beschmutzen du bist zwar mein mann ich werde dich aber blamieren das mußt du begreifen ich habe dich ja zu einem menschen gemacht seine familie mein herr das schlückinsche geschlecht ist ein heruntergekommenes geschlecht und wenn ich eine geborene dokukina ihn genommen habe so muß er das schätzen und fühlen er kommt mir auch gar nicht billig zu stehen mein herr wenn sie es wissen wollen was kostete es mich ihm ein amt zu verschaffen fragen sie ihn bloß wenn sie es wissen wollen so kostete mich das examen für den ersten dienstrang allein dreihundert rubel und warum bemühe ich mich so glaubst du etwa daß ich mich deinetwegen ablage du maulaffe bildest dir ja nicht ein mir ist es nur um unseren namen zu tun wäre nicht der name so wärst du bei mir schon längst in der küche verfault wenn du es wissen willst der arme dosifei andrejitsch hörte zu schwieg und fuhr zusammen ich weiß nicht ob vor angst oder scham auch beim mittagessen gab ihm seine strenge gattin keine ruhe sie ließ ihn nicht aus den augen und verfolgte jede seiner bewegungen tu dir salz in die suppe wie hältst du den löffel schiebe die salatschüssel zur seite sonst schmeiße sie mit dem ärmel um zwinkere nicht mit den augen er aber aß mit größter eile und zuckte unter ihren blicken zusammen wie ein kaninchen unter den blicken einer riesenschlange er aß mit seiner frau die fastenspeisen und schielte begehrlich nach unseren koteletts sprich das tischgebet sagte ihm die frau nach dem essen bedanke dich beim bruder nach dem essen begab sich die chlykina ins schlafzimmer um etwas auszuruhen als sie draußen war fuhr sich dokukin in die haare und begann auf und ab zu gehen was bist du für ein unglücklicher mensch mein bester sagte er schwer atmend zu dosifei ich habe kaum eine stunde mit ihr gesessen und bin schon ganz kaputt wie bist du erst dran der du bei ihr tag und nacht sein mußt ach ein märtyrer bist du ein unglücklicher märtyrer ein kind von bethlehem ein von herodes erschlagenes dossifei zwinkerte mit den äuglein und sagte sie ist allerdings streng doch ich muß für sie tag und nacht zu gott beten denn ich empfange von ihr nichts als liebe und wohltaten ein verlorener mensch sagte dokukin und winkte mit der hand einst hat er aber reden in den adelsversammlungen geschwungen und eine neue säemaschine erfunden zugrunde gerichtet hat die hexe den menschen tu lieber gott dosifei erklang die bassstimme wo steckst du denn komm her vertreibe mir die fliegen dosifei andrejitsch fuhr zusammen und eilte auf den fußspitzen ins schlafzimmer pfui teufel rief ihm dokukin nach und spuckte aus ende von die letzte mohikanerin gelesen von karlson das ποllste Wir씩 bis 7 bis 8 bound S bis 8 Patch e bis 10